Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Agatha Raisin und der tote Tierarzt von MC Beaton. Gesprochen von Julia Fischer. Agatha Raisin traf am Londoner Flughafen Heathrow ein. Äußerlich braungebrannt, innen schamrot. Sie kam sich wie ein kompletter Idiot vor, als sie ihr Gepäck in Richtung Ausgang schob. Sie hatte gerade zwei Wochen auf den Bahamas verbracht, weil ihr verteufelt gut aussehender Nachbar James Lacey nebenbei fallen gelassen hatte, dass er seinen Urlaub im dortigen Nassau Beach Hotel verbringen wollte. Auf Männerfang war Agatha genauso skrupellos, wie sie es früher im PR-Geschäft gewesen war. Sie hatte eine Menge Geld in eine umwerfende Urlaubsgarderobe investiert und ihr Gewicht energisch heruntergehungert, um sich auch in ihrem Alter noch in einem Bikini zur Schau stellen zu können. Doch weit und breit war kein James Lacey zu entdecken gewesen. Wenige Tage vor ihrem Rückflug rief sie schließlich in Carsley an, dem Dorf in den Cotswolds, in dem sie lebte. Sie hatte mit der Vikarsfrau gesprochen, Mrs. Bloxby, und sie nach einigem teuren Geplauder nach James Lacey gefragt. Die schlechte Verbindung bewirkte, dass Mrs. Bloxbys Stimme abwechselnd lauter und leiser wurde, als reiste sie in Wellen über den Atlantik. Mr. Lacey hat seine Pläne im letzten Moment geändert und beschlossen, seinen Urlaub mit einem Freund in Kairo zu verbringen. Ich weiß noch, dass er sagte, er wolle auf die Bahamas. Und Mrs. Mason hat gesagt, was für ein Zufall, da reist Mrs. Raisin auch hin. Und als nächstes hörten wir, dass ihn dieser Freund in Ägypten eingeladen hat. Für Agatha war das ein Schlag gewesen, den sie noch nicht verwunden hatte. Ohne Frage hatte James Lacey seine Reisepläne geändert, um ihr nicht zu begegnen. Rückblickend betrachtet hatte sie ihr Interesse an ihm womöglich ein bisschen zu unverhohlen bekundet. Und noch etwas anderes vergelte ihr den Urlaub. Sie hatte ihren Kater Hodge, ein Geschenk von Detective Sergeant Bill Wong, in eine Katzenpension gegeben. Und aus irgendeinem Grund war Agatha äußerst besorgt, dass Hodge gestorben sein könnte. Auf dem Langzeitparkplatz lud sie ihre Taschen in den Wagen und machte sich auf den Weg nach Carsley. Wieder einmal fragte sie sich, was sie geritten hatte, so jung in den Ruhestand zu gehen. Und in der heutigen Zeit war Anfang 50 jung. Zumindest war es entschieden zu jung, um eine florierende PR-Agentur zu verkaufen und sich in einem kleinen Dorf zu vergraben. Die Katzenpension lag außerhalb von Sirencester. Agatha marschierte zum Haus hinauf und wurde mürrisch von der hageren Inhaberin begrüßt. Also wirklich, Mrs. Raisin, ich will gerade ausgehen. Es wäre nett gewesen, Sie hätten vorher angerufen. Bringen Sie mir meine Katze sofort, sagte Agatha drohend. Und machen Sie lieber schnell. Verärgert verschwand die Frau im Hausinneren und kam kurz darauf mit dem maunzenden Hodge in seinem Katzenkorb zurück. Agatha ignorierte die Beschwerden der Frau und bezahlte. Ihr Cottage mit dem mächtigen Reetdach erinnerte sie an einen alten Hund, der zusammengerollt auf ihre Rückkehr wartete. Nachdem sie Feuer im Kamin gemacht, den Kater gefüttert und sich einen Whisky gegönnt hatte, ging es ihr schon besser. Am nächsten Morgen ging sie zu Harvey's, dem Krämerladen im Dorf, um Lebensmittel einzukaufen und ihre Sonnenbräune vorzuführen. Auf dem Weg traf sie Mrs. Bloxby. Die Vikasfrau erzählte ihr, dass sich abends die Damengesellschaft von Carsley im Pfarrhaus treffe. Agatha sagte, dass sie kommen würde, auch wenn sie sich Spannenderes vorstellen konnte als Tee im Pfarrhaus. Als sie sich am Abend auf den Weg machte, hatte sich dichter Nebel über das Dorf gesenkt. Es war die Sorte frostiger Nebel, der Büsche in lauernde Wegelagerer verwandelte und alle Geräusche dämpfte. Die Damen saßen bereits alle im gemütlich vollgestellten Wohnzimmer der Pfarrei. Nichts hatte sich verändert. Mrs. Mason war immer noch die Vorsitzende, Miss Sims war nach wie vor die Sekretärin. Agatha wurde nach ihrem Urlaub ausgefragt und schwärmte derart überzeugend von der Sonne und dem Strand, dass sie am Ende fast selbst glaubte, es wäre eine schöne Reise gewesen. Dann wurde die Tagesordnung verlesen. Es sollte eine Spendenaktion für die Kinderhilfe besprochen werden und wieder einmal wurden Freiwillige gesucht, die Ausflüge mit den älteren Mitbürgern der Gemeinde machten. Danach folgten Tee und Kuchen. Und bei der Gelegenheit hörte Agatha von dem neuen Tierarzt. Endlich gab es in Carsley eine Tierarztpraxis. Sie befand sich in einem neuen Anbau des Büchereigebäudes und dort hielt Paul Bladen, Tierarzt aus Merster, jeden Dienstag und Mittwochnachmittag eine Sprechstunde ab. Zuerst hat uns das nicht weiter interessiert, sagte Miss Sims, weil wir immer zum Tierarzt in Morton fahren. Aber Mr. Bladen ist so unglaublich gut. Und so unglaublich gut aussehend, ergänzte Mrs. Bloxby. Jung, fragte Agatha, die ein klein wenig aufmerkte. Ach, so um die 40, glaube ich, antwortete Miss Sims. Unverheiratet, also geschieden. Er hat diese eindringlichen Augen und so schöne Hände. Doch der Tierarzt reizte Agatha nicht besonders, denn ihre Gedanken kreisten nach wie vor um James Lacey. Sie wünschte, er wäre wieder zurück, damit sie ihm zeigen konnte, dass er sie vollkommen kalt ließ. Doch dann wollte es das Schicksal, dass Agatha gleich am nächsten Tag Paul Bladen begegnete. Sie war zum Schlachter gegangen, um für sich ein Steak und für Hodge etwas Hühnerleber zu kaufen. Morgen, Mr. Bladen, sagte der Schlachter, und Agatha drehte sich um. Paul Bladen war ein gut aussehender Mann Anfang 40, mit dichten, leicht ergrauten Locken und kleinen Falten um die hellbraunen Augen. Einem festen, recht passablen Mund und einem markanten Kinn. Er war schlank, mittelgroß und hatte einen alten London University Schal um den Hals geschlungen, da es draußen eisig kalt war. Paul Bladen seinerseits sah eine kräftigere Frau mittleren Alters mit schimmerndem, braunem Haar und kleinen Teddybieraugen in einem sonnengebräunten Gesicht vor sich. Ihm fiel auf, dass sie teure Kleidung trug. Agatha streckte ihm die Hand hin, stellte sich vor und hieß ihn in bester Gutsherrinnen-Manier willkommen. Lächelnd sah er ihr in die Augen, hielt ihre Hand und murmelte etwas über das scheußliche Wetter. Schlagartig war James Lacey vergessen, beinahe jedenfalls. Sollte er doch in Ägypten verrotten. Übrigens wollte ich demnächst in ihre Sprechstunde kommen, säuselte Agatha, mit meinem Kater. Heute Nachmittag ist Sprechstunde. Wie wäre es, wenn Sie mir dann Ihr Tier bringen? Sagen wir um zwei Uhr? Gern. Wie schön, dass wir hier endlich einen Tierarzt haben. Wieder lächelte er sie vertraut an und Agatha schwebte hinaus. Sie eilte an James Laces Cottage vorbei, ohne hinzusehen, denn sie dachte darüber nach, was sie anziehen sollte. Unter den neugierigen Blicken ihres Tiger-Katers Hodge betrachtete Agatha ihr Gesicht im Spiegel der Frisierkommode. Sonnenbräune war ja gut und schön, dennoch sprach einiges für ein sorgfältiges Make-up auf ihren gereiften Zügen. Sie trug eine aufbauende Gesichtsmaske auf und wühlte sich durch ihren Kleiderschrank. Schließlich entschied sie sich für ein kirschrotes Kleid und einen schwarzen maßgeschneiderten Mantel mit Samtkragen. Es war ein bitterkalter Tag, folglich mussten Stiefel sein. Zum Glück besaß sie ein neues Paar italienischer mit hohen Absätzen und sie wusste, dass sie hübsche Beine hatte. Agatha stöckelte zur Tierarztpraxis. Als sie dort eintraf, waren ihre Füße so kalt, dass sie höllisch wehtaten. Sie öffnete die Tür und betrat das Wartezimmer. Das ganze Dorf schien anwesend zu sein. Ihre Putzhilfe Doris mit ihrer Katze, Miss Sims mit ihrem Tommy, die Bibliothekarin Mrs. Josephs mit einem großen, räudigen Kater namens Tews, sowie zwei Farmer. Den einen, Jack Page, kannte Agatha. Von dem anderen, einem vierschreutigen Mann, wusste sie lediglich, dass er Henry Grange hieß. Und es war noch jemand Neues dort. Das ist Mrs. Huntington, flüsterte Doris. Hat das alte Druance Cottage gekauft. Verwitwit. Agatha beäugte die Neue eifersüchtig. Mrs. Huntington hatte ein kleines, hübsches Gesicht, das an eine alte Porzellanpuppe erinnerte, mit großen, braunen Augen, dichten Wimpern und einem rosafarbenen Mund. Ihr Haustier war ein Jack Russell, der wütend bellte und an seiner Leine zerrte, um an die Katzen zu gelangen. Mrs. Huntington schien weder den Lärm noch die missmutigen Blicke der Katzenbesitzer wahrzunehmen. Sie saß ruhig da und blockierte den einzigen Heizlüfter im Raum. An einer Seite des Wartezimmers stand ein Schreibtisch, der gleichzeitig als Empfang diente und hinter dem eine Helferin saß. Es handelte sich um ein unscheinbares junges Mädchen mit glattem, braunem Haar, das einen kehligen Birmingham-Akzent hatte. Ihr Name war Miss Mapps. Doris Simpson wurde als erste hereingerufen und war nach fünf Minuten wieder draußen. Agatha rieb energisch ihre kalten Füße und Knöchel. Sicher würde es nicht lange dauern. Doch als nächste kam Miss Sims und sie blieb eine halbe Stunde im Sprechzimmer. Als sie wieder herauskam, glänzten ihre Augen und ihre Wangen leuchteten rosig. Nun war Mrs. Josephs dran. Nach sehr langer Zeit erschien sie wieder im Wartezimmer und murmelte, was für eine feste Hand Mr. Blayden hat. Ihr uralter Kater lag wie tot in seinem Tragekorb. Agatha ging an den Empfang, nachdem Mrs. Huntington hereingerufen wurde und sagte zu Miss Mapps, Mr. Blayden sagte mir, ich solle um zwei kommen und nun warte ich schon eine ganze Weile. Die Sprechstunde fängt um zwei an. Das hat er wohl gemeint, antwortete Miss Mapps. Sie müssen warten, bis Sie dran sind. Da Agatha sich nicht umsonst aufwendig herausgeputzt haben wollte, nahm sie sich schmollend eine alte Ausgabe der Vogue und setzte sich wieder auf den harten Plastikstuhl. Sie wartete und wartete. Doch die Zeit verging und Agatha konnte Lachen aus dem Sprechzimmer hören. Sie fragte sich, was dort vor sich gehen mochte. Eine Dreiviertelstunde verstrich, während Agatha die Vogue sowie eine gut erhaltene Ausgabe von Good Housekeeping durchlass. Da schließlich kam Mrs. Huntington mit ihrem Hund im Arm aus dem Sprechzimmer. Sie lächelte verhalten in die Runde, bevor sie ging, was Agatha mit einem finsteren Blick quittierte. Nun waren nur noch die beiden Farmer und Agatha übrig. Ich komm hier nicht nochmal hin, sagte Jack Page. Da ist ja der ganze Tag futsch. Der Mann wurde dann sehr schnell abgefertigt und bekam nur ein Rezept für ein Antibiotikum, das an Miss Mapps reichte. Der andere Farmer wollte ebenfalls Medikamente und Agathas Stimmung hob sich merklich, als auch er nach wenigen Augenblicken wieder aus dem Sprechzimmer kam. Sie hatte eigentlich vorgehabt, dem Tierarzt die Meinung zu sagen, weil sie so lange warten musste. Doch dann waren da dieses Lächeln, der feste Händedruck und sein vertrauenserweckender Blick. Sie war ein wenig nervös und hatte auch einen Anflug von schlechtem Gewissen, denn Hodge fehlte nichts. Verzückt erwiderte sie das Lächeln des Tierarztes. Ah, Mrs. Raisin, sagte er. Sehen wir uns mal Ihren Kater an. Wie heißt er? Hodge. Na komm, komm raus, lockte sie den unglücklichen Kater, der an der Rückwand des Korbes kauerte. Lassen Sie mich mal, sagte der Tierarzt und drängte Agatha beiseite. Er streckte eine Hand in den Korb, zerrte Hodge brutal heraus und hielt das sich windende, maunzende Tier am Nackenfell in die Höhe. Oh nein, nicht! Sie machen ihm Angst. Ich halte ihn lieber. Na gut, er sieht vollkommen gesund aus. Was ist mit ihm? Hodge vergrub seinen Kopf in Agathas Mantel. Ähm, er frisst nicht. Erbrechen? Durchfall? Nein. Gut, dann messen wir am besten seine Temperatur. Miss Mapps? Miss Mapps kam herein und stand mit gesenktem Kopf da. Halten Sie den Kater. Miss Mapps löste den Kater von Agatha und drückte ihn mit einer starken Hand auf den Tisch. Der Tierarzt näherte sich Hodge mit einem Rektalthermometer. War es möglich, dass er es dem armen Hodge unnötig grausam einführte? Der Kater jaulte auf, befreite sich und sprang vom Untersuchungstisch, um sich in der Zimmerecke zu verkriechen. Ich habe mich wohl geirrt, sagte Agatha, die dringend ihren Kater fortbringen wollte. Falls er ernstlich krank wird, komme ich wieder. Miss Mapps wurde wieder nach draußen geschickt und Agatha setzte Hodge behutsam zurück in seinen Korb. Mrs. Raisin? Ja? In Agathas Teddybär-Augen war kein Funken Verliebtheit mehr, als sie ihn ansah. In Yisham gibt es ein ziemlich gutes chinesisches Restaurant. Ich hatte einen harten Tag und würde mir gerne etwas gönnen. Haben Sie zufällig Lust, mir beim Abendessen Gesellschaft zu leisten? Agatha durchfuhr eine wohlige Wärme. Wen kümmerten schon Katzen im Allgemeinen oder Hodge im Besonderen? Ja, gewiss doch, hauchte sie. Dann treffen wir uns dort um acht. Es heißt Yvesham Diner in einem alten Haus in der High Street. Siebzehntes Jahrhundert. Sie können es gar nicht verfehlen. Auf dem Heimweg kaufte Agatha eine Dose vom besten Lachs für Hodge, um ihr Gewissen zu beruhigen. Bis sie zu Hause war, Hodge gefüttert und ihn vor dem knisternden Kamin auf sein Kissen gelegt hatte, war Agatha beinahe überzeugt, dass der Tierarzt ihren Kater zwar streng und wenig mitfühlend angepackt hatte, aber nicht willentlich grausam gewesen war. Da sie unbedingt jemanden von ihrer Verabredung erzählen musste, rief Agatha die Vikarsfrau an, Mrs. Bloxby. Raten Sie mal, was passiert ist, eröffnete Agatha. Noch ein Mord? Besser. Unser neuer Tierarzt führt mich heute Abend zum Essen aus. Eine längere Stille trat ein. Sind Sie noch da? Fragte Agatha. Ja, bin ich. Ich überlege nur... Was? Warum lädt er Sie zum Essen ein? Ist das nicht offensichtlich? Er findet mich toll, sagte Agatha leicht gekränkt. Entschuldigung, ja, natürlich. Es ist nur so, dass ich den Eindruck habe, er hätte etwas Kaltes, Berechnendes an sich. Seien Sie vorsichtig. Ich bin keine Sechzehn mehr. Eben? Was dieses Eben bedeuten sollte, war Agatha klar. Sie sind eine Frau mittleren Alters, die sich leicht von der Aufmerksamkeit eines jüngeren Mannes blenden lässt. Jedenfalls sollten Sie sehr vorsichtig fahren, fuhr Mrs. Bloxby fort. Es fängt wieder an zu schneien. Enttäuscht legte Agatha auf. Aber dann begann sie zu grinsen. Natürlich. Mrs. Bloxby war eifersüchtig. Alle Frauen im Dorf waren hingerissen vom Tierarzt. Agatha zog den Vorhang zur Seite und sah hinaus. Schwerer, nasser Schnee fiel, der jedoch nicht liegen blieb. Um halb acht machte sich Agatha auf den Weg. Sie trug äußerst unbequeme Miederwäsche unter ihrem schwarzen Designer-Wollkleid und eine Perlenkette. Ihre Absätze waren sehr hoch, weshalb sie die Schuhe zum Fahren auszog. Sie fuhr den Hügel hinauf aus dem Dorf. Der Schnee wurde dichter und plötzlich, oben auf dem Hügel, passierte sie eine Art Wetterschranke. Von da ab schneite es deutlich stärker und die Straße war von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Als sie sich der A44 näherte, trat sie auf die Bremse und auf einmal geriet ihr Wagen ins Schlittern. Alles ging sehr schnell, atemberaubend schnell. Ihre Scheinwerferstrahlen schwenkten wild über die Winterlandschaft, bevor ein ekliges Knirschen verriet, dass der Wagen gegen die Steinmauer links von der Straße geprallt war. Zitternd schaltete Agatha die Lichter und den Motor aus und saß still da. Ein Wagen, der ihr in Richtung Dorf entgegenkam, hielt an. Die Autotür wurde geöffnet und wieder geschlossen. Dann ragte eine dunkle Gestalt neben Agathas Seitenfenster auf. Sie kurbelte die Scheibe herunter. Alles in Ordnung, Mrs. Raisin? Ertönte James Lacys Stimme. Ja, ich glaube, es ist noch alles heil, sagte Agatha und schlug verärgert auf ihr Lenkrad. Dieser verfluchte Schnee. Können Sie mich vielleicht nach Eveschim fahren? Sie machen Witze. Laut Wetterbericht soll es noch schlimmer werden und Sie sperren Fish Hill. Oh nein, vielleicht können wir einen anderen Weg nehmen, durch Chipping Kanten zum Beispiel. Seien Sie nicht albern. Läuft Ihr Motor noch? Agatha drehte den Zündschlüssel und der Wagen sprang an. Was ist mit den Scheinwerfern? Agatha probierte es und die schneebedeckte Wildnis leuchtete hell auf. James Lacey sah sich den Schaden vorn am Wagen an. Das Scheinwerferglas ist hinüber, genauso wie die Stoßstange, der Kühlergrill und das Nummernschild. Am besten setzen Sie zurück und fahren hinter mir her zurück ins Dorf. Wenn Sie mich nicht nach Eveschim bringen wollen, rufe ich ein Taxi. Versuchen Sie es. Er ging zu seinem Wagen und ließ den Motor an. Agatha wendete und folgte ihm. Vor seinem Haus parkte er, stieg aus und winkte ihr, bevor er drinnen verschwand. Agatha stürmte aus ihrem Wagen, vergaß völlig, dass sie keine Stiefel trug, und lief auf Strümpfen ins Haus. Sie griff nach dem Telefon, sah auf die Taxirufliste an der Wand und rief eine Nummer nach der anderen an. Kein Taxifahrer war gewillt, an solch einem Abend nach Eveschim oder sonst wohin zu fahren. Verdammt, dachte Agatha wütend, mein Auto fährt noch. Ich fahre selbst. Sie zog sich ein paar Stiefel über die nassen Füße und eilte wieder nach draußen. Doch sie war erst halb den verschneiten Hügel hinauf, als beide Frontscheinwerfer ausgingen und Dunkelheit sie einhüllte. Verärgert wendete sie abermals und kroch vorsichtig ins Dorf zurück. Kaum war sie wieder im Haus, rief sie im Restaurant an. Nein, sagte eine Stimme am anderen Ende, Mr. Blayden war nicht dort. Ja, er hatte einen Tisch reserviert und nein, er wäre wirklich nicht da. Maßlos enttäuscht ließ sie sich von der Auskunft die Nummer des Tierarztes in Mörster geben. Eine Frau meldete sich. Tut mir leid, Mr. Blayden ist gerade beschäftigt. Sie klang kühl und amüsiert. Hier ist Agatha Raisin. Er wollte mich heute Abend in einem Restaurant in Yvesham treffen. Bei dem Wetter kann er doch unmöglich fahren. Mit wem spreche ich bitte? fragte Agatha patzig. Mit seiner Frau? Oh! Agatha ließ den Hörer fallen wie eine heiße Kartoffel. Er war gar nicht geschieden. Was sollte das? Wenn er verheiratet war, dürfte er sich nicht mit ihr verabreden. Agatha hatte da strenge Prinzipien und wäre niemals mit einem verheirateten Mann ausgegangen. Sie kam sich blöd vor und nun hatte sie auch noch ein kaputtes Auto, das aller Welt zeigte, was aus ihrem Traum von der Verabredung geworden war. Der nächste Morgen brach neblig und mit noch mehr Schnee an. Agatha wartete händeringend, dass das Telefon läutete, denn gewiss würde Paul Bladen anrufen und irgendetwas sagen. Aber es rührte sich nicht. Schließlich entschied Agatha ihrem Nachbarn James Lacey einen Besuch abzustatten und sei es nur, um ihm auf subtile Weise zu erklären, dass sie ihm keineswegs nachstellte. Obgleich eine dünne Rauchspirale aus seinem Schornstein aufstieg und sein schneeverhüllter Wagen draußen parkte, machte niemand auf. Agatha fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen. Sie war sicher, dass er im Haus war und ihr nicht öffnen wollte. Am Nachmittag klingelte es an der Tür. Agatha blickte prüfend in den Dielenspiegel, schnappte sich den Lippenstift, der stets auf einem kleinen Tisch bereit lag, und zog ihre Lippen nach. Dann strich sie ihr Kleid glatt und öffnete die Tür. Ach, Sie sind's, sagte sie, als sie in die asiatischen Züge von Detective Sergeant Bill Wong sah. Was für eine euphorische Begrüßung! Wie stehen meine Chancen auf eine Tasse Kaffee? Kommen Sie rein! Agatha beugte sich vor und sah sich hoffnungsvoll auf der Straße um. Wen hatten Sie erwartet? fragte er, als sie in der Küche saßen. Eine Entschuldigung. Unser neuer Tierarzt, Paul Blayden, hat mich gestern Abend zum Essen in Yvesham eingeladen, aber ich bin oben am Hügel ins Schleudern gekommen und konnte nicht weiterfahren. Wie sich später herausstellte, war er ohnehin nicht ins Restaurant gekommen. Ich habe bei ihm zu Hause angerufen und da nahm eine Frau ab, die behauptete, seine Frau zu sein. Kann nicht sein, sagte Bill. Er lebt seit etwa fünf Jahren von seiner Frau getrennt und letztes Jahr wurde die Scheidung rechtskräftig. Was für ein dummes Spiel soll das denn sein? Sie meinen, mit wem spielt er? Ein verschneiter Abend, keine Chance, nach Yvesham zu kommen, stattdessen ein bisschen Spaß zu Hause. Tja, trotzdem hätte er anrufen können. Apropos Ihr Liebesleben, wie war es auf den Bahamas? Gut, antwortete Agatha. Ich habe ein bisschen Sonne getankt. Und zufällig Mr. Lacey getroffen? Nein, womit auch nicht zu rechnen war. Er war ein Kairo. Das wussten Sie, bevor Sie abgeflogen sind? Was wird das hier? Ein Verhör? Nein, dahinter steckt rein freundschaftliches Interesse. Es freut mich, dass Hodge guter Dinge ist. Er sieht kerngesund aus. Hodge ist auch kerngesund. Die Mandelaugen, die im weislichen Licht des Küchenfensters glitzerten, beobachteten Agatha sehr aufmerksam. Warum musste der arme Hodge dann zu diesem Tierarzt? Spionieren Sie mir nach? Nein, ich kam bloß zufällig gestern vorbei und sah, wie Sie mit dem Katzenkorb zur Tierarztpraxis gingen. Ich wollte lediglich nachsehen lassen, ob der Kater alle Impfungen hat, die er braucht. Entschuldigung, aber es ist schon eine komische Sache mit Bladen. Was? Vor einer Weile wurde er Peter Rice's Partner in der Praxis in Mölster. In den ersten Wochen standen die Frauen Schlange bis draußen auf die Straße. Und dann auf einmal war es vorbei. Anscheinend ist Bladen nicht besonders gut im Umgang mit Haustieren. Für Nutzvieh und Pferde soll er ein echtes Händchen haben, aber Katzen und kleine Hunde kann er nicht ausstehen. Nachdem Bill gegangen war, rief Agatha bei der örtlichen Autowerkstatt an und beauftragte sie, ihren Wagen abzuschleppen. Wenig später sah sie zu, wie ihr Auto hinten auf den Abschleppwagen gezogen und weggebracht wurde. Dann beschloss sie, in den Red Lion zu gehen. Als sie gerade in ihren Schaffellmantel schlüpfen wollte, klingelte das Telefon plötzlich so schrill, dass Agatha zusammenzuckte. Sie nahm ab, sicher, dass es Paul Bladen sein musste, der sich endlich meldete, doch stattdessen fragte eine Stimme, die sie nicht gleich erkannte, Agatha? Ja? Wer ist da? fragte Agatha, die vor Enttäuschung gereizt war. Hier ist Jack Pomfret. Erinnern Sie sich an mich? Agatha strahlte. Jack Pomfret war ihr Konkurrent im PR-Geschäft gewesen, aber sonst waren sie immer gut miteinander ausgekommen. Selbstverständlich. Wie geht's? Ich habe ungefähr gleichzeitig mit ihnen verkauft, sagte er. Ich dachte, ich schneide mir eine Scheibe von ihnen ab, gehe früh in den Ruhestand und genieße das Leben. Aber das ist ganz schön langweilig, falls Sie verstehen, was ich meine. Oh ja, antwortete Agatha voller Inbrunst. Deshalb überlege ich, wieder einzusteigen und ich hatte mich gefragt, ob Sie nicht meine Partnerin sein wollen. Der Zeitpunkt ist ungünstig. Wir sind mitten in einer Rezession. Große Firmen brauchen trotzdem PR und ich habe zwei, die interessiert wären. Jobsons Electronics und Whiter Washing Powder. Agatha war beeindruckt. Sind Sie zufällig irgendwo in der Nähe? Wir sollten uns zusammensetzen und das in Ruhe besprechen. Naja, ich hatte mir gedacht, dass Sie vielleicht nach London kommen können. Mach ich. Ich nehme mir ein Hotel in der Stadt. Geben Sie mir Ihre Nummer. Ich melde mich dann. Agatha notierte die Telefonnummer und wollte schon ihr Lieblingshotel anrufen, als sie innehielt. Verdammt! Hodge! Sie konnte das arme Tier nicht schon wieder in die Katzenpension bringen. Dann fiel ihr ein, dass sie früher ab und zu ausländische Klienten in einem teuren Ferienapartmenthaus untergebracht hatte. Sie rief an und reservierte sich eine Wohnung für zwei Wochen. Ob dort Haustiere erlaubt waren, wusste Agatha nicht, aber sicherheitshalber fragte sie nicht. Hodge könnte zwei Wochen in einer Wohnung überleben. Und bei diesem lausigen Wetter allemal. Agatha konnte sich nicht direkt ins geschäftliche stürzen, denn Hodge, der seine destruktiven Züge in Carsley draußen hatte ausleben können, schärfte seine Krallen in der Ferienwohnung in Kensington an den Möbeln. Also musste Agatha zunächst einen Kratzbaum besorgen. Schließlich hatte Hodge sich einigermaßen eingelebt und Agatha rief Jack Pomfret an, der ein Mittagessen im Savoy Grill vorschlug. Jack Pomfret, ein schmaler Oxbridge-Typ, der das Alter mittels Jeans und Haartolle bekämpfte, gab sich entzückt über Agathas Erscheinen. Neugierig fragte sie ihn, warum er eigentlich verkauft hatte. Aus demselben Grund wie sie, sagte er mit einem jungenhaften Grinsen. Ich hab gedacht, viel Freizeit gefällt mir. Wir, also meine Frau Marsha und ich, haben sogar eine Zeit lang in Spanien gelebt, aber das Klima ist nichts für uns. Aber erzählen Sie mir alles von sich und was Sie gemacht haben. Agatha lehnte sich zurück und prallte mit ihrer Rolle bei der Aufklärung eines Mordfalls. Sie schmückte die Geschichte reichlich aus. Das Landleben muss sie doch vollkommen anöden, meine Gute, sagte er und hatte ein Lächeln in den Augen, das Agatha an den Tierarzt erinnerte. Das Provinzvolk, die Bauern Trampel. Ich gestehe, dass es mich langweilt, sagte Agatha. Ich bin das Landleben einfach nicht gewöhnt. Sie plauderten, bis der Kaffee serviert wurde. Dann kamen sie zum Geschäftlichen. Jack sagte, es wären Büros in Marble Arch zu vermieten. Anfangs bräuchten sie nicht mehr als drei Räume. Agatha sah sich die Zahlen an. Alles schien sorgfältig zusammengetragen. Die Miete ist sehr hoch, sagte Agatha. Wir sollten lieber sicher sein, dass wir genug Aufträge haben, bevor wir uns bei solch eine Adresse einmieten. Würden sie die beiden dicken Fische überzeugen, die ich erwähnt habe? Jobsons Electronics und White Washing Powder? Unbedingt. Zufällig sind gerade beide Geschäftsführer zu einer Konferenz in London. Wissen sie was? Kaufen sie ein paar Getränke und Häppchen und ich komme mit den Zweien zu Ihnen. Ich rufe sie später an und sage ihnen die Zeit. Tja, wenn sie Kontakte wie die haben, dürften wir binnen Wochen wieder in der Oberliga mitspielen, sagte Agatha. Er meldete sich später zurück und kam am nächsten Tag mit den beiden Geschäftsmännern in ihre Wohnung. Es war ein angenehmes Treffen, besonders für Agatha, mit der die beiden ausgiebig flirteten. Nachdem sie gegangen waren, blieb Jack noch auf einen Drink, ehe er aufstand, Agatha einen Kuss auf die Wange gab und sagte, ich nenne ihnen ein faires Angebot für ihren Anteil an der Firma. Sie stellen mir einen Scheck aus und überlassen den ganzen lästigen Kleinkram mir. Sie sind fantastisch mit Klienten, Agatha, waren sie schon immer. Die beiden haben ihnen förmlich aus der Hand gefressen. Wie viel? fragte Agatha. Er nannte eine Zahl, bei der Agatha schlucken musste. Er setzte sich wieder und zog mehrere Tabellen aus seiner Tasche. Agatha überlegte. Die Summe, die er sich vorstellte, würde ihre gesamten Ersparnisse vertägen. Dann hatte sie nur noch das Cottage in Carsley, das sie nicht mehr brauchen würde, wenn sie wieder ins Geschäft einstieg. Ich möchte es gern überschlafen, sagte sie. Lassen Sie mir die Unterlagen hier. Jack ging und Agatha wünschte, sie hätte weniger getrunken, als sie auf die Zahlen starrte. Sie brauchten die gesamte Grundausstattung wie Computer und Faxgeräte, Schreibtische und Stühle, Büromaterial und, nicht zu vergessen, eine ordentliche Eröffnungsparty. Ich bin mir nicht sicher, murmelte sie. Was meinst du, Hodge? Hodge? Doch von dem Kater war nichts zu sehen. Agatha suchte die kleine Wohnung ab, unter dem Bett, in den Schränken und Wandschränken, kein Hodge. Der Kater musste rausgeschlichen sein, als die Gäste gingen. Hastig warf Agatha sich ihren Mantel über und ging die Treppe hinunter, statt den Fahrstuhl zu nehmen. Ihr war schlecht vor Sorge. Wenn dies hier Carsley wäre, sagte eine Stimme in ihrem Kopf, würde das ganze Dorf mitsuchen. Agatha lief die Plätze und Gärten von Kensington ab, während der Verkehrslärm ihre panischen Rufe übertönte. Sie fragte in allen Läden in der Gloster Road, was sinnlos nach einem verlorenen Haustier suchte und keiner hatte den Kater gesehen oder nahm im mindesten Anteil. Unglücklich wanderte sie zurück durch Cornwall Gardens. Und dann sah Agatha eine Katze langsam auf sich zukommen. Eine Tigerkatze! Vorsichtig näherte Agatha sich ihr und murmelte ein leises Stoßgebet. Hodge war ein Tigerkater, grau und schwarz gestreift, mit hin nicht direkt ein originell aussehendes Tier. Hodge, sagte Agatha sanft. Der Kater blieb stehen und sah zu ihr auf. Ja, da bist du ja. Glücklich nahm sie den Kater auf den Arm. Gut, dass jemand den Armstreuner holt, sagte ein Mann, der seinen Hund ausführte. Ich wollte schon beim Tierschutz anrufen. Seit fast zwei Wochen treibt er sich hier schon rum in dieser Kälte. Na, Katzen sind Überlebenskünstler, nicht? Das ist mein Kater, sagte Agatha, drückte das Tier an sich wie eine Mutter ihr verletztes Kind und eilte in ihre Wohnung. Sie öffnete die Tür, schloss sie fest hinter sich zu und setzte den Kater ab. Du brauchst warme Milch. In der winzigen Küche stand Hodge vom Stuhl auf und streckte sich gähnend. Wie bist du denn so schnell hierher gekommen? fragte Agatha. Verwundert drehte sie sich um. Der kleine Tiger, den sie in Cornwall Gardens aufgesammelt hatte, kam leise maunzend herein. Im hellen Lampenlicht erkannte Agatha, dass es ein hageres Tier war, ganz anders als Hodge. Zwei von denen, Agatha stöhnte. Sie Katzen halten, eine machte schon genug Umstände. Sie dachte daran, die neue Katze zurück in den kleinen Park zu bringen, aber das wäre grausam. Also wärmte sie Milch und füllte sie in zwei Katzenschälchen. Hodge schien den Familienzuwachs gelassen hinzunehmen. Als sie ins Bett ging, legten sich die Katzen links und rechts von ihr auf die Decke. Eigentlich war es kuschelig. Am nächsten Morgen wurde sie wach und dachte immer noch an Carsley. Sie entschied Bill Wong anzurufen und ihm ihre Neuigkeiten mitzuteilen. Bei der Polizei in Merster sagte man ihr, dass er seinen freien Tag hatte, also rief sie bei ihm zu Hause an. Bill hörte sich aufmerksam an, was Agatha ihm von ihren Plänen und dem Besuch der beiden Geschäftsführer erzählte. Dann trat Stille ein, bevor er in seinem Gloster Akzent sagte das ist seltsam. Was? Ich meine, zwei leitende Manager großer Konzerne tauchen einfach so auf. Ich weiß ja nicht viel über die Wirtschaftswelt. Nein, wissen sie nicht. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass man eher ein Treffen mit der Werbeabteilung der Firmen vereinbart. So was in der Richtung. Ach, die waren nur zufällig der Stadt. Und was wissen sie eigentlich über diesen Jack Pomfret? Sie wollen ihm doch hoffentlich keinen Batzen Geld in die Hand drücken, oder? So naiv bin ich nicht, sagte Agatha verärgert, denn allmählich begann sie zu denken, dass sie es doch war. Es ist eine gute Art, mehr über Leute zu erfahren, wenn man bei ihnen zu Hause vorbeischaut. Normalerweise bekommt man eine ziemlich genaue Vorstellung von jemandem, wenn man sieht, wie er lebt und mit wem er verheiratet ist. Vielleicht haben sie in Carsley verlernt, wie übel die Welt sein kann. Agatha setzte sich mit einem Kaffee und einer Zigarette hin, um die Papiere durchzugehen, die Jack ihr gegeben hatte. Erwartete er allen Ernstes, dass sie ihm einen Scheck in die Hand drückte, ohne einen Nachweis zu haben, dass er genauso viel investierte? Nachdem sie ein Klemmbrett aus ihrer Aktentasche geholt und die Papiere fixiert hatte, rief sie Roy Silver an. Roy war ein junger Mann, der früher für sie gearbeitet hatte. »Aggie, Süße«, begrüßte er sie in seinem üblichen Sing-Sang. »Ich hatte schon überlegt, dich mal wieder zu besuchen. Was treibst du so? Ich flüchtig. Du hast nicht zufällig seine Adresse? Doch, wie es das Schicksal will, habe ich sie. Ich hatte mir dein Buch mit den Geschäftsadressen unter den Nagel gerissen, als du aufgehört hast. Und schimpf nicht, du hättest es sowieso irgendwo liegen gelassen. Mal sehen, ah ja, 121 Keinens Muse Kensington. Willst du auch die Telefonnummer? Die habe ich, aber es ist keine in Kensington. Egal, ich gehe da vorbei, es ist gleich um die Ecke. Wie lange bist du in London? Ich gehe mal davon aus, dass du in London bist. Wollen wir uns treffen? Später vielleicht, sagte Agatha. Ich melde mich wieder, doch jetzt muss ich mich erst mal um etwas anderes kümmern. Mit diesen Worten verabschiedete Agatha sich und legte auf. Warum hatte Jack nicht erwähnt, dass er direkt um die Ecke wohnte? Sie ging zum Ende der Canons Muse und klingelte bei Nummer 121. Eine sehr hagere Frau öffnete. Mr. Pomfret? fragte Agatha. Der wohnt hier nicht mehr, sagte die Frau giftig. Ich habe ihm das Haus abgekauft und ich bin nicht seine Sekretärin. Ich weigere mich noch mehr Briefe an ihn weiterzuleiten. Er kann gefälligst die Paar Pfund für einen Nachsende Antrag ausgeben. Wenn Sie mir seine Adresse geben, kann ich ihm die Briefe mitbringen, die hier angekommen sind. Meinetwegen, warten Sie hier, ich schreibe sie Ihnen auf. Agatha stand in der Eiseskälte auf dem überfrorenen Pflaster. Ihr Atem bildete kleine weiße Dampfwolken vor ihrem Gesicht. Die Frau kam wieder an die Tür. So, hier ist die Adresse. Sie reichte Agatha einen Zettel und einen Stapel Briefe. Agatha dankte ihr, steckte die Briefe in ihre Aktentasche und blickte verwundert auf die Adresse, während die Frau die Tür wieder schloss. 8A Ramillis Crestjent Archway In dem verfallenden Vorort gab es noch ein paar Einfamilienhäuser und einige bessergestellte Leute lebten dort bis heute, doch 8A ließ auf eine Erdgeschosswohnung schließen. Agatha machte sich auf den Weg zur Gloucester Road U-Bahn, von wo aus sie die District Line bis Embankment nahm, weil sie nicht dauernd umsteigen wollte, bis sie die Northern Line nach Archway erreichte. Sobald sie sich in der Northern Line einen Platz gesucht hatte, holte sie die Briefe aus ihrer Tasche. Die meisten waren gewöhnliche Werbebriefe, aber es war auch ein Schreiben von der Einkommensteuer dabei. Dann nahm sie sich ihren Stadtplan von London vor und schlug Ramillis Crestjent auf, das sich als Straßengewirre hinter dem Krankenhaus entpuppte. Am Bahnausgang in Archway, der direkt an einer großen Kreuzung lag, wirkte ausnahmslos jeder Passant deprimiert und verloren. Agatha stapfte den steilen Berg von der Bahn hinauf und bog am Krankenhaus in Richtung Ramillis Crestjent ab. In dem Straßenbogen standen heruntergekommene viktorianische Stadthäuser. Agatha kam zu Hausnummer 8. Tatsächlich war 8a die Erdgeschosswohnung. Agatha läutete. Marsha Pomfret, daran erinnerte sie sich vage, war eine große, eindrucksvolle Blondine. Zuerst erkannte Agatha sie gar nicht wieder. Denn die Frau, die ihr öffnete, hatte ein blasses, faltiges Gesicht und schmutzig blondes Haar mit dunklen Ansätzen. Marsha wusste offenbar auch nicht, wen sie vor sich hatte. Wir kaufen nichts, sagte sie genervt. Agatha entschied sich zu lügen. Ich verkaufe auch nichts, erwiderte sie strahlend. Eine Bekannte hat mir ihren Namen gegeben. Denn wie sie sagte, haben sie und ihr Ehemann einige Zeit in Spanien gelebt. Ich mache eine Umfrage im Auftrag der spanischen Regierung. Wir möchten gerne wissen, warum sich britische Familien in Spanien niederlassen, dann aber wieder nach England zurückkehren. Unterdessen holte sie ihr Klemmbrett und einige Papiere hervor und sah Marsha erwartungsvoll an. Was soll's, kommen Sie rein, sagte Marsha, ich rede hier eh den ganzen Tag mit den Wänden. Sie ging voraus in ein dunkles Wohnzimmer. Agatha setzte sich auf ein abgewetztes Sofa. Also, sagte sie munter, was hat sie nach Spanien verschlagen? Das war die Idee meines Mannes Jack. Er hatte immer den Traum, mal eine Bar zu haben. Und er dachte, dass er das kann. Er hat seine Firma und das Haus verkauft und eine kleine Bar an der Costa del Sol gekauft. Die nannte er Home from Home, machte alles auf Britisch, mit San Miguel Bier und englischen Fleisch Pasteten. Wir haben in einer winzigen Wohnung über der Bar gelebt. Das war echte Sklavenarbeit, sage ich Ihnen. Er stand ja nur an der Theke und hat mit den Schnäpfen am Tresen geplaudert, aber ich stand in der Küche und habe englisches Essen gekocht, während es draußen brütend heiß war. Und lief die Bar gut? fragte Agatha, die vorgab, sich Notizen zu machen. Nee, wir waren nur eine typisch englische Bar von vielen. Das wird schon, meinte Jack immer. Bald liegen wir den ganzen Tag am Strand und lassen andere für uns arbeiten. Aber es war ein einziges Verlustgeschäft. Am Ende haben wir verkauft und sind zurückgekommen. Und hier stehen wir nun vor dem Nichts. Agatha stellte noch einige Fragen über Spanien und die Spanier um den Schein zu wahren. Schließlich steckte sie ihr bald wieder auf die Beine kommen. Marsha zuckte träge mit den Schultern. Haben sie Kinder? fragte Agatha. Marsha schüttelte den Kopf. Besser so. Es ist wirklich besser so, dachte Agatha unglücklich, als sie die Straße hinunter ging. Denn sollte Jack herausfinden, dass sie ihm nicht auf den Leim gegangen war, könnte er sich auf die Suche nach einer neuen Frau machen. Vorzugsweise einer mit Geld. erinnerte sich an seine Briefe, blieb an einem Briefkasten stehen und änderte die Adresse, ehe sie den ganzen Stapel einwarf. Jack Pomfret stand auf der Rolltreppe in der U-Bahn-Station Archway und fuhr nach oben, als er Agatha Raisin auf der entgegenkommenden Rolltreppe entdeckte. Eilig versteckte er sich hinter seiner Independent Ausgabe. So wie er aus dem U-Bahn-Hof war, rannte er nach Hause. War diese Raisin hier? fragte er. Welche Raisin? erwiderte Marsha. Hier war nur eine Frau von der spanischen Regierung, die etwas über ausgewanderte Briten wissen wollte. Wie sah sie aus? Glattes braunes Haar, braune Augen, leicht gebräunt. Du bescheuerte Ziege, das war Agatha Raisin, die herumgeschnüffelt hat. Was hast du ihr erzählt? Ich habe ihr gesagt, dass wir mit der Bar in Spanien kein Glück hatten. Wie soll ich denn ahnen, dass sie mir etwas vormacht? Jack lief im Zimmer auf und ab. Was hatte er es sich kosten lassen, um die Kuh im Savoy durchzufüttern? Und für die beiden Schauspieler, mit denen er bekannt war, damit sie Manager mimten. Aber vielleicht war ja doch noch etwas zu retten. Agatha packte ihre Sachen und zog in eine andere möblierte Wohnung in Knightsbridge hinter Harrods. Sie wusste, dass Jack zu ihr kommen würde und diese Begegnung wollte sie tunlichst vermeiden. Wie jeder, der hereingelegt worden war, schämte sie sich für ihre Gutgläubigkeit. Zwischen Theater, Kino und Restaurant besuchen brachte Agatha die neue Katze in dass es sich um ein weibliches Tier handelte und ließ es impfen. Sie nannte die Katze Boswell, Geschlecht hin oder her, weil sie die literarischen Bezüge beibehalten wollte. Am Wochenende fuhr sie mit zwei Katzenkörben nach Carsley zurück. Agatha dachte wieder an den Tierarzt Paul Bladen. Da sie nun eine neue Katze hatte, hatte sie einen echten Grund zu ihm zu gehen. Falls man Bill Wong jedoch glauben konnte, mochte Paul Bladen keine Katzen. Dennoch könnte sie ihn besuchen und um ein Medikament bitten. Eigentlich hatte sie Bill Wongs Worte auch nicht ganz für bare Münze genommen. Deshalb war sie erstaunt, als sie in einem leeren Wartezimmer stand. Miss Mapps blickte gelangweilt von einer alten Zeitschrift auf und sagte, Mr. Bladen wäre oben in Lord Pendlebury's Rennstall, käme aber bald zurück. Agatha wartete und wartete. Nach etwa einer Stunde betrat Paul Bladen die Praxis, nickte Agatha kurz zu und verschwand in seinem Sprechzimmer. Agatha war drauf und dran wieder zu gehen. Doch schon nach wenigen Minuten forderte Miss Mapps sie auf, ins Sprechzimmer zu gehen. Paul Bladen hörte sich Agathas Geschichte von der angeblichen Augenentzündung ihrer neuen Katze an, stellte ihr ein Rezept aus und sagte ihr, dass es das Medikament in der Drogerie in Morton in Marsh gäbe. Dann wartete er offenbar darauf, dass sie wieder verschwand. Finden sie nicht, dass sie mir eine Erklärung schulden? fragte Agatha. Ich habe versucht, in das Restaurant in Yvesham zu fahren und bin in eine Mauer geschlittert. Dann wollte ich sie anrufen und sprach mit schlagartig wurde er ausgesprochen charmant. Das tut mir unsagbar leid, Mrs. Raisin. Das Wetter war so furchtbar, dass ich sicher war, sie würden zu Hause bleiben. Die Frau am Telefon war meine Schwester, die herumgealbert hat. Verzeihen Sie mir. Wie wäre es, wenn wir das heute Abend nachholen? In Myrster gibt es ein neues griechisches Restaurant nahe dem Kloster. Wir könnten uns dort um acht treffen. Sie zögerte, wobei sie zum Fenster sah. Ausgerechnet in diesem Moment ging James Lacey vorbei, selbst gewiss wie immer. Ja, gern, sagte Agatha, dann bis heute Abend. Als Agatha nach Hause kam, läutete das Telefon. Es war Jack Pomfret. Agatha, Agatha, ich kann alles erklären. Sie knallte den Hörer auf. Sofort klingelte es wieder. Agatha riss den Hörer wieder hoch. Lass mich in Frieden, du Betrüger, wenn du glaubst. Mrs. Raisin, ich bin's, Bill. Oh, ich habe doch gesagt, nennen sie mich Agatha. Entschuldigung, Agatha, das Geschäft war also kein Geschäft? Nein. Schade. Wie wäre es mit Abendessen heute? Bill Wong war in den Zwanzigern und folglich hatte jede Einladung von ihm einen rein freundschaftlichen Hintergrund. Trotzdem fühlte Agatha sich geschmeichelt und war beinahe versucht, den Tierarzt zu versetzen. Ich habe schon was vor, Bill. Wie sieht es nächste Woche aus? Klar, vorher sehen wir uns sicher noch. Mit wem sind sie verabredet? James Lacey? Nein, dem Tierarzt. Aus dem Regen in die Traufe. Was soll das denn heißen? Meinen sie etwa, er ist hinter meinem Geld her? Tja, lassen sie sich's gesagt sein, Bill Wong, dass viele Männer mich attraktiv finden. Ja, sicher doch, es war nur so dahingeredet. Bloß ein Scherz. Bis bald. Agatha probierte diverse Kleider an und gab es schließlich auf. Sie wollte sich schon in einem alten Rock und einer schlichten Bluse auf den Weg machen, als sie zurück ins Haus lief und sich in eine figurformende Strumpfhose und ihr teures Wollkleid warf und eine Perlenkette umlegte. Dann klebte sie sich die falschen Wimpern an, die sie in London gekauft hatte. Agatha fuhr am Fluss Voss entlang nach Mölster, eine alte Ortschaft, die um eine mittelalterliche Abtei gebaut war. Das Restaurant fand sie problemlos. Es mutete eher wie ein Schmuddellokal mit geschlossenen Vorhängen an, doch Agatha war sicher, dass sie drinnen nichts als Wärme und Eleganz erwarten würde. Entsprechend groß war ihr Schock, als sie es betrat. Der Linoleumboden war rissig, auf den Tischen lagen karierte Wachstuchdecken und an den Wänden hingen schlechte Vergrößerungen typischer Postkarten, Motive von der Akropolis, Delphi und anderen griechischen Sehenswürdigkeiten. Paul Bladen stand auf, um Agatha zu begrüßen. Er trug sein altes Tweetsacko und ein Hemd mit offenem Kragen. Sie sehen sehr schick aus, sagte er. Ich wusste nicht, dass es so ein uriges Restaurant ist. Agatha setzte sich. Das Essen macht den Mangel an Eleganz wett. Er schenkte ihre Zina aus einer Karaffe ein. Agatha nahm einen Schluck, stellte fest, dass er wie Feuerzeugbenzin schmeckte und hoffte, dass zumindest der Alkoholgehalt stimmte. Eine dürre Kellnerin, deren Make-up ohne weiteres den Titel Rückkehr der Mutantinnen verdient hätte, kam mit ihrem Bestellblock zu ihnen. Sie wünschen, fragte sie wenig motiviert. Agatha klimperte Paul mit ihren falschen Wimpern an und sagte, wählen sie für mich. Angeblich handelte es sich bei dem, was man ihnen verdächtig rasch auftischte, um gefüllte Weinblätter. Tatsächlich waren es Kohlblätter mit wässriger Reisfüllung. Paul Bladen redete derweil von seinen Hoffnungen, Carsley die tierärztliche Versorgung zu bieten, die man dort bräuchte, während Agatha sich statt aufs Essen aufs trinken konzentrierte. Aber jetzt erzählen sie mir von sich, sagte er schließlich und sah sie lächelnd an. Wie landet eine solch gebildete, erfolgreiche Frau wie sie in einem Dorf in den Cotswolds? Die beschwipste Agatha fühlte sich geschmeichelt und erzählte ihm von ihrem Kindheitstraum, einmal ein Cottage auf dem Lande zu besitzen und von ihrer erfolgreichen PR-Agentur, die sie verkauft hatte, um sich frühzeitig in den Ruhestand zu begeben. Sehr frühzeitig, ergänzte sie. Er griff über den Tisch hinweg nach ihrer Hand. Sie haben ihren Ehemann gar nicht erwähnt. Agatha zuckte mit den Schultern. Den habe ich schon vor vielen Jahren verlassen. Ich nehme an, dass er tot ist. Agatha hatte es nie für nötig gehalten, die Scheidung zu beantragen. Pauls Hand war warm, trocken und fest, und Agatha fühlte sich zittrig und atemlos, fast wie bei einem ersten Date. Ich rede die ganze Zeit, sagte sie, was ist mit Ihnen? Ich arbeite an einem Traum. Er ließ ihre Hand los, als die Kellnerin mit zwei klebrigen Kuchenstücken kam, die vor Honig troffen, und zwei Tassen mit vermeintlich griechischem Café. Ich möchte gerne eine richtig gute Tierklinik aufbauen, doch dafür braucht man Kapital. Da sollten sie die Damengesellschaft von Carsley fragen, die sind unglaublich gut im Spenden sammeln. Schon nur fürchte ich, dass sie im Gegensatz zu Ihnen zu provinziell sind, um solch ein Projekt zu erfassen. Das würde ich nicht sagen. Agatha dachte an Mrs. Bloxby. Die Damen sind jedenfalls mit sehr viel Elan bei allem, was sie tun. Wissen sie was? Ihre erste Spende kriegen sie von mir. 20 Pfund beschloss Agatha großmütig. Schließlich bezahlte er dieses scheußliche Essen. Wieder ergriff er ihre Hand. Offensichtlich schmeckt ihnen der Kaffee nicht. Ich mag lieber Filter Kaffee. Fahren wir doch zu mir, dann mache ich Ihnen welchen. Er streichelte mit dem Daumen über ihre Hand Innenfläche. Das ist es, überlegte Agatha, als sie ihm durch die gewundenen Straßen nachfuhr. Hierfür habe ich mich so aufgebrezelt. Leider schwand ihre angetrunkene Euphorie schon wieder. Paul im Wagen vor ihr hielt an einem kleinen viktorianischen Haus Als Agatha ihm in die dämmrige Diele folgte und er sich mit einem allzu vertraulichen Lächeln zu ihr umdrehte, überkam sie plötzlich Panik. Sex. Mit diesem Gedanken stellten sich jede Menge Ängste ein. Sie hatte ihre Achseln nicht rasiert. Was, wenn sie nicht gelenkig genug war? Im Haus war es kalt und eine ihrer falschen Wimpern löste sich, das spürte sie genau. Wenn sie sich vor ihm ausziehen musste und er sah, wie sie sich mühsam aus der Form Strumpfhose pellte. Ich muss gehen, sagte sie hastig. Ich habe vergessen, den Katzen Wasser hinzustellen. Agatha, Agatha, denen geht es gut. Kommen sie her. Und ich erwarte einen wichtigen Anruf aus New York. Und also danke für das Abendessen. Nächstes Mal geht es auf mich. Ehrlich, ich muss los. Agatha stürmte auf ihren wackeligen Absätzen den Gartenweg hinunter. Sie schloss ihren Wagen auf, sprang beinahe hinein und fuhr los. Ihre Panik ebbte erst ab, als sie sicher aus der Stadt und auf dem Heimweg war. Ihr Benehmen war vollkommen idiotisch gewesen. Kein einziges Mal kam ihr der Gedanke, dass ihr der möglich zuwider geworden war. Diese Vorstellung war viel zu altmodisch und wenn Agatha Raisin eines war, dann eine moderne Frau. Am nächsten Vormittag fuhr Paul Bladen wieder zu Lord Pendleburys Rennstall. Er sollte an einem der Rennpferde eine Operation nach Hop Day vornehmen, um das Kehlkopf pfeifen zu beseitigen. Dazu musste er die Stimmbänder durchtrennen. Er zog Immobilon, mit dem er das Tier betäuben wollte, in eine Spritze auf. Auf dem kleinen Tisch, den er mit in den Stall gebracht hatte, stellte er ein Fläschchen Rivivon bereit. Er brauchte es nach der Operation, wenn das Pferd wieder geweckt werden sollte. Außerdem packte er noch Narkon aus, ein starkes Gegenmittel gegen das Immobilon, für den Fall, dass versehentlich etwas von dem Mittel in seinen brav, sagte er und streichelte dem unruhig scharrenden und wiehernden Pferd die Nüstern. Ihn ärgerte, dass Lord Pendlebury es für unnötig hielt, ihm einen Stallburschen als Helfer zur Seite zu stellen. Durch das offene Stalltor schien die Sonne herein und warf ein riesiges goldenes Rechteck auf das Kopfsteinpflaster zu Bladens Füßen. Er nahm die Spritze auf und wollte das Narkosemittel in die Halsschlagader injizieren. In dem Moment verdunkelte sich der Goldschein unter ihm, als wäre eine Wolke vor die Sonne gerückt. Dann traf ihn etwas Hartes am Hinterkopf, sodass er der Länge nach hinschlug. Erschrocken, aber nicht ohnmächtig, drehte er sich auf dem Pflaster herum. Was machst du denn? begann er. Eine Hand entwand ihm die Spritze. Und das nächste, was er spürte, war ein stechender Schmerz, als ihm die Nadel in die Brust fuhr. Verzweifelt wollte er zum Tisch greifen, auf dem das Gegengift stand. Sogar Revivon, mit dem er das Pferd wecken wollte, würde wirken, falls er das Narkon nicht erreichte. Doch der Tisch wurde umgetreten und Bladen starb binnen Sekunden. Agatha erfuhr am darauffolgenden Tag von Bill Wong, dass Bladen tot war. Als erstes empfand sie eine höchst egoistische Erleichterung, dass er nicht mehr herumerzählen könnte, wie sie aus seinem Haus geflohen war. Es war ein tragischer Unfall, sagte Bill. Manche Tierärzte arbeiten nicht mit Immobilon, weil es tödlich ist. Vor einiger Zeit gab es schon einen Fall, bei dem ein Tierarzt sich die aufgezogene Spritze in die Brusttasche gesteckt hatte, als er auf das Pferd zuging. Das Tier stieß ihm den Kopf gegen die Brust, die Spritzennadel stach den Arzt und er war praktisch auf der Stelle tot. Man sollte meinen, dass die Ärzte ein Gegenmittel in Reichweite haben, murmelte Agatha. Oh ja, das haben sie immer, nur bleibt ihnen meistens nicht die Zeit danach zu greifen. Paul Bladen hatte es auf einem kleinen Tisch stehen, aber entweder hat er diesen im Todeskampf umgestoßen oder das Pferd kippte ihn um. Dann ist es wie bei Zyankali, dass man starke Krämpfe hat? Nein, eigentlich nicht, antwortete Bill. Im Grunde ist es eine gute Art Selbstmord zu begehen, schnell und schmerzlos. Eines war allerdings interessant. Was? Agathas Augen leuchteten. Nein, so interessant auch wieder nicht. Kein Mord. Er hatte eine Beule am Hinterkopf. Aber natürlich geht man davon aus, dass er sich die beim Sturz zuzog, obwohl er auf der Seite liegend gefunden wurde. Seine Fingerabdrücke waren auf der Tischkante, als hätte er noch versucht, an das Gegengift zu kommen. Und er war ganz allein? Ja. Liest man zwischen den Zeilen von Lord Pendleburys Aussage, hat der Tierarzt ziemlich arrogant Hilfe verlangt. Darauf sagte Lord Pendlebury, seine Stallburschen wären allesamt beschäftigt und sorgte dafür, dass sie es auch waren. Es sollte eine Operation gegen Kehlkopfpfeifen durchgeführt werden. James Lacey stand vor Agathas Haustür. Zwei Monate zuvor hatte sie ihm eine Pastete gebacken und er hatte ihr die Form zurück bringen sollen. Das hatte er allerdings immer wieder aufgeschoben. Nun machte ihm die Tatsache, dass sie offensichtlich aufgehört hatte, sich für ihn zu interessieren neuen Mut. Er klingelte und hoffte insgeheim, dass sie nicht zu Hause war und er doch Agatha öffnete die Tür. Kommen Sie doch auf eine Tasse Kaffee herein, sagte sie und nahm ihm die Pasteten Form ab. Wir sitzen in der Küche. Das Wir beruhigte James Lacey so weit, dass er eintrat. Er schrieb an einer Militär Geschichte und wie alle Schriftsteller war auch er die meiste Zeit des Tages auf der Suche nach einem Vorwand, weshalb er nicht an seinem Manuskript saß. Er kannte Bill Wong und begrüßte ihn mit einem Kopfnicken. Wir haben gerade über Paul Bladens Ableben gesprochen, sagte Agatha. Sie beschrieb ihm, was geschehen war. Wundert mich nicht, sagte er munter, dass ein so weithin unbeliebter Mann über die Klinge springt. Aber er ist nicht umgebracht worden, widersprach Agatha. Wie wollen Sie da sicher sein? Denken Sie doch bloß an die arme Mrs. Josephs. Sie wissen ja, wie sie an ihrer alten Katze Tews hing. Naja, jedenfalls ist sie immer wieder unter dem einen oder anderen Vorwand mit dem Tier zu bläden gelaufen. Eines Tages sagte er, sie soll ihm das Vieh für eine gründlichere Untersuchung dalassen. Als sie wiederkam, um ihren geliebten Tews abzuholen, hatte er ihn eingeschläfert. Er meinte, das Tier wäre zu alt gewesen und hätte von seinem Elend erlöst werden müssen. Mrs. Josephs war untröstlich. Und dann Miss Sims? Auch sie lief immer wieder unter einem fadenscheinigen Vorwand zu ihm. Das letzte Mal aber, und ich glaube ihr, was sie erzählt, fehlte der Katze wirklich etwas. Das Tier kratzte sich immer zu. Bladen erklärte ihr ungerührt, die Katze hätte Flöhe und Miss Sims sollte zu Hause auf mehr Sauberkeit achten. Sie ging zu ihrem alten Tierarzt, der feststellte, dass die Katze an einer Allergie litt. Miss Sims ist wieder zu Bladen und hat ihm ordentlich den Marsch geblasen. Ihr Gezeter war quer durchs Dorf zu hören. Anschließend hat Bladen zu Jack Page, dem Farmer, gesagt, ihm hingen diese Weiber mit ihren Schoßtierchen zum Halse raus. Er hätte keine Zeit für etwas anderes als richtige Arbeits- und Nutztiere. Das muss alles passiert sein, als ich in London war, sagte Agatha. Als er neu war, haben ihm alle die Praxis eingerannt. Weil sie in ihn verschossen waren, erklärte James. Und dann fing er an, einige von ihnen sehr unschön vor den Kopf zu stoßen, warum auch immer. Trotzdem gibt es immer noch einige, die ihn für den besten Tierarzt aller Zeiten halten oder hielten. Wer denkt das? fragte Bill. Mrs. Huntington, die hübsche Witwe mit dem Jack Russell, die neu hergezogen ist. Und Mrs. Mason, die Vorsitzende des Frauenvereins. Und Mrs. Harriet Parr aus der Siedlung. Und Miss Josephine Webster, in deren Laden es offenbar nur Trockenblumen gibt. Wissen sie das alles? fragte Agatha entgeistert und wurde sogleich rot. Immerhin waren die Damen im Dorf genauso hinter ihm her, wie sie es hinter Paul Bladen gewesen waren. Ach, die Leute reden nun mal mit mir. Sie waren doch mit Bladen zum Essen, sagte Bill Wong zu Agatha, am Abend vor seinem Tod, um genau zu sein, denn ich hatte sie gefragt, ob wir essen gehen James Lacey beäugte sie neugierig. Seit sie aufgehört hatte, ihm aufdringlich nachzustellen, musste er zugeben, dass sie gewisse Vorzüge besaß. Sie hatte keine schlechte Figur, sofern man nicht auf dünne Frauen fixiert war, hatte hübsche Beine, eher kleine, kluge braune Augen und schimmerndes braunes Haar. Wo waren sie zum Essen? sagte Bill in dem neuen griechischen Restaurant in Merster. Entsetzlicher Schuppen, sagte James. Ich war dort selbst einmal in Begleitung, nie wieder. Agatha fragte sich sofort, wen er dorthin eingeladen hatte, was sie jedoch nicht aussprach. Er sagte, dass er davon träumt, eine Tierklinik zu bauen. Aha, sagte Bill. Er wollte Geld von ihnen, stimmt's? Nein, wollte er nicht, brüllte Agatha und ergänzte leiser, es mag sie überraschen, aber er mochte mich. Das freut mich, ich meine, es reicht ja, dass sie dieser Kerl in London übers Ohr hauen wollte. Bill blieb vollkommen gelassen. Noch Kaffee? fragte Agatha mit drohendem Blick. Ja, gerne, antwortete James Lacey. Für mich nicht, sagte Bill, ich muss wieder an die Arbeit. Er war zu schnell aus der Küche verschwunden, als dass James die Chance gehabt hätte, es sich anders zu überlegen und mit ihm zu gehen. Agatha war fest entschlossen, sich distanziert und gelassen zu geben. Sie schenkte James Kaffee nach und setzte sich ans andere Tischende. Eher eher um das schweigen zu brechen als aus Interesse fragte sie Sie meinen also, dass jemand Paul Bladen ermordet hat? Mir kam der Gedanke. Sehen Sie, es wäre so einfach. Man schleicht sich hinterrücks an, wenn er die Spritze aufgezogen hat, schlägt ihm eins über den Schädel. Nein, das kommt nicht hin. Ihm wurde nicht auf den Kopf geschlagen. Könnte durchaus sein, entgegnete Agatha. Er hatte eine Beule am Hinterkopf. Die Polizei nimmt an, dass sie von seinem Sturz stammt, doch als man ihn fand, lag er auf der Seite. Nun, die Polizei wird wohl wissen, was sie tut. Wäre noch jemand in der Nähe von Lord Pendlebury's Reitstall gewesen, hätte man ihn oder sie bemerkt. Wir sind hier auf dem Land, da kann man nicht unbemerkt herumschleichen wie in der Stadt. Ich überlege gerade, sagte Agatha, dass ich mir wirklich gerne mal diesen Stall ansehen würde. Ich wüsste nicht, was dagegen spreche. Sagen wir heute Nachmittag gegen zwei. Agatha begleitete ihn zur Tür, verabschiedete sich und führte danach einen Siegestanz in der kleinen Diele auf. Das Unmögliche war geschehen. Sie würde den Nachmittag mit James Lacey verbringen. Lord Pendlebury's Heim, Eastwood Park, lag am Ende einer langen Zufahrt, die von der Dorfstraße abging. Sie fuhren die schmale Straße hinauf und parkten vor einem jener Herrenhäuser, wie sie typisch für die Kotzwolds waren. Diese Anwesen nahmen einen beachtlichen Raum ein, ohne dabei sonderlich protzig zu wirken. Die Tür wurde nicht von einem Frau aus dem Dorf, Mrs. Arthur. Agatha hatte nicht gewusst, dass sie für Lord Pendlebury arbeitete. Ich wollte Lord Pendlebury fragen, ob er etwas für unsere Spendensammlung für die Kinderhilfe beisteuern möchte, improvisierte Agatha. Fragen können sie, antwortete Mrs. Arthur. Fragen kostet ja nichts. Sie rührte sich nicht vom Fleck. Und wie wäre es, wenn sie ihn fragen, ob er so freundlich wäre, uns zu empfangen? fragte James Lacey. Das geht auf ihre Kappe, sagte Mrs. Arthur. Er ist da drüben in der Bibliothek. Sie wies mit dem Daumen ans Ende der Diele. Wie enttäuschend, dachte Agatha, als sie James Lacey durch die Diele folgte. Sie hatte einen Butler erwartet, der Visitenkarten auf einem Silbertablett entgegennahm. Aber James hielt ihr bereits die Bibliothekstür auf. Lord Pendlebury saß in einem alten Ledersessel vor einem weitgehend heruntergebrannten Kaminfeuer und schlief tief und fest. Tja, das war's dann wohl, flüsterte Agatha. James durchquerte das Zimmer und trat ans Fenster. Die Stallungen liegen nach hinten heraus, sagte er, ohne sich auch nur im geringsten zu bemühen, leise zu sprechen. Sie können sie von hier aus sehen. Scht! Wer sind sie? Lord Pendlebury war jetzt wach und stachte sie an. Agatha fuhr zusammen und sagte, ich bin Agatha Raisin aus Carsley, der Herr in meiner Begleitung ist Mr. Lacey. Ich sammle im Auftrag der Damengesellschaft von Carsley für die Kinderhilfe. Kinder kann ich nicht ausstehen, murrte Lord Pendlebury. Von denen gibt's schon viel zu viele. Gehen Sie! Agatha öffnete den Mund, um ihm die Meinung zu sagen, doch James Lacey verhinderte es, indem er rasch ein warf, Sie haben sehr schöne Stallungen, Sir. Erlauben Sie, dass wir hinübergehen und sie uns ansehen? Ist doch egal, ob ich es gestatte, nicht? Heutzutage hat ein Grundbesitzer keine Privatsphäre mehr. Wird man nicht gerade von solchen Wohltätern wie ihnen belästigt, rennen einem diese verdammten Umweltschützer auf dem Grund herum, die mit ihren Rucksäcken fressen immer zu gesunde Nussriegel und pupsen in die Landschaft. Soll ich ihnen sagen, woher die Löcher in der Ozonschicht kommen? Die kommen von den Gesundheitsfanatikern, die Kleie futtern und davon furzen wie verrückt. Giftige Gase sondern die ab und das gehört verboten. Gewiss, bestätigte James ungerührt, während Agatha innerlich kochte. Sie scheinen gar kein so übler Bursche zu sein, sagte Lord Pendlebury und blinzelte James im Dämmerlicht an. Aber die Frau neben ihnen sieht mir verdächtig nach einer von diesen Jagdsaboteuren aus, die ständig was vom niedlichen Fuchs jammern. Jetzt hören sie mal! Agatha machte einen Schritt auf Lord Pendlebury zu. Weiter kam sie nicht, denn James packte sie fest beim Arm und zog sie zur Tür. Vielen Dank für die Langsam gingen sie zurück vor das Herrenhaus, wo Agathas Wagen parkte. Nach den teuren Reparaturen sah er aus wie neu. Auf halbem Weg kam ihnen Lord Pendlebury entgegen. Seine große hagere Gestalt erinnerte an einen Reiher. Was zum Teufel machen sie hier? fuhr er sie barsch an. Einmal im Jahr gibt es einen Tag der offenen Tür, jeden ersten Juni. Für den Rest halten sie sich gefälligst fern von meinem Grund und Boden. Wir sind es, sagte James Lacey geduldig. Sie haben uns gestattet, ihre Stelle anzusehen. Die wässrigen blassen Augen des Lords blinzelten und fixierten Agatha. Ah, die Jagdgegnerin. Mit was für Leuten man sich heute abgeben muss. Er trottete weiter zu den Stellen und zurückblieben ein amüsierter James und eine empörte Agatha. Offenbar werden sie nicht zur Mitbürgerin des Monats gewählt, stellte James fest. Der Mann ist senil, zischte Agatha. Sie fühlte sich verletzt, linkisch und deplatziert, als sie James ins Dorf zurück fuhr. Er blickte zur Seite und irgendetwas veranlasste ihn zu sagen, ich war schon eine ganze Weile nicht mehr im Red Lion. Hätten Sie Lust, heute Abend auf einen Drink mit mir hinzugehen? Agathas Laune schoss in die Höhe. Dennoch antwortete sie betont gelassen, das wäre nett. Wann? Ach so, gegen Acht? Ich muss noch nach Morden, also treffen wir uns dort. Er bereute seine Einladung bereits, war allerdings beruhigt, dass dieser gierige Blick, mit dem sie ihn zuvor immer beäugt hatte, ausblieb. Agatha vermutete, dass er sich nicht umziehen würde. Daher widerstand sie der Versuchung, sich für den Abend besonders zurecht zu machen. Sie fütterte die Katzen, spielte mit ihnen und bemühte sich, nicht in einem fort auf die Uhr zu sehen. Je weiter der Zeiger gen Acht rückte, umso aufgeregter wurde sie. Der Vollmond tauchte alles in silbriges Licht, als sie sich auf den Weg zum James Lacey stand an der Bar und unterhielt sich mit dem Wirt. Was nehmen Sie? fragte er anstelle einer Begrüßung. Gin Tonic, antwortete Agatha. Glücklich setzte sie sich auf einen Barhocker. Ich hatte mich gefragt, begann er, während er ihr Getränk bezahlte. Agatha sollte nie erfahren, was er sich gefragt hatte, denn die Papptür öffnete sich wieder und ein kläffender Jack Russell sowie eine Wolke schweren französischen Parfums kündeten Mrs. Huntingtons Erscheinen an, die neueste Bewohnerin von Carsley. Zu Agathas Verdruss sagte James, Guten Abend Frieda, was möchtest du trinken? Kennst du Agatha Raisin schon? Agatha darf ich vorstellen, Frieda Huntington. Frieda also. Agathas Stimmung verdüsterte sich. Die Witwe trug eine kirschrote ärmellose Jacke über einem schwarzen Kaschmierpullover und einem kurzen schwarzen Wollrock. Ihre Beine in der schwarzen Strumpfhose waren äußerst wohlgeformt. Setzen wir uns an den Tisch dort drüben, sagte James, nachdem er Whisky und Wasser für Frieda bestellt hatte. Vielleicht erwartet Frieda jemanden, bemerkte Agatha hoffnungsvoll. Nein, antwortete sie mit rauchiger Stimme, ich bin ganz allein hier und ich gebe zu, dass ich gehofft hatte, dich zu treffen, James. Was macht das Schreiben? James? Frieda? Mist! Agatha setzte sich an den Tisch nahe dem Kamin und versuchte sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. Es geht gar nicht gut, sagte James. Ich nutze jeden Vorwand, um nicht zu schreiben. Heute Morgen habe ich den Kühlschrank abgetaut und heute Nachmittag sind Mrs. Raisin Agatha bitte. Entschuldigung, sind Agatha und ich bei Lord Pendlebury gewesen. Ist er nicht goldig? Frieda lächelte. Ziemlich alte Schule. Woher kennen Sie ihn? fragte Agatha. Letzten Sonntag habe ich mich vor der Kirche mit ihm unterhalten. Ich fand ihn recht charmant. Ich glaube, Agatha fand ihn nicht charmant, sagte James. Lord Pendlebury hielt sie irrtümlich für eine Jagd Saboteurin. Frieda Huntington lachte. In diesem Moment sah Agatha den Farmer Jack Page hereinkommen. Und da sie nicht glaubte, noch mehr Frieda und James zu ertragen, stand sie auf und nahm sich ihr Glas. Ich gehe kurz mit Jack plaudern. Jack Page begrüßte sie herzlich. Die Nächte werden schon kürzer. Eves uns versehen ist Frühling. Das mit deinem Unfall habe ich gehört. Tut mir leid. Er war ein fröhlicher sympathischer Mann. Agatha erzählte ihm alles über ihren Unfall. Schließlich spendierte Jack ihr noch einen Drink und Agatha setzte sich neben ihn auf einen Barhocker. Sie versuchte das Paar in der Ecke zu vergessen. Üble Sache das mit dem Tierarzt, sagte Jack. Du warst auch bei ihm nicht? Ich habe dich gesehen, als ich mit meinem Kater da war. Was hast du von ihm gehalten? Die Praxis im Ort war ganz praktisch, Sonst habe ich mir keine weiteren Gedanken über ihn gemacht. Bis ich die Geschichte mit Mrs. Josephs Kater gehört habe. Also das war herzlos. Danach bin ich nicht wieder hin. Du glaubst nicht, dass ihn jemand umgebracht hat, oder? Ah, willst du mal wieder einen Mord aufklären? Nein, das war ein tragischer Unfall. Die Beerdigung ist nächsten Montag in Merster, in St. Peters. Vielleicht gehe ich hin, sagte Agatha. Warst du mit ihm befreundet? Ich war einmal mit ihm essen, aber nicht richtig befreundet. Jack leerte sein Bierglas und stellte es auf die Theke. Ich gehe dann mal lieber. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich nur auf ein Bier bleibe. Möchtest du mitkommen und ihr Hallo sagen? Agatha hätte sich zu gern umgedreht, doch Huntington trellernd und ihr Hund kläffte wild. Ja, sehr gerne, sagte Agatha und nahm ihre Handtasche. Schließlich drehte sie sich doch um und winkte James zu, ehe sie mit dem Farmer den Papp verließ. James Lacey sah ihr verwundert nach. Und er hatte gedacht, dass sie hinter ihm her wäre. Es schneite, als Agatha am folgenden Montag Morgen in die Kirche St. Peters in Myrster kam. Und sie wünschte sich bereits, sie wäre nicht hergefahren. Die Kirche war sehr alt, hatte hübsche Glasfenster und einen hässlichen dunklen Holzaltar aus dem 17. Jahrhundert. Agatha wählte eine der hinteren Kirchenbänke, nahm das flache Kissen vom Haken und kniete sich hin. Während sie vorgab zu beten, blickte sie sich unter den Trauergästen um. Es schienen recht viele Frauen gekommen zu sein. Eine drehte sich um. Mrs. Huntington. Als nächstes erkannte Agatha die stämmige Mrs. Mason, die Vorsitzende der Damengesellschaft von Carsley. Sie saß zwei Reihen vor ihr. Agatha stand auf und rückte in ihre Bank vor. Mrs. Mason hielt ein klammes Taschentuch in ihrer Hand. Wie traurig, flüsterte sie Agatha zu, so ein netter junger Mann. Jung wohl kaum, sagte Agatha, was ihr einen strengen Blick eintrug. Der Sarg wurde hereingetragen und im Mittelgang vor dem Altar abgestellt. Da ist Mr. Rice, der Partner von Mr. Bladen, erklärte Mrs. Mason, der vorne links. Agatha machte einen untersetzten Mann mittleren Alters mit roten Locken unter den Sargträgern aus. Wer ist noch aus dem Dorf hier, abgesehen von uns und Mrs. Huntington? Mrs. Parr und Miss Webster dort drüben rechts. Agatha beugte sich vor. Beide Frauen weinten. Mrs. Parr war klein und ziemlich hübsch. Bei Miss Webster, der Frau mit dem Trockenblumen laden, ließ sich unmöglich sagen, wie alt sie sein mochte. Mich wundert, dass sie alle so erschüttert sind, flüsterte Agatha, nach dem, was er mit Mrs. Josephs Kater gemacht hat. Was er getan hat, war richtig, sagte Mrs. Mason entschieden. Der Kater war zu alt für diese Welt. Ich hoffe, das denkt keiner von mir. Schst, machte ein Mann in der Reihe vor ihnen. Die Trauerfeier begann. Mr. Peter Rice sprach einige Worte über seinen toten Partner. Der Vicar zitierte Franz von Assisi, es wurde gesungen und dann trug man den Sarg nach draußen. Die Trauergemeinde folgte den Sargträgern hinaus auf den Friedhof. Das ist seine Ex-Frau, sagte Mrs. Mason und nickte in Richtung einer dünnen grauhaarigen Frau, die ein wenig hilflos vor sich hin starrte. Die Grabrede war so rührend und würdevoll, dass Agatha fand, solch eine Grabstelle auf einem Dorffriedhof hätte einiges für sich. Anschließend verabschiedete sie sich leise von Mrs. Mason und lief der Ehefrau des Tierarztes nach, die sie am Friedhofstor einholte. Mein Name ist Agatha Raisin, stellte sie sich vor. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Frau des armen Mr. Bladen sind? War ich, antwortete Mrs. Bladen ein kleines bisschen ungeduldig. Es ist eisig kalt, Mrs. Raisin, und ich möchte gern schnell nach Hause. Dürfte ich Sie trotzdem kurz sprechen? Mrs. Bladen sah sie misstrauisch an. Anscheinend wollen dauernd Frauen mit mir reden, weil mein Mann sie sitzen gelassen hat. Gut, dass er tot ist. Mit diesen Worten ließ sie Agatha stehen. In Carsley fiel hin und wieder der Strom aus. Manchmal für Tage, manchmal nur wenige Sekunden lang. Am nächsten Tag klingelte James Lacey bei Agatha. Dass ausgerechnet in diesem Moment keine Elektrizität floss, bemerkte er nicht, weil man die Klingel draußen ohnehin nicht hörte. Er blickte auf den Rasen im Vorgarten, der reichlich vermost war, und er fragte sich, ob Agatha wusste, was man dagegen tun konnte. Er bückte sich und sah genauer hin. Agatha, die glaubte, jemanden an der Tür gehört zu haben, sah durch den Spion, konnte aber niemanden entdecken und ging zurück in die Küche. James Lacey richtete sich wieder auf und klingelte noch einmal. James zog verwirrt ab. Ihm fiel ein, wie oft er getan hatte, als wäre er nicht zu Hause, wenn Agatha vor seiner Tür erschienen war. Er ging wieder in sein Cottage, machte sich eine Tasse Kaffee und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er schaltete den Computer ein und starrte auf den Bildschirm, während das Gerät hochfuhr. Dann öffnete er das Dokument, an dem er gerade arbeitete, Kapitel zwei. Hätte er doch bloß einen Satz geschrieben, einen einzigen Satz. Der Besuch bei Pendlebury war interessant gewesen? Natürlich war Bladens Tod ein Unfall gewesen und dennoch blieb diese Beule am Hinterkopf. Es könnte Spaß machen, einen Krimi zu schreiben. Wenn der Tierarzt beispielsweise doch ermordet worden war, wie würde man herausfinden, was wirklich passiert war? Nun, zuerst kam die Frage nach einem Motiv. Denn das Warum würde zwangsläufig zum Wehr führen. Hätte Agatha ihm die Tür aufgemacht, statt ihn zu meiden, könnte er das Thema mit ihr besprechen. Er stieß einen genervten laut aus, schaltete das Gerät aus und ging wieder nach draußen. Es war nichts dabei, noch einmal bei Agatha zu klingeln. Offensichtlich hatte er sich getäuscht, als er glaubte, sie wäre hinter ihm her. Es war ein schöner Frühlingstag, hell und frisch, alles roch gelaufen. James Lacey trat ins Haus, rief Agatha und wäre beinahe über sie gestolpert. Sie hockte im Schneidersitz auf dem Fußboden in der Diele und spielte mit ihren Katzen. Halluziniere ich? Oder sind das zwei? Die Neue ist mir in London zugelaufen, erklärte Agatha und stand auf. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke, ich setze ich Tee auf. Agatha ging voraus in die Küche. Wegen neulich Abend, begann er von der Küchentür aus, wir kamen gar nicht dazu, uns zu unterhalten. Tja, in Pubs ist es immer dasselbe nicht, sagte Agatha völlig gelassen. Am Ende redet man nie mit den Leuten, mit denen man hingegangen ist. Ich habe über diese Tierarzt Sache nachgedacht. Waren Sie bei der Beerdigung? Ja, ich und jede Menge andere Frauen. Anscheinend war er bei vielen Damen beliebt, also wird er wohl kaum herumgelaufen sein und reihenweise unaufgefordert Katzen eingeschläfert haben. Wer war aus dem Dorf dort? Außer mir seine vier verbliebenen Fans. Ihre Freundin Frieda Huntington, Mrs. Mason, Miss Harriet Parr und Miss Josephine Webster. Ach, und seine Ex-Frau war auch da. Das war seltsam. Was? Als ich mit ihm in Evesham zum Essen verabredet war und gegen diese Mauer schlitterte, rief ich bei Paul Bladen zu Hause an und eine Frau meldete sich, die sagte, sie wäre seine Frau. Agatha verstummte. Und? Und Paul Bladen erzählte mir hinterher, dass es seine Schwester war, die sich einen Scherz erlaubt hatte. Aber sonst hat keiner was von einer Schwester erwähnt. Ich habe vergessen, bei der Beerdigung nach ihr zu fragen. Wir könnten nach Merster fahren und uns erkundigen. Agatha drehte sich rasch weg, um ihre Begeisterung zu verbergen, während sie den Kessel mit Wasser füllte. Dann denken sie, dass es Mord war? Er seufzte. Nein, denke ich nicht. Trotzdem könnte es Spaß machen, ein bisschen nachzuforschen und ein paar Leute zu befragen. Ich hole meinen Mantel. Agatha huschte nach oben und sah in den Spiegel. In ihrem Pulli und der Hose war sie nicht besonders schick, doch zum Umziehen blieb keine Zeit. Ich hole nur meine Brieftasche, rief James von unten. Agatha fluchte leise. Wenn ihn nun jemand auf dem Weg von ihrem Haus zu seinem abfing, sie lief wieder nach unten und aus der Tür. Frieda Huntington redete mit James, lachte und hielt diesen dämlichen Köter auf dem Arm. Agatha ballte die Fäuste, als die beiden in James Cottage verschwanden. Unschlüssig stand Agatha in ihrem Vorgarten. Was, wenn er sie jetzt vergaß? Doch kurz darauf kam er mit Frieda wieder aus dem Haus. Frieda steckte ein Taschenbuch in ihre Tasche. Sie winkte ihm zum Abschied und er schritt auf Agatha zu. Wollen wir meinen Wagen nehmen? Es ist ja nicht nötig mit zwei Autos zu fahren. Nehmen wir ruhig meinen, sagte Agatha. Er setzte sich auf den Beifahrersitz. Als Agatha an Frieda vorbeifuhr, drehte sie sich um und starrte die beiden verdutzt an. Agatha hupte fröhlich und bog schnell um die Ecke auf die Dorfstraße. Was wollte die lustige Witwe? Frieda? Sie hatte mir ein Taschenbuch geliehen und wollte es abholen. Agatha hätte die Fahrt bis Merster munter weiter geplaudert und James wahrscheinlich heil wieder nach Hause gebracht, doch just in diesem Moment fühlte sie, dass ihr ein Pickel auf der Nasenspitze wuchs. Sie schielte hin und der Wagen scherte zur Seite aus, sodass sie in Schlingern gerieten und ordentlich durchgeschüttelt wurden. Alles in Ordnung? fragte James. Soll ich fahren? Alles bestens? Agatha versank in besorgtes Schweigen. Sie konnte deutlich spüren, wie der Pickel größer und größer wurde, ein juckendes Brennen auf ihrer Nase Spitze. Warum musste das gerade heute passieren? Agatha entschied, dass sie sich gleich bei ihrer Ankunft in Merster entschuldigen und in die nächste Drogerie gehen würde. Sie parkte in der letzten Lücke auf dem Marktplatz. Agatha und James stiegen aus, während Agatha ihr Gesicht halb abgewand hielt. Ich muss kurz in die Drogerie. Wir treffen uns gleich in dem Pub dort drüben. Ohne seine Antwort abzuwarten, eilte Agatha über den Marktplatz. In der Drogerie kaufte sie einen Abdeckstift, Hautreinigungsmilch und für alle Fälle auch gleich einen neuen Lippenstift. Hot Pink. James sah auf und winkte Agatha zu, als sie in den Pub kam, doch sie lief rasch zur Damentoilette, das Gesicht nach wie vor abgewandt. Im Waschraum wusch und reinigte sie ihr Gesicht. Auf ihrer Nasenspitze saß ein kleiner knallroter Fleck. Sorgfältig übermalte sie ihn mit dem Abdeckstift, was zur Folge hatte, dass nun ein dicker beigefarbener Fleck auf ihrer Nase war. Sie überdeckte ihn mit Puder. Die Beleuchtung im Waschraum funktionierte nicht, sodass Agatha bestenfalls raten konnte, wie sie aussah. Als sie nach oben blickte, sah sie eine Lampenfassung längs ohne Glühbirne darin. Durch das schmutzige Fenster fiel nur wenig Tageslicht herein. Dann fiel Agatha ein, dass sie am Vortag neue 100 Watt Birnen gekauft hatte, die noch im Wagen lagen. Sie lief aus der Damentoilette. Wieder winkte James und wieder rannte sie an ihm vorbei. Nachdenklich trank er von seinem Bier. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte er Agatha Raisin für geistesgestört gehalten. Vielleicht war dieser Eindruck doch richtig gewesen? Da kam sie auch schon zurück, lief abermals komisch zur Seite gedreht an ihm vorbei und verschwand erneut in der Damentoilette. Agatha sah zur Decke des Waschraums hinauf. Um an die Lampenfassung zu gelangen, müsste sie auf das Waschbecken klettern. Sie schob die Hosenbeine etwas nach oben und erklomm das große Becken im viktorianischen Stil. Vorsichtig richtete sie sich auf und streckte die Hand mit der Glühbirne nach der Lampenfassung aus. Mit einem ohrenbetäubenden Knirschen löste sich das Waschbecken aus der Wand. Agatha schwankte bedenklich und griff nach dem staubigen Fensterbrett, während unter ihr das Becken mitsamt den Armaturen langsam von den Fliesen wegkippte und mit einem gewaltigen Krachen auf dem Boden landete. Aus dem abgebrochenen Wasserrohr schoss ein Strahl kaltes Wasser direkt auf Agathas Allerwertesten. Sie schrie auf, ließ das Fensterbrett los. Kaum war sie auf dem nassen Boden gelandet, stürmte sie aus dem Raum und schloss die Tür fest hinter sich. Gehen wir, sagte sie zu James. Er guckte sie verwundert an. Ich habe einen Gin Tonic für Sie. Ah, Dank, sagte Agatha panisch. Cheers. aus dem Augenwinkel sah sie, wie Wasser unter der Tür der Damentoilette herausquoll. James folgte ihr nach draußen. Er bemerkte, dass ihre Hose hinten einen dunklen Flecken hatte und fragte sich, ob er es ihr sagen sollte. Na, der Papier sieht doch viel netter aus, konstatierte Agatha, als sie die Tür zu Potters Arms aufstieß und hineinlief. Wieder steuerte sie die Damentoilette an. Sie war sehr froh, dass es sich um einen modernen Waschraum mit einem Heißlufthändetrockner handelte. Hastig zog sie ihre Hose aus und hielt sie unter das Gebläse, bis der Wasserfleck zu verblassen begann. Das Ganze dauerte eine Weile und als sie endlich wieder herauskam, saß James besorgt vor seinem zweiten Pint. Ich wollte schon jemanden schicken, um nach ihnen zu sehen, sagte er. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich, antwortete sie strahlend, denn nicht nur überdeckte das neue Make-up ihren Pickel perfekt, sondern auch ihre Hose war wieder in einem repräsentablen Zustand. Ich habe ihnen noch einen Gin bestellt. Agatha lächelte und hob ihr Glas. Auf die Detektivarbeit! Im nächsten Moment erstarb ihr Lächeln und sie stellte langsam das Glas wieder hin. Soeben war Bill Wong in Begleitung einer großen Polizistin in den Pub gekommen. Mir ist die Handtasche heruntergefallen, sagte Agatha und tauchte unter den Tisch. Leider nützte es nichts. Kommen Sie raus, Agatha, befahl Bill. Unglücklich und rot vor Scham kroch Agatha unter dem Tisch hervor. Also Agatha, was ist los mit Ihnen? fragte Bill. PC Wood hier hat mich ins George gerufen. Eine Frau, auf die ihre Beschreibung passt, hat dort die Damentoilette verwüstet, ein Waschbecken aus der Wand gerissen und alles überflutet und anschließend sah man sie hier herein laufen. Was haben sie zu ihrer Verteidigung anzuführen? Ich hatte einen Fleck auf der Nase. Lauter, ich kann sie nicht hören. Ich hatte einen Fleck auf der Nase, brüllte Agatha, sodass alle zu ihnen sahen. James Lacey wünschte sich sehnlichst weit weg zu sein. Und inwiefern hat sie das veranlasst, das Waschbecken aus der Wand zu reißen? Ich hatte Make-up in der Drogerie gekauft. Damit wollte ich die Stelle abdecken, aber das Licht ging nicht, weil keine Birne in der Lampe war. Doch ich hatte Glühbirnen im Auto, also habe ich eine geholt. Um an die Lampe zu kommen, musste ich auf das Waschbecken klettern und da ist es abgebrochen. Ich war so erschrocken, dass ich lieber nichts sagen wollte. Ich fürchte, sie müssen mit mir kommen, sagte Bill ernst. Die Tatsache, dass James Lacey nicht anbot, mit ihr zu gehen und stattdessen raunte, er würde im Pub bleiben und Zeitung lesen, ließ ihn in Agathas Achtung tief sinken. James verließ den Pub kurz nach ihnen, kaufte sich zwei Zeitungen und kehrte auf seinen vorherigen Platz zurück. Nur konnte er sich nicht aufs Lesen konzentrieren. Diese verrückte Agatha. Was für eine Frau und was für eine unglaubliche Dummheit. Dann aber wurde ihm die Lächerlichkeit der Geschichte bewusst und er fing an zu lachen. Er konnte gar nicht wieder aufhören, nicht einmal als er bemerkte, dass die anderen Pub Gäste unsicher auf Abstand gingen. Schließlich wischte er sich die Augen, klemmte sich die ungelesenen Zeitungen unter den Arm und ging hinüber ins George. Agatha hielt einen Scheck in der Hand, den der Wirt des George nicht annehmen wollte. Oh ne, so leicht kommen sie mir nicht davon, sagte er. Er war ein unangenehmer Mann mit einem Gesicht wie ein Stück Cheddar Käse, leicht gelblich und schweißglänzend vor Wut. Nehmen sie den Fall auf Officer, verlangte er von Bill. Ich will die Frau vor Gericht sehen. Das ist Vandalismus ist das. James nahm Agatha den Scheck aus der Hand und musste blinzeln, als er die Summe sah. Das können sie sich nicht leisten, sagte er zu Agatha. Eine Frau wie sie, die von einer Witwenrente lebt, kann unmöglich eine solche Summe aufbringen. Sie erklären sich für mittellos und dann soll er ruhig vor Gericht gehen. Er kriegt keinen Penny. Ich kenne einen guten Anwalt gleich um die Ecke. Gute Idee, pflichtete Bill ihm bei. Sie brauchen sowieso einen Anwalt. Der wird sicher auch wissen wollen, warum sich in der Lampenfassung keine Glühbirne befand und wie das Waschbecken so leicht abbrechen konnte. Auch die elektrische Verkabelung und die Rohrleitungen in diesem Pappen müssten wohl mal überprüft werden. Ich nehme den Scheck, lenkte der Wirt zähneknirschend ein. Sie nehmen einen anderen Scheck, erklärte James streng. Agatha, stellen Sie einen neuen Scheck über die halbe Summe aus. Der Cheddar Käse sah aus, als würde er gleich platzen. Doch James' Blick genügte, damit der Mann stumm blieb. Agatha schrieb einen neuen Scheck aus, während James den alten zerriss. Als sie wieder draußen auf dem Marktplatz waren, sagte Bill, wäre der Wirt sympathischer gewesen, hätte ich den Fall vielleicht zur Anklage gebracht, Agatha. Aber dank Mr. Lacey hat sich alles auf friedliche Weise geklärt. Wie wäre es heute mit Abendessen? Agatha zögerte. Eigentlich hatte sie gehofft, dass ihr wurde. Andererseits war es gewiss klüger, es mit James gelassen anzugehen. Ja, das wäre schön. Wo wohnen sie? Ich habe ihre Telefonnummer, aber nicht ihre Adresse. The Beaches, Nummer 24. Sie fahren Richtung Voss und nehmen die erste Straße links Richtung Kempten. Dann an der ersten Ampel rechts, gleich danach wieder links, das ist die Beaches. Es ist eine Sackgasse. Agatha notierte sich alles auf der Rückseite ihrer Gasrechnung. Wann? Um sechs, wir essen früh. Wir? Meine Eltern und ich. Haben sie vergessen, dass ich noch zu Hause wohne? Sie sind natürlich auch eingeladen, Mr. Lacey. Bitte, 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 lieber Gott, betete Agatha im Stehen. James wirkte überrascht. Ja, sehr gern. Bis heute Abend. zusammen mit der Polizistin, die nicht ein Wort gesprochen hatte, ging Bill. Ich schätze, jetzt können wir etwas zu essen vertragen, sagte James. Wie wäre es mit einem Bier und einem Sandwich? Beim Essen überlegen wir, wen wir nach der Schwester fragen können. Wir hätten Bill Wong darauf ansprechen sollen. Nun, das können wir heute Abend immer noch. Er erwähnte die ruinierte Toilette nicht mehr und dafür war Agatha ihm sehr dankbar. Nachdem sie gegessen haben, zog James sein Notizbuch und einen Stift hervor. Tun wir mal so, als wäre es Mord gewesen und machen eine Liste der Leute, mit denen wir sprechen sollten. Auf jeden Fall mit der Ex-Frau, auch wenn sie nicht besonders freundlich war, antwortete Agatha. Nein, besser, wir fangen mit dem Tierarzt an, Peter Rice, Bladens Partner. Er müsste wissen, ob Bladen eine Schwester hatte. Mr. Peter Rice war ein fülliger Mann mit einer großen Knollennase, kleinen Augen und einem kleinen Mund. Sein roter Lockenschopf hatte etwas von einem zu kleinen Haarteil, das ihm auf den rechts spitzen Kopf gesetzt wurde. Er hatte einen kräftigen dicken Hals und breite Schultern. Er war wenig erfreut, dass sie in seiner Praxis erschienen, um ihn über seinen toten Partner zu befragen, statt ihm ein krankes Tier zu bringen. Schwester? fragte er. Nein, er hatte sich schon vor Jahren überworfen hatte. Der Bruder war nicht einmal bei der Beerdigung. Wenn das dann alles ist, war er wohlhabend? fragte James. Nein. Aha, woher wissen sie das? Ich weiß es, weil er mir alles hinterlassen hat. Und wie viel ist das? fragte Agatha. Nicht genug. Und jetzt gehen sie. Ich muss mich um meine Patienten kümmern. Also er erbt, nicht der Bruder. Wenn das kein Motiv ist, jubilierte Agatha, sobald sie draußen waren. Wer könnte wissen, um wie viel Geld es geht? Probieren wir es bei der örtlichen Zeitung, sagte James. Die schnappen allen möglichen Klatsch auf. Die Büros des Merster Journal fand Agatha enttäuschend. Selbst wenn man bedachte, dass die Zeitung kaum mehr als drei blattstark war. Die Büros bestanden aus mehreren schummrigen Räumen eines Obergeschosses, zu dem eine baufällige enge Treppe hinaufführte. Oben tippte eine blasse junge Frau auf einem altmodischen Computer herum und ein junger Mann stand mit den Händen in den Taschen am Fenster und blickte hinunter zur Straße. »Ist der Redakteur zu sprechen?« fragte James. Das blasse Mädchen hörte auf zu tippen. »Wenn es um Geburt, Tod oder Heirat geht, mache ich das. Nichts dergleichen. Beschwerde? Falscher Name unter einem Foto? Keine Beschwerde. Das ist ja mal was ganz Neues. Sie stand auf. Die junge Frau trug einen langen Patchwork-Rock, Baseball-Turnschuhe und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Verschwinde!« »Namen?« »Mrs. Raisin und Mr. Lacey.« »Alles klar.« Sie öffnete eine zerkratzte Tür und verschwand dahinter. Nach einigem Gemurmel drinnen erschien sie wieder. »Sie können jetzt zu Mr. Hayford reingehen.« Mr. Hayford stand auf und kam ihnen entgegen. Er war ein kleiner schmaler Mann mit glattem Olivetang, schwarzen Augen und dünnem schwarzen Haar, das er mit Gel oder Öl glatt nach hinten gekämmt hatte. Und er trug einen dunklen Anzug mit Hemd und Krawatte. »Setzen Sie sich«, sagte er. »Was kann ich für Sie tun?« »Ihr Name ist mir natürlich geläufig, Mrs. Raisin. Es war beachtlich, was Sie bei der Spendenauktion im letzten Jahr eingenommen haben.« Agatha strahlte. »Wir beide kannten den Tierarzt Dr. Bladen,« erklärte James. »Und wir haben eine Art Wette laufen. Mrs. Raisin sagt, dass er ziemlich vermögend war, wohingegen ich den Eindruck hatte, dass er nicht sehr begütert war. Wissen Sie zufällig, wie viel er hinterlassen hat?« »Wie viel genau kann ich Ihnen nicht sagen?« antwortete Mr. Hayford. »Ungefähr 85.000, glaube ich. Früher wäre das mal ein Vermögen gewesen, doch heute kriegt man dafür nicht einmal ein anständiges Haus. Er hinterlässt natürlich auch eine Immobilie, aber die hatte er mit zwei Hypotheken belastet. Und bei dem erbärmlichen Immobilienmarkt zur Zeit wird Mr. Rice, der Erbte, kaum genug herausbekommen, um die Hypotheken zu decken. Wie es aussieht, haben Sie die Wette gewonnen, Mr. Lacey. Also könnte sein Vermögen nicht als Mordmotiv herhalten, stellte Agatha bedauernd fest, nachdem sie sich von dem Redakteur verabschiedet hatten. Und doch, was? Wenn er 85.000 Pfund besaß, wozu dann zwei Hypotheken? Ich meine, die Zinsen müssen gigantisch gewesen sein. Warum hat er nicht wenigstens einen Teil der Schulden mit seinem Vermögen getilgt? Das Problem ist, dass wir uns einreden, der Unfall wäre ein Mord gewesen. Agatha überlegte. Wir könnten es bei der Frau versuchen, schlug sie vor. Ich meine, wo wir schon hier sind und noch einige Zeit totzuschlagen haben, bevor wir zu Bill fahren. Na gut, wo finden wir sie? Wir sehen im Telefonbuch nach. Hoffen wir mal, dass sie nicht wieder ihren Mädchennamen angenommen hat, sagte Agatha. Sie fanden einen Eintrag. G. Bladen. Die Adresse war mit Rose Cottage Little Blumham angegeben. Fahler Dunst hüllte die Landschaft ein und verwandelte sie in ein chinesisches Gemälde, als sie nach Little Blumham fuhren. Es war eher ein Weiler als ein Dorf, bestehend aus wenigen uralten Häusern im typischen Goldbeige der Cotswolds, die an einem Fluss entlang kauerten. Kein Mensch war zu sehen. Kein Rauch stieg aus den Schornsteinen, kein Hund bellte. Agatha stellte den Motor ab und James und sie lauschten in die unheimliche Stille. Sie stiegen aus dem Wagen. Zusammen gingen sie die Straße am Fluss entlang. Mal sehen, dieses hier hat keinen Namen. Das daneben ist Ant Cottage, obwohl es nicht das letzte in der Reihe ist. Vielleicht ist es das übernächste. Beinahe wären sie am Rose Cottage vorbeigelaufen. Es lag ein gutes Stück abseits der Straße, Rekengartens. Das Haus war klein, hatte ein Strohdach und dicht mit Efeu berangte Mauern. Dann wollen wir mal. Wir dürfen nicht sagen, dass wir Bladens Tod für Mord halten. Kondolieren wir einfach und warten ab, was geschieht. James klopfte an die Tür und wartete. Sie standen in völliger Stille vor der Haustür. Dann, als wäre ein Zauber gebrochen worden, flog plötzlich ein Vogel aus einem Gebüsch neben der Tür auf. Ein Hund bellte in einiger Entfernung und Mrs. Bladen öffnete die Tür. Sie muss tatsächlich älter als ich sein, dachte Agatha, als sie wieder auf das graue Haar und die verräterischen Falten am dünnen Hals blickte. Mrs. Bladen guckte an James vorbei zu Agatha und verzog das Gesicht. Ach, sie schon wieder. Mr. Lacey möchte ihnen sein Beileid ausdrücken, sagte Agatha rasch. Wieso? Warum kommt irgendwer den Weg hierher, bloß weil der Mann tot ist, von dem ich geschieden bin? In Carsley pflegen wir nachbarschaftliche Traditionen, sagte James, und wir hatten uns gefragt, ob sie vielleicht Hilfe brauchen. Sie helfen mir enorm, wenn sie einfach verschwinden. James blickte ratlos zu Agatha. und Agatha beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. Sind Sie sicher, dass ihr Ehemann eines natürlichen Todes starb? Mrs. Blayden schmunzelte. Meinen Sie, jemand hat ihn um die Ecke gebracht? Sehr gut möglich. Er war ein durchtriebener Mistkerl und ich bin froh, dass er tot ist. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Mit diesen Worten knallte sie ihnen die Tür vor der Was, sagte James, als sie den Unkraut überwucherten Weg hinunter gingen. Aber das ist doch schon etwas, entgegnete Agatha. Sie hat uns nicht ausgelacht, als ich sie fragte, ob es Mord gewesen sein könnte. Das ist besser als nichts, oder? Wissen Sie, was ich glaube? Er hielt ihr die Pforte auf. Ich glaube, wir sind zwei Ruheständler, die zu wenig zu tun haben. Lassen Sie es nicht an mir aus, wenn Sie mit Ihrem Schreiben nicht vorankommen, konterte Agatha Spitz. Das ist ein sehr hübscher kleiner Ort, wechselte er das Thema, so still und friedlich, ob es hier freie Häuser gibt. Also Carsley ist ja schon schlimm, aber hier gibt es nichts, nicht einmal einen Laden oder ein Pub. Na und? Wir leben im Zeitalter der Mobilität. Ah, da drüben ist ein Schild. The Manor House. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Sehen wir es uns an. Agatha folgte ihm schweigend die gewundene Einfahrt hinauf. Die Rhododendren rechts und links der Einfahrt waren so groß, dass man das Haus zuerst gar nicht sehen konnte. Der Nebel hatte sich gelichtet und blasses Sonnenlicht erhellte die Sandsteinmauern. Das Gebäude war eher niedrig und ausladend, fügte sich harmonisch in die Landschaft ein und strahlte eine Ruhe aus, die von jahrhundertelangem Frieden rührte. Eine pummelige Frau in einem Twinset und einem Tweedrock kam heraus, einen schwarzen Retriever auf den Fersen. Kann ich Ihnen helfen? rief sie Agatha und James zu. Wir bewundern nur ihr wunderschönes Heim, sagte James und ging auf sie zu. Ja, es ist wirklich herrlich. Kommen Sie doch auf eine Tasse Tee herein. Ich habe hier selten Besuch, ausgenommen im Sommer, wenn meine Verwandten zum Gratis-Urlaub hier einfallen. James stellte Agatha und sich vor. Die Frau hieß Bunty Veer Detsworth. Sie ging voraus in eine dunkle Diele und von dort in eine große alte Küche. Lacey, sagte sie, während sie den elektrischen Wasserkocher einstöpselte. Ich kannte mal eine Familie Lacey unten in Sussex. Da kommt meine Familie her, bestätigte James. Ach ja? Sie hatte ein rosiges Gesicht und kornblumenblaue Augen. Der alte Harry Lacey? Mein Vater. Du lieber Gott ist die Welt klein. Haben Sie noch Kontakt zu? So gleich war Agatha außen vor, denn in dieser Oberklassen Unterhaltung fehlen lauter Namen, die ihr nicht sagten. Beleidigt und ein wenig gekränkt nippte sie an ihrem Tee, während sie fühlte, wie ihr James entglitt. Was führt sie her? fragte Bunty endlich. James antwortete, unser Tierarzt in Carsley starb und wir wollten Mrs. Bladen unser Beileid ausdrücken. Allerdings Nein, wohl kaum, sagte Bunty. Ihre Ehe war sehr unglücklich. Andere Frauen? fragte Agatha. Ich glaube, es war eher eine Frage des Geldes oder vielmehr des Mangels daran. Greta Bladen war eine wohlhabende Frau, als sie Paul heiratete. Anscheinend hat er einen Großteil ihres Vermögens ausgegeben, denn als sie ihn verließ, war dieses schäbige kleine Cottage alles, was sie sich leisten konnte. Sie hat ihn wirklich gehasst. Ich habe schon gehört, dass er gestorben ist. Also hätte es geheißen, dass ihm jemand mit einer Bratpfanne den Schädel einschlug und dieser jemand Greta war, wäre ich nicht verwundert gewesen. Aber man muss sich gut mit Veterinär Dingen auskennen, um ihm eine tödliche Spritze zu verpassen. Wer sollte schon wissen, dass ausgerechnet dieses Mittel tödlich ist? Nun, vielleicht wollte sein Partner die Praxis für sich. Bunty lachte. James sah auf seine Uhr. Wir müssen los. Müssen Sie? Bunty lächelte Agatha an. Kommen Sie jederzeit wieder. Es würde mich sehr freuen. Agatha erwiderte ihr Lächeln. Bunty's Freundlichkeit vertrieb Agathas Gefühl gesellschaftlicher Unzulänglichkeit. Sie hatte Recht, sagte Agatha, als sie aus dem Dorf fuhr. Mit Rice meine ich. Es hätte nur jemand mit Veterinärkenntnissen sein können. Nicht unbedingt. Diese Geschichte von dem Tierarzt, der vor einer ganzen Weile gestorben ist, weil ihm das Pferd an die Brusttasche stieß, in der sich die tödliche Spritze befand, stand in sämtlichen Zeitungen. Ich habe sie jedenfalls gelesen und jeder, der sie sonst noch auf die Idee gekommen sein. Aber es müsste jemand sein, der wusste, wohin Bladen an jenem Tag wollte und was er vorhatte. Das könnte jede seiner Damenbekanntschaften gewusst haben. Was tust du morgen, Paul? Oh, ich schneide einem von Pendleberries Pferden die Stimmbänder durch, so in der Art. Ja, nur, nehmen wir an, er hätte es zu mir gesagt. Ich hätte nicht gleich an Immobilon gedacht. Mag sein, doch ein Tierarzt erwähnt vielleicht nebenher, wie tödlich das Zeug ist, spielt womöglich auf den Unfall im letzten Jahr an. Ich würde sagen, es war eine Frau. Agatha hätte zu gern ausgerufen, dann glauben sie also, dass es Mord war. Doch das verkniff sie sich lieber und hoffte insgeheim auf weitere gemeinsame Tage. Bills Zuhause war eine echte Überraschung. In ihrer Naivität hatte Agatha etwas, nun ja, Asiatisches oder irgendwie Exotisches erwartet. The Beaches war eine dieser am Reißbrett entworfenen Siedlungen, in denen jedes Haus anders aussieht, die Rasen vor den Häusern sehr ordentlich sind und alles Anständigkeit und Langeweile verströmt. Agatha wusste, dass Bills Vater Hongkong Chinese war und seine Mutter aus Gloucestershire stammte. Doch sie hätte nicht an ein solch durchschnittliches Heim gedacht. Das Haus hieß Clarendon, wie das Holzschild mit den eingebrannten Lettern verriet, das neben der Pforte hing. James und Agatha gingen den frisch gefegten Weg zwischen ordentlich abgestochenen Blumenbeeten hinauf und klingelten, woraufhin Rule Britannia tönte. Bill machte ihnen auf. Nur herein, kommen sie, rief er. Sie können sich ins Wohnzimmer setzen und ich hole ihnen etwas zu trinken. Ma ist in der Küche beschäftigt. Kurz darauf saßen Agatha und James im Wohnzimmer ohne einander anzusehen. Die Einrichtung bestand aus einer dreiteiligen Sitzgarnitur mit hässlichem grauen Wollbezug. Jalousien versperrten den Blick aus dem wenig eindrucksvollen Panorama-Fenster umrahmt von Rüschengardinen. Der Teppichboden hatte ein unruhiges geometrisches Muster in Rot und Schwarz und die Wände waren mit einer Regency-Tapete in Weiß und Gold beklebt. Einige kleine Tische mit eingelegten Tischplatten standen auf dürren Beinchen herum und an einer Wand gab es eine Vitrine voller spanischer Puppen und Porzellanschnickschnack. Ein elektrisches Kaminfeuer simulierte Scheite und Kohlen, spendete jedoch nur sehr wenig Wärme. Bill kam mit einem kleinen Tablett herein, auf dem drei winzige Gläser mit süßem Sherry standen. Sie dürfen sich geehrt fühlen, sagte er, wir benutzen dieses Zimmer nur selten, es ist für besondere Gelegenheiten. Sehr nett, sagte Agatha, der es befremdlich vorkam, Bill in dieser kalten englischen Vorstadt Atmosphäre zu erleben. Schließlich wirkte er durchaus asiatisch. Darf ich Ihr Bad benutzen? fragte sie. Gleich die Treppe rauf, aber stellen Sie sich bitte nicht aufs Waschbecken. Agatha stieg die mit dickem Teppich ausgelegten Stufen hinauf und trat und trat in ein Badezimmer mit nilgrüner Garnitur. Der Toilettendeckel war mit nilgrüner Schenil überzogen. Ein Blümchen verziertes Schild an der Innenseite der Badezimmertür verkündete, gab's ein Tröpfchen, wisch das Töpfchen. Sie nahm etwas Toilettenpapier, um ihren Lippenstift abzuwischen und erschrak, als aus dem Klorollenhalter The Blue Bells of Scotland erklang. Essen ist fertig, sagte Bill, als sie wieder unten war. Er führte sie durch den Flur in ein kleines Esszimmer, wo sein Vater am Tafelende saß. Mr. Wong, ein kleiner grießgrämiger Chinese mit einem hängenden Schnurrbart, trug eine ausgeleierte graue Strickjacke und karierte Pantoffeln. Bill machte alle bekannt, was Mr. Wong mit einem Grummeln kommentierte, bevor er sein Besteck aufnahm und auf die polierte Tischplatte aus Kunststoff starrte. Agatha sah auf ein Set mit der aufgedruckten Tewkesbury-Abtei und wünschte, sie wäre nicht hergekommen. Die Schiebetür der Küchendurchreiche öffnete sich geräuschvoll nach oben und eine schrille Stimme mit Gloster-Akzent rief, Bill, Suppe! Bill holte Suppenteller von der Durchreiche und verteilte sie. Hast du die Flasche Liebfrau Milchma? fragte er laut. Im Kühlschrank. Ich hole sie. Mrs. Wong erschien, eine korpulente Frau mit einem unzufriedenen, misstrauischen Gesicht. Anscheinend genoss sie es nicht, Gäste zu haben. Bill schenkte den Wein ein. Die Ochsenschwanz-Suppe kam eindeutig aus der Dose, dazu wurden Brot-Dreiecke herumgereicht. Selbst James Lacey war inzwischen verstummt. Als nächstes gibt es Roastbeef, sagte Bill. Niemand macht ein so gutes Roastbeef wie Ma. Das stimmt, bestätigte Mr. Wong so unerwartet, dass Agatha zusammenzuckte. Wie sich herausstellte, war das Roastbeef unglaublich hart. Die Messer hingegen waren extrem stumpf. Sie musste ihre gesamte Konzentration aufwenden, um einzelne Stücke auf die Gabel zu bekommen. Der Blumenkohl war in einer dicken weißen Soße ertränkt, die Karotten waren zerkocht und versalzen, der Yorkshire Pudding schmeckte nach salzigem Gummi und die Erbsen waren von jener Dosensorte, die alles auf dem Teller grün färbt. Die Tage werden länger, sagte Mrs. Wong. Das stimmt, bestätigte Mr. Wong. Bald ist Sommer, ein Blick zu Agatha fort, als sei diese Schuld an der Jahreszeit. Ich hoffe, dass wir wieder einen schönen Sommer bekommen, sagte James. Mrs. Wong sah ihn an. Fanden sie den letzten Sommer etwa gut? Hast du das gehört, Vater? Er fand den letzten Sommer gut. Manche Leute, murmelte Mr. Wong und nahm sich mehr Blumenkohl. Bei der Affenhitze bin ich fast durchgedreht, sagte Mrs. Wong. Stimmt's nicht, Vater? Das stimmt. Stille. Ich hole den Nachttisch, sagte Bill. Setz dich hin, befahl seine Mutter. Das sind deine Gäste. Ich hab dir gesagt, dass ich das Quiz im Fernsehen gucken will, aber du wolltest sie ja unbedingt einladen. Kurz darauf wurden ihnen Schälchen mit Apfelkompott und Vanillesoße hingeknallt. Ich will nach Hause, dachte Agatha. Lieber Gott, lass diesen Abend schnell vorüber gehen. Geh mit ihnen ins Wohnzimmer, sagte Mrs. Wong nach dem Essen. Ich bringe Kaffee. Würden sie mir ihren Garten zeigen, fragte James. Ich interessiere mich sehr für Gärten. Wir gehen doch nicht abends raus und holen uns den Tod, erwiderte Mrs. Wong entrüstet. Tun wir nicht was, Vater? Komische Idee, grummelte Mr. Wong. Beim Kaffee waren Agatha und James zum Glück mit Bill allein. Ich bin so froh, dass sie kommen konnten, sagte er. Ich bin sehr stolz auf mein Zuhause. Ma hat es zu einem richtigen kleinen Palast gemacht. Wirklich gemütlich, log Agatha. Bill, sind Sie sicher, dass an Bladens Tod nichts Verdächtiges ist? Die Untersuchungen haben nichts ergeben, antwortete er. Haben Sie zwei Detektiv gespielt? Nur ein bisschen herumgefragt, sagte Agatha. Darf ich hier rauchen? Mich stört es nicht, aber Ma würde sie umbringen. Kommen Sie mit, wir gehen in den Garten. Sie folgten ihm nach draußen und James gab sogleich einen verzückten Laut von sich. Der Garten war wunderschön angelegt. Eine Gruppe von Kirschbäumen im hinteren Bereich reckte die weißen und rosafarbenen Äste in den Abendhimmel und über der Küchentür rangte ein Liguster in jungem Grün. Dies ist mein Reich, sagte Bill. Ein bisschen Abwechslung neben der Polizeiarbeit. James staunte, dass Bill, der offensichtlich einen Sinn für Schönheit hatte, nichts an seinem Elternhaus auszusetzen fand. Er fragte sich, woher Bill seine Bewunderung und Zuneigung für solch ein mürrisches Paar nahm, selbst wenn es sich um seine Eltern handelte. Irgendwie war es bewundernswert. Als sie wieder in das hässliche Wohnzimmer zurückkehrten, wo ihnen Mrs. Wong noch mehr scheußlichen Kaffee in ihren winzigen Tassen servierte, waren alle drei entspannter. Ich erwidere Gastfreundschaft gern, erklärte Bill James. Ich war schon so oft bei Agatha zum Kaffee, sie aber noch nie hier. Jetzt kennen sie ja den Weg und dürfen jederzeit vorbeischauen. Agatha und James bedankten sich sehr höflich bei Mrs. Wong und gingen. Er friert die Hölle zu, als dass ich da noch mal hingehe, sagte Agatha, als sie losfuhren. Ja, ich habe immer noch Hunger. Ich habe dieses Fleisch nur klein gesägt und unter das Gemüse geschoben, damit es aussah, als hätte ich es gegessen. Halten wir irgendwo auf einen Drink und ein Sandwich. James sprach fast abwesend, wie zu einer alten Freundin, deren Zustimmung er als selbstverständlich voraussetzte. Und Agatha war so lächerlich glücklich darüber, dass ihr beinahe die Tränen kamen. Bei Bier und Sandwiches entschieden sie, ihre Nachforschungen am nächsten Tag fortzusetzen. Was ist mit Miss Maps? fragte Agatha plötzlich. Wir wissen ja, dass Bladen ein Schürzenjäger war. Miss Maps ist diese unscheinbare Frau, die am Praxisempfang saß. Sie müsste alles über die geplante Operation gewusst haben. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Wir suchen sie morgen. Bill hat etwas Komisches gesagt, als Agatha wäre sehr erstaunt gewesen, wenn jemand sie als Romantikerin bezeichnet hätte. Schließlich betrachtete sie sich selbst als pragmatischen Kopfmenschen. Dennoch war sie sich gar nicht bewusst, wie verrückt ihre Träume und Fantasien in Bezug auf James Lacey waren. In ihrer Wahrnehmung war sie seit der Verabschiedung am Vorabend quasi mit ihm verheiratet und träumte vorrangig von leidenschaftlichen Flitterwochen. So geschah es, dass Agatha am nächsten Morgen ihre guten Vorsätze kühl und gelassen zu sein vergessen hatte. James hatte gesagt, dass er gegen Mittag käme, sie vielleicht einen Happen im Pub essen könnten und sich dann auf die Suche nach Miss Maps machen würden. Agatha beschloss, ein romantisches Mittagessen vorzubereiten. Sie rechnete jedoch nicht damit, dass James erschrocken zurückzuckte, hautengen Rock und sehr hohen Schuhen die Tür öffnete. Nervös trat er in der Diele von einem Fuß auf den anderen, als Agatha Richtung Esszimmer wies und sagte, sie hätte sich gedacht, dass sie ebenso gut bei ihr essen könnten. Durch die offene Tür sah James einen feierlich gedeckten Tisch. Edles Porzellan und Kristallgläser und brennende Kerzen in hohen Leuchtern. Kerzen am helllichten Tag. Panisch bewegte er sich rückwärts zur Haustür. Eigentlich bin ich gekommen, um mich zu entschuldigen, sagte er rasch. Mir ist etwas dazwischen gekommen, sodass ich heute verhindert bin. Er machte kehrt und floh aus dem Haus. Agatha konnte buchstäblich hören, wie ihre Träume in tausend Scherben zerstoben. Glühend rot vor Scham blies sie die Kerzen Dort schrubbte sie sich das Make-up vom Gesicht, zog sich ein sackartiges altes Kleid an, schlüpfte in ein paar bequeme Schuhe und schlurfte wieder nach unten, wo sie sich Soaps im Fernsehen ansah. Sie bemühte sich nach Kräften nicht über ihre Schmach nachzudenken. Nachdem sie die letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen hatte, nickte sie mit den Katzen auf zurückgekommen war. Doch draußen stand Mrs. Bloxby, die Vikas Frau. Ich kam gerade vorbei, sagte Mrs. Bloxby und dachte mir, ich erinnere sie daran, dass sich die Carsley Damen heute Abend treffen. Ich hoffe, dass sie kommen. Unser neuestes Mitglied, Mrs. Huntington kommt auch, ebenso wie Miss Webster, die den Laden führt. Wir werden also ziemlich viele sein. Miss Sims bringt ihren selbstgemachten Apfelwein mit, deshalb dachte ich, wir sollten Käse und Cracker dazu servieren. Agatha wurde klar, dass Mrs. Bloxby immer noch vor der Tür stand. Kommen Sie doch bitte rein. Nein, ich muss nach Hause. Mein Mann kämpft mit einer schwierigen Predigt. Das Pfarrhaus Wohnzimmer war voller plappernder Frau. Mrs. Bloxby reichte Agatha ein Glas Cider. Wo ist Miss Webster? fragte Agatha. Drüben, neben dem Klavier. Ah ja. Agatha beäugte sie interessiert. Josephine Webster war eine gepflegte Erscheinung von undefinierbarem Alter. Frieda Huntington unterhielt sich mit ihr. Agatha wollte das Gespräch der beiden nicht stören, deshalb blieb sie, wo sie war, trank einen Schluck aus ihrem Glas und blinzelte. Der Cider war überraschend gehaltvoll. Zufällig stand Miss Sims neben ihr. Wie machen sie ihren Apfelwein so stark? Miss Sims kicherte und flüsterte ihr zu. Ich verrate ihnen das Geheimnis. Ich wollte ihn ein bisschen aufpeppen und habe eine Flasche Wodka darunter gemischt. Dabei zeigte sie mit ihrem Glas auf ein kleines Fass auf dem Tisch. Sie machen uns noch alle betrunken. Na, einige von uns müssen dringend aufgeheitert werden. Gucken sie sich Mrs. Josephs an. Sie sieht schon besser aus als vorhin. Ich dachte erst, sie trägt noch die nächsten Monate Trauer wegen ihres Katers. Agatha setzte sich zu Mrs. Josephs. Es freut mich, dass es ihnen wieder besser geht, sagte sie höflich. Oh, viel besser, antwortete die Bibliothekarin beschwipst. Mein ist die Rache. Ach ja, ich werde bekommen, was mir zusteht. Agatha sah sie neugierig an. Was meinen sie? Ruhe, meine Damen, rief Mrs. Mason. Wir wollen jetzt anfangen. Fragen Sie mich morgen früh um zehn, sagte Mrs. Josephs laut. Und ich erzähle ihnen alles über Paul Bladen. Schst, machte Mrs. Bloxby. Ungeduldig wartete Agatha, während sich das offizielle Programm hinzog. Doch ehe sie fertig waren, stand Mrs. Josephs unvermittelt auf und ging. Agatha zuckte mit den Schultern. Sobald der förmliche Teil vorbei war, sprach sie Miss Webster an. Ich habe sie auf Paul Bladens Beerdigung gesehen. Und ich wusste gar nicht, dass sie mit ihm befreundet waren, entgegnete Miss Webster. Nicht richtig befreundet, aber ich fand, dass ich mein Beileid ausdrücken sollte. Sie müssen sehr traurig gewesen sein, ihn zu verlieren. Ganz im Gegenteil, sagte Miss Webster, ich Dann kriege Kopf schmerzen. Abrupt erhob sie sich und verließ den Raum. Das wird ja immer spannender, dachte Agatha. Verfluchter James, hier wimmelte es von interessanten Hinweisen und Anspielungen. Sie musste ihn unbedingt sprechen, bevor sie zu Mrs. Josephs ging. James' Türklingel läutete am nächsten Morgen um Viertel vor zehn. Wie eine alte Jungfer zupfte er die Gardine vorsichtig beiseite und lugte hinaus. Dort stand Agatha Raisin. Wieder überkam ihn das ungute Gefühl, verfolgt zu werden. Er eilte in die Küche und setzte sich dorthin. Es klingelte und klingelte, bis endlich wieder Stille eintrat. Verärgert stapfte Agatha ins Dorf. Ein Wagen hielt neben ihr und Bill Wong guckte fröhlich zum Fenster heraus. Was ist los Agatha? Wo ist James? Nichts ist los und wo James Lacey ist, weiß ich nicht und ich will es auch nicht wissen. Dann haben sie ihn vergrault, stellte Bill allzu munter fest. Ich habe gar nichts gemacht. Und nur zu ihrer Information, ich bin auf dem Weg zu Mrs. Josephs, der Bibliothekarin. Sie will mir etwas Wichtiges über Paul Bladens Tod erzählen. Bill seufzte. Agatha, nach einem Mord kommt normalerweise eine Menge Schmutz ans Licht, der nichts mit dem Fall zu tun hat. Und es werden eine Menge Leute verletzt. In einem englischen Dorf herum zu schnüffeln, weil man dringend aus einem Unfall einen Mord machen will, hat denselben Effekt. Und das völlig grundlos. Lassen sie es. Tun sie gute Werke, verreisen sie wieder, aber lassen sie Paul Bladen in Frieden ruhen. Er fuhr weiter. Trotzdem gehe ich hin, dachte Agatha stur. Sie erwartet mich. Mrs. Josephs lebte am Ende einer Reihe ehemaliger Arbeiterhäuser. Ihr Cottage war tadellos in Schuss. Es hatte einen handhoch großen Garten, über dessen Hecke leuchtend gelbe Fusitien zur Straße hindrängten. Agatha drückte die kleine Eisenpforte auf, niemand öffnete. Agatha klingelte noch einmal. Unglücklich fragte sie sich, ob sämtliche Einwohner Carsleys hinter ihren Sofas Zuflucht suchen, wenn sie an ihre Türen kam. Aber Mrs. Josephs hatte sie doch ausdrücklich herbestellt. Mithin hatte sie kein Recht, Agatha zu schneiden. Vorsichtig drehte Agatha den Knauf und die Tür ging auf. Dahinter befand sich ein kleiner Flur mit einer schmalen Treppe die steil nach oben führte. Mrs. Josephs rief Agatha. Das kleine Haus hatte dicke Wände und die Stille darin war bedrückend. Agatha sah sich in den unteren Zimmern um, dem kleinen Wohnzimmer, dem Esszimmer und der winzigen Küche. Dann blieb sie unschlüssig am Fuß der Treppe stehen. Wie unheimlich dieser dämmerige Aufgang aussah. Vielleicht war Mrs. Josephs krank und brauchte Hilfe. Dieser Gedanke machte Agatha Mut und sie stieg die Stufen hinauf. In dem Schlafzimmer oben rechts war das Bett gemacht und alles sah sehr ordentlich aus. Nein, hier war nichts dramatisches geschehen. Wo ich schon mal hier bin, kann ich auch zur Toilette gehen, dachte sich Agatha. Wahrscheinlich war Mrs. Josephs noch in der Bücherei und hatte gemeint, Agatha sollte dorthin kommen. Wie dumm sie gewesen war. Aber war es nicht leichtsinnig aus dem Haus zu gehen, ohne abzuschließen? Die Tür mit der Milch Glasscheibe musste das Bad sein. Mrs. Josephs lag auf dem Badezimmer Boden und starrte blind an die Decke. Vor Schreck stieß Agatha einen kleinen Schrei aus. Sie zwang sich, auf die Knie zu sinken, Mrs. Josephs Arm anzuheben und nach dem Puls zu fühlen. Agatha sich wieder auf, rannte die Treppe hinunter und blickte sich nach einem Telefon um. Sie fand es im Wohnzimmer und rief die Polizei und einen Krankenwagen. Als erstes traf PC Fred Griggs ein, der Dorfpolizist. Er sah aus wie die Dorfpolizisten in Kinderbüchern, groß und rot gesichtig. Sie ist tot, sagte Agatha, oben im Bad. Sie folgte dem fülligen herab. Sie haben recht, sieht man schon mit bloßem Auge. Mrs. Josephs war Diabetikerin. Dann war es kein Mord, murmelte Agatha. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Seine Schweinsäuglein musterten sie misstrauisch. Gestern Abend hat sie vor allen anderen Damen gesagt, dass sie mir etwas über Paul Bladen erzählen will. Der Tierarzt, gestorben ist, was hat der denn mit der armen Frau zu tun? Als Agatha wieder nach unten und aus dem Haus ging, hörte sie Sirenen geheul. Im nächsten Augenblick fuhren ein Krankenwagen und zwei Streifenwagen vor. Agatha erkannte Chief Detective Inspektor Wilkes und Bill Wong. In ihrer Begleitung waren noch zwei weitere Detektives und eine Polizistin, die sie nicht kannte. Haben sie 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 gefunden? fragte Bill. Agatha nickte benommen. Wann? Um zehn, antwortete Agatha. Ich habe ihnen doch gesagt, dass ich zu ihr wollte. Gehen sie nach Hause. Wir kommen später und nehmen ihre Aussage auf. James James Lacey stand an seiner Haustür und sah die Straße hinunter. Er hatte die Sirenen gehört. Seit er Agathas Klingeln ignorierte, hatte er vor seinem Computer gesessen und die Überschrift Kapitel zwei angestarrt. Nun kam Agatha zurück und sie war kreidebleich im Gesicht. Was ist passiert? rief er, doch sie winkte ab und sagte später. Er war enttäuscht. Zweifellos könnte Agatha ihm eine sehr überzeugende Ausrede liefern, um heute nicht zu schreiben. Nur leider war er wie ein verängstigter Schuljunge vor ihr und ihrem festlichen Mittagessen weggelaufen. Also kehrte er zu seinem Computer zurück und sah ihn erbost an. So wie er einen Wagen in die Straße einbiegen hörte, sprang er auf und trat abermals vor die Tür. Interessiert beobachtete er, wie der Streifenwagen vor Agathas Cottage hielt. Bill Wong, ein weiterer Detektiv und eine Polizistin stiegen aus. Alle drei gingen ins Haus. Das habe ich mir selbst eingebrockt, dachte James missmutig. Diese famalle Deite Raisin hat irgendeine Spur und ich bin nicht mehr mit im Spiel. Nebenan beantwortete Agatha brav die Fragen der Polizisten. Wie lange war sie in Mrs. Joseph's Cottage gewesen? Nur wenige Minuten? Hatte sie vorher jemanden gesehen? Detective Wong. Der Chief Inspektor nickte. Demnach musste Bill bereits angegeben haben, dass er Agatha am Morgen getroffen hatte. Woran ist sie gestorben? fragte Agatha. Das wissen wir erst, wenn wir den Bericht des Gerichtsmediziners haben, sagte Wilkes. Wenn ich es richtig verstehe, wurde gestern Abend im Pfarrhaus vereinbart, dass sie Mrs. Joseph's heute besuchen. Was genau hat sie gesagt? Agatha antwortete prompt. Sie hat gesagt, fragen Sie mich morgen früh um zehn und ich erzähle Ihnen alles über Paul Blayton. Sonst nichts? Warten Sie, ich glaube, ich hatte eine Bemerkung gemacht, dass sie wieder besser aussehen würde und da sagte sie etwas Merkwürdiges. Sie sagte, mein ist die Rache. Sind Sie sicher? Und ob? Und sie sagte noch, Agatha überlegte stirnrunzelnd, sie hat noch gesagt, ich bekomme, was mir zusteht. Ach wirklich, bemerkte Wilkes, sehr kryptisch und ein bisschen wie in einem Roman. Ich denke mir das nicht aus, entgegnete Agatha gereizt. Also Mrs. Joseph sagte, fragen Sie mich morgen früh um zehn und sie sind zu ihr nach Hause gegangen. Wieso haben sie sie nicht einfach angerufen? In diesem Dorf telefonieren wir nicht viel miteinander. Man schaut einfach bei den Leuten vorbei, mit denen man reden will, erklärte Agatha. Mrs. Joseph sollte eigentlich in der Bücherei sein. Warum sind Sie nicht dorthin gegangen? Weil ich Agatha stöhnte genervt. Was zum Worum geht es hier eigentlich? Sie ist doch eines natürlichen Todes gestorben oder etwa nicht? Seltsam, dass Sie daran zweifeln. Unser Detective Sergeant Wong meint nämlich, dass Sie Paul Bladens Tod für Mord halten. Agatha warf Bill Wong einen vorwurfsvollen Blick zu. Mich interessiert Paul Bladens Tod und ich habe bloß ein paar Fragen gestellt, verteidigte sie sich. Wer war alles gestern Abend auf der Tee-Party im Fahrhaus? Das war keine Tee-Party. Es gab Apfel, Wein und Käse. Die meisten Namen kann ich Ihnen sagen, aber Miss Sims, die Sekretärin, gibt Ihnen bestimmt gerne eine vollständige Liste. Sie notiert bei jedem Treffen, wer da ist. Wilkes stand auf. So machen wir es, Mrs. Raisin. Vielleicht müssen wir sie noch mal sprechen. Haben sie vor, demnächst zu verreisen? Was? Agatha starrte ihn an. Ich? Nein. Glauben sie, es war Mord? Aber, aber, Mrs. Raisin, im Moment untersuchen wir bloß den Tod einer Diabetikerin. Guten Tag. Bill zwinkerte Agatha hinter dem Rücken seines Vorgesetzten zu und sagte stumm heute Abend. Nachdem sie gegangen waren, beschloss Agatha, es noch einmal bei James zu versuchen. Zum Teufel mit der Romantik. Diese Geschichte war viel zu spannend, als dass Agatha sie für sich behalten konnte. Doch wieder einmal öffnete er nicht. Immerhin war es Agatha in kleiner Trost, dass diesmal sein Wagen fort war. James war nach Merster gefahren. Um den Bruch mit Agatha zu kitten, hatte er überlegt, ihr Blumen oder Schokolade zu schenken, bevor ihm eine bessere Idee kam. Wenn er Miss Mapps Adresse herausfand, hätte er den perfekten Vorwand, um bei Agatha vorbeizuschauen. Agatha ging in den Red Lion, wo sie mit den anderen Dorfbewohnern über Mrs. Josephs redete, aber eigentlich nichts Neues erfuhr. Leicht beschwipst kehrte sie nach Hause zurück und nickte ein. Erst um fünf Uhr wurde sie von der Türklingel geweckt. Verkatert und müde ging sie zur Tür. Dort stand Bill Wong. Kommen Sie rein, rief Agatha, erzählen Sie mir alles, was Sie wissen, aber lassen Sie mich zuerst einen starken Kaffee aufsetzen. Ich habe mittags im Pub ein bisschen zu viel getrunken. Wie haben Sie Lacey verscheucht, fragte Bill, der ihr in die Küche folgte. Ich habe ihn nicht, ach, na gut, ich habe ihn gestern zum Mittagessen eingeladen, mit Kerzen auf dem Tisch und ausgeschnittener Bluse. Da sah ich nur noch eine Staubwolke von ihm. Wieder läutete es an der Tür. Ich gehe schon, sagte Bill. Wenige Augenblicke später kehrte er mit James in die Küche zurück. Sprechen Sie nicht zu laut, sagte Bill. Unsere Agatha hat einen Kater. Sie musste ihren Kummer im Pub ertränken. Gestern erwartete sie eine alte Flamme aus London zum Mittagessen und wurde versetzt. Darüber vergaß sie, dass sie kommen wollten und dann sind sie auch noch Hals über Kopf geflohen. Oh, James kratzte sich am Ohr. Zum Glück bin ich nicht eitel, sonst hätte ich glauben können, die festliche Tafel galt mir. Bill lächelte zufrieden. Unsere Agatha hat gewöhnlich andere Kaliber am Haken, nicht wahr, Agatha? Warum hat er sie noch gleich versetzt? Ich kann genauso gut lügen, dachte Agatha. Seiner Firma droht eine feindliche Übernahme, aber zur Entschädigung führte mich demnächst in Savoy zum Abendessen aus. James kam sich wie ein Idiot vor. Also, Agatha stellte Kaffeetassen auf den Tisch, erzählen sie uns alles, Bill. Was ist denn eigentlich los? rief James verdrossen. Geht es um die tote Bibliothekarin? Bei Harrys reden sie von nichts anderem. Agatha berichtete ihm, dass Mrs. Joseph sie zu sich bestellt hatte und sie es gewesen war, die die Bibliothekarin tot aufgefunden hatte. Jetzt sieh, Bill, war es Mord? Wir warten noch auf den Bericht des Pathologen, antwortete er, und ich sage ihnen das hier inoffiziell. Etwas an dem Fall ist komisch. Was? fragte Agatha. Die Spurensicherung fand Schleifspuren auf der Treppe, vom Wohnzimmer bis hinauf ins Bad. Mrs. Josephs trug braune Lederschnür Schuhe und die Treppe ist nicht mit Teppich ausgelegt. Die Schleifspuren könnten von ihren Schuhen stammen. Außerdem trug sie dicke Strümpfe, die zu einzelnen Faserresten auf den Stufen passen könnten. Agathas Augen leuchteten. Sie meinen, jemand hat sie vielleicht im Wohnzimmer umgebracht, dann nach oben geschleift und im Badezimmer abgelegt? Das verstehe ich nicht, sagte James. Wenn jemand sie umbringen wollte, wozu macht er sich die Mühe, sie hinterher ins Bad zu schleppen? Das alles ist reine Spekulation. Ich weiß noch gar nichts mit Sicherheit. Also dürfen sie beide kein Wort zu irgendwem sagen, verstanden? James und Agatha nickten wie die Wackeldackel. Anscheinend wusste jeder, dass sie Diabetikerin war und sich selbst Insulin gespritzt hat. Was ist, wenn ihr jemand etwas Tödliches injizierte und sie dann nach oben ins Bad brachte, weil sie dort ihre Spritzen aufbewahrte. Der mutmaßliche Täter wollte es vielleicht so aussehen lassen, als wäre sie gestorben, bevor sie sich ihre Spritze geben konnte. Haben die Nachbarn jemanden gesehen, der bei ihr war? fragte James. Nein, aber es gibt einen Weg, der hinter den Gärten entlang führt. Mrs. Dunstable vom anderen Ende der Häusereihe glaubt, Das war ungefähr um 8 Uhr morgens. Nur ist die Frau taub. Sie meint, sie hätte die Vibrationen eines Autos gespürt. Können Sie sich das vorstellen? Es wäre komisch, sollte sich tatsächlich herausstellen, dass es Mord war, sagte James nachdenklich. Nach dem, was sie vor allen anderen zu Agatha gesagt hat, könnte es auch Zweifel am Unfalltod von Paul Bladen aufkommen lassen. Oder sie hat Selbstmord begangen, gab Bill zu bedenken. Jeder im Dorf weiß, dass sie seit dem Tod ihrer Katze sehr deprimiert war. Die Schleifspuren können von ihr selbst stammen, als sie sich mit letzter Kraft die Treppe hinauf schleppte. Jedenfalls sind das alle Neuigkeiten. Ich muss zurück zur Arbeit. Danke für den Kaffee, Agatha. Agatha brachte Bill zur Tür, ging zurück in die Küche und setzte sich wieder an Nein, ich überlege nur. Hätte ich Mrs. Josephs mit einer tödlichen Injektion umgebracht, würde ich das Mittel nicht zwischen ihren Fläschchen und Pillen im Bad lassen. Ich bin kein sehr schlauer Mörder, man bedenke die Schleifspuren. Also fahre ich weg, die Flasche oder Ampulle in meiner Tasche. Ich bin verschwitzt und panisch. Sie öffnete die Augen. Ich würde das Zeug aus dem Fenster schmeißen. Das wäre denkbar, sagte James. Und der Weg hinter den Häusern führt hinauf zu Lord Pendleburys Anwesen. Nachsehen schadet wohl nicht. Wir nehmen einfach Müllbeutel mit, dann halten uns die Leute für Freiwillige, die sich für saubere Wanderwege einsetzen. Aber falls wir etwas finden, lassen wir es, wo es ist und rufen die Polizei. Sonst denken die noch, wir haben es extra dorthin gelegt. Sie nahmen Agathas Wagen. Agatha fuhr bis ans Ende des Weges und hielt dort an, ohne den Motor abzustellen. Sie stellte sich vor, dass sie eben einen Mord begangen hätte. Dann fuhr sie ein Stück den Hügel hinauf und bremste abrupt. Warum hier? fragte James. Hier würde ich die Ampulle oder Spritze wegwerfen, wenn ich der Mörder wäre, antwortete Agatha. Sie begannen, den rechten Wegrand abzusuchen, wo etwas landen würde, was auf der Fahrerseite aus dem Fenster geworfen wird. Doch nach einer Stunde gründlicher Suche hatte sie nichts außer einem alten Füllfederhalter und einer Sandale gefunden. Es wird dunkel und ich habe Hunger, beklagte sich James. Versuchen wir es ein Stück weiter oben, näher beim Anwesen, bettelte Agatha. Nur noch kurz. Mist, ich habe Frieda Huntington vor ein paar Tagen versprochen, dass ich sie um sieben auf einen Drink im Red Lion treffe. Außerdem wird es langsam zu dunkel. Ich habe eine Taschenlampe im Auto, sagte Agatha, die wild entschlossen war, ihn so lange wie möglich in ihrer Nähe zu behalten. Ach, na gut, aber nicht mehr lange. Sie fuhren ein Stück weiter den Weg hinauf und stiegen wieder aus. Agatha nahm die Taschenlampe, während James mit wenig Elan unter einer Hecke herumstocherte. Als Agatha nach einer halben Stunde akribischer Suche plötzlich Eureka ausrief, murrte James. Das ist hoffentlich nicht noch ein Schuh. Frieda ist sicher schon. Kommen Sie her, sehen Sie sich das an. Er stapfte zu ihr. Agatha leuchtete mit der Taschenlampe auf wirres Gestrüpp und Brennnesseln im Seitengraben. Unten in dem Graben lag ein kleines braunes Apothekenfläschchen. Das gibt's doch nicht, murmelte James und umarmte Agatha. Sie war froh, dass es inzwischen vollständig dunkel war und er nicht sehen konnte, wie rot sie wurde. Sie warten hier und passen auf, sagte sie aufgeregt. Ich fahr los und ruf Bill Wong an. James wartete und wartete. Er sah auf seine Uhr, deren beleuchtetes Ziffernblatt zeigte, dass es beinahe acht war. Dann befand er, dass er eigentlich nicht hier herum stehen musste. Er nahm den Stock, den er sich vorhin von der Hecke abgebrochen hatte, um damit zu stochern, steckte ihn neben dem Fläschchen in die Erde und band sein weißes Taschentuch um das obere Ende. Nun konnte er guten Gewissens in den Pub gehen, denn die Polizei und Agatha würden seine Markierung problemlos finden. Er marschierte den Weg hinunter davon. Agatha wartete ungeduldig vor ihrer Haustür und nagte an den Fingernägeln. Bill hatte ihr gesagt, bleiben sie, wo sie aber James fragte sich gewiss längst, was los war. Erleichtert seufzte sie auf, als sie den Streifenwagen in ihre Straße einbiegen sah und lief ihm entgegen. Bill und noch ein Detektiv saßen in dem Wagen. Springen sie rein, sagte Bill, und bringen sie uns zu ihrem Beweisstück. Fred Griggs konnten wir nicht erreichen, es ist ein freier Abend. Agatha wollte es nicht glauben, dass keine Spur von James zu entdecken war, als sie den Hügelweg hinauf kamen. Zu allem Übel erinnerte sie sich nicht mehr genau, wo der Fundort war, und so musste sie recht lange suchen, bis Bill den Stock mit dem angeknoteten Taschentuch fand. Wenigstens hat er die Stelle markiert, sagte Bill und ging in die Hocke. Er leuchtete den Bereich um den Stock mit einer großen Taschenlampe ab. Hier scheint nichts zu sein, Agatha. Sie lugte ihm über die Schulter. Aber sie war da, rief sie. Oh, wo steckt James nur? Wenn er seelenruhig in den Papp marschiert ist, um diese Kuh zu treffen, bringe ich ihn um. Bill und der andere Detektiv suchten langsam und gründlich alles ab, konnten jedoch kein Fläschchen entdecken. Schließlich Glauben Sie, dass Lacey im Papp ist? Oh, ich bin mir sogar sicher, antwortete Agatha aufgebracht. Im Red Lion herrschte reger Betrieb. Das ganze Dorf schien sich im Papp zu drängeln. James erschrak, als ihm auf die Schulter getippt wurde und eine Stimme sagte, Polizei, würden Sie mich bitte nach draußen begleiten, Mr. Lacey? Er folgte dem Beamten aus dem Papp und zuckte beim Anblick des ungewöhnlich ernsten Bill Wong und der zornigen Agatha schuldbewusst zusammen. Ich nehme an, ich hätte nicht weggehen dürfen, sagte er eilig, aber haben Sie denn nicht den Stock mit dem Taschentuch gefunden, den ich zurückgelassen habe? Doch, den haben wir gefunden, allerdings kein Medikamentenfläschchen, antwortete Bill. Wann waren Sie abredet? Und haben Sie Mrs. Huntington oder sonst jemandem im Pub erzählt, was Sie gefunden haben? Nun, James scharrte verlegen mit dem Fuß. Der Polizist, der ihn aus dem Pub geholt hatte, war anschließend wieder hineingegangen und kam gerade rechtzeitig zurück, um Bills Frage zu hören. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen, Sir? Er zog Bill ein Stück beiseite. James Lacey starrte auf den Boden. Bill kam wieder und sah James an. Also, wie ich es verstehe, haben Sie Mrs. Huntington erzählt, dass Sie und Mrs. Raisin ein Beweisstück zum Tod von Mrs. Joseph gefunden haben, dass es sich um ein Apothekenfläschchen handelt und dass sie die Fundstelle mit einem Stock und einem Taschentuch markiert haben. Darauf hat Mrs. Huntington laut verkündet, wir haben einen Privatdetektiv unter uns. Ist James nicht klug? Und sie schilderte nochmals für alle Gäste, was sie gefunden haben und wo. Hören Sie, verteidigte James sich hilflos, ich bin schließlich kein Polizist, für mich war das Ganze eher ein Spiel, aber vielleicht habe ich den Stock an die falsche Stelle gesteckt. Fahren wir noch mal hin und sehen nach. Gut, dann kommen Sie bitte mit, sagte Bill. Ich hatte sowieso vor, noch einmal alles abzusuchen und habe bereits Verstärkung angefordert. Ohne ein Wort an James zu richten, stieg Agatha hinten in Bills Wagen ein. Wenn ich bitten dürfte, Sir, sagte ein Polizist und führte James zu einem anderen Streifenwagen. Mittlerweile wimmelte es auf dem Weg von Polizisten, die den Seitengraben absuchten. Bald erklang ein triumphierender Ruf. Einer der Polizisten hockte sich wenige Meter von der Stelle, die James markiert hatte, hin und winkte die anderen zu sich. Er drückte einige lange Grasbüschel beiseite und enthüllte eine kleine Apothekenflasche. Behutsam nahm er sie mit einer Pinzette auf, legte sie auf ein sauberes Tuch und zeigte sie Agatha. Nein, die hat eine andere Form, stellte Agatha fest. Und habe, ein Etikett klebte. Sie können jetzt ruhig nach Hause gehen, Mrs. Raisin, sagte Bill. Wir melden uns bei Ihnen, falls wir sie brauchen. Es tut mir schrecklich leid, hob James unglücklich an. Sie auch, Mr. Lacey, wir rufen Sie an, wenn noch irgendetwas ist. James wandte sich zu Agatha. Sie müssen mich für einen ausgemachten Hornochsen halten. Agatha öffnete den Mund und wollte ihm sagen, dass sie ihn tatsächlich für einen kompletten Idioten hielt. Aber dann fiel ihr wieder ein, wie er sie bei der Sache mit dem Waschbecken gerettet hatte, und sie sagte stattdessen, gehen wir zu mir, ich koche uns einen Kaffee und wir überlegen in Ruhe. Er bejahte stumm und folgte ihr. Ich werde den Gedanken nicht los, sagte Agatha nach einigen Schritten, dass der Mörder im Pub gewesen sein und Frieda gehört haben könnte. Er oder sie hat sich weggeschlichen, die Flasche geholt, sich in der Nähe versteckt und abgewartet, bis die Polizei wieder weggefahren ist. Dann hat er oder sie ein anderes Fläschchen in den Graben gelegt, in dem sich garantiert irgendetwas vollkommen Harmloses befindet. Aber ein cleverer Mörder hätte das Fläschchen gar nicht erst weggeworfen, gab James zu bedenken. Schweigend gingen sie weiter, beide tief in Gedanken versunken. Als sie bei einem Kaffee in Agathas Küche saßen, brach Agatha ihr untypisch langes Schweigen und platzte heraus, ich weiß was. Was? Also kluge Mörder gibt es nicht, so viel wissen wir. Um jemanden zu ermorden, muss man irre sein, zumindest vorübergehend. Aber was ist, wenn irgendeine Frau wusste, dass Paul an dem Tag oben bei Lord Pendlebury sein würde? Wahnsinnig vor Wut schlägt sie ihm einen stumpfen Gegenstand über den Schädel und rammt ihm die Spritze in die Brust, ohne zu wissen, dass sie ein tödliches Mittel enthält. Auf einmal ist er tot. Sie rennt in Panik davon. Jetzt hat sie einen Mord begangen, ist völlig durcheinander und hat schreckliche Angst. Sie hört zufällig, wie Mrs. Josephs im Pfarrhaus mit mir redet, glaubt, sie zum Schweigen bringen zu müssen und weiß, dass Mrs. Josephs Diabetikerin ist. Sie injiziert ihr irgendein Mittel und denkt, dass jeder von einem natürlichen Tod ausgeht, wenn die Leiche im Bad gefunden wird. Dann ist sie im Pub und hört, was Rita sagt. Wieder wird sie panisch, holt die Flasche und legt eine andere ins Gras. Eine Stunde lang redeten sie weiter, stellten Listen von Frauen auf, die im Pfarrhaus waren und Frauen, an die James sich aus dem Pub erinnerte. Dann klingelte das Telefon. Agatha ging ran, kam wieder in die Küche zurück und sank frustriert auf ihren Stuhl. Das war Bill. Mrs. Josephs wurde ermordet. Jemand hat ihr eine hohe Dosis Adrenalin gespritzt. Und wo kriegt man Adrenalin her? Zuerst dachte ich an Peter Rice, weil er als Tierarzt darauf Zugriff hat, aber er war nicht mal in der Nähe des Dorfes. Bill sagte, dass auch Bauern normalerweise einen Vorrat haben. Deren Medizinschränke werden gemäß gesichert sind. Miss Mapps, sagte James auf einmal. Was ist mit ihr? Deshalb kam ich heute überhaupt zu ihnen. Ich habe ihre Adresse. Sie wohnt in Leamington Spa. Moment mal, sie war weder im Fahrhaus noch heute Abend im Pub. Nein, aber dafür weiß sie mehr über Paul Bladen als die meisten anderen. Sie hat mit ihm zusammen gearbeitet. Agatha überlegte. fahren wir morgen zu ihr. Agatha und James konnten sich erst am späten Nachmittag des nächsten Tages auf den Weg nach Leamington Spa machen, denn vorher ereignete sich in Carsley ein weiteres Drama. In die Tierarztpraxis war eingebrochen und der Medikamentenschrank aufgebrochen worden. Hinter dem Einbruch steckte ein Fachmann. Aus der Hintertür war ein Stück Scheibe herausgeschnitten worden, sodass der Dieb hindurchgreifen und die Tür öffnen konnte. Wahrscheinlich stammt das Adrenalin aus der Praxis, sagte ein ziemlich müde wirkender Bill Wong. Nur meint PC Griggs, dass er auf seinen Runden immer wieder bei der Praxis vorbeigeht und es vorgestern Abend keine Einbruchsspuren gab. Das fehlende Glasstück muss ihm nicht aufgefallen sein, bemerkte James. Fred Griggs ist ein gewissenhafter Dorfpolizist, entgegnete Bill. Dann denken sie, dass jemand uns nur glauben machen will, dass Adrenalin sei aus der Praxis, fragte Agatha. Könnte sein, aber wie unnötig kompliziert und es wirft ein neues Licht auf den Tod von Paul Bladen. Noch dazu fällt uns keiner ein, der ein Interesse gehabt haben könnte, Mrs. Josephs umzubringen. Anschließend mussten Agatha und James haarklein aussagen, wo und wie sie das Fläschchen gefunden hatten. Die Flasche, die wir mitgenommen haben, wurde im Labor untersucht und sie enthielt Spuren eines Beruhigungsmittels. Wir haben mit dem hiesigen Arzt gesprochen. Man staunt, wie viele Frauen heutzutage Beruhigungspillen nehmen, berichtete Bill. Doch nun zu ihnen beiden. Die Polizei mag bisweilen sehr langsam und umständlich wirken, aber unsere Art der Ermittlung ist in jeder Hinsicht sicher. Amateure hingegen, die überall herumstochern und Schmutz aufwühlen, gefährden sich und unsere Arbeit. Also bitte, mischen sie sich nicht mehr ein. Hätten wir uns nicht eingemischt, wie sie es nennen, erwiderte Agatha schnippisch, würde Paul Bladens Tod immer noch als Unfall gelten und Mrs. Josephs wäre vielleicht noch am Leben. Überlassen sie die Sache uns, Agatha. Nachdem die Polizei fort war, sagte James, anscheinend sind wir nicht gerade beliebt. Ja, wir sollten uns wohl lieber raushalten. Agatha sah indes nicht so aus, als gefiele ihr dieser Gedanke. Vielleicht könnte ich mich meinem Garten widmen. Ihr Rasen vor dem Haus sollte wirklich mal auf Vordermann gebracht werden, bestätigte James. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, was ich meine. Agatha war als erste an der Haustür. Sie blickte die Straße hinunter und sah Frida Huntington vor James Tür stehen. Daraufhin machte sie einen Satz zurück. Ich hab's mir anders überlegt, sagte sie rasch und knallte die Haustür zu. Trinken mir noch einen Kaffee und ich erzähle Ihnen, was wieder saßen. Ich sehe es so. Die Türklingel schrillte mehrfach und ausdauernd. Wollen Sie nicht aufmachen? fragte James. Tja, muss ich wohl. Widerwillig stand Agatha auf. Sie sah durch den Tür Spion und tatsächlich stand Frida draußen. Agatha kehrte in die Küche zurück und setzte sich wieder. Schmieriger Vertreter, sagte sie, die sind sowas von aufdringlich, dem öffne ich lieber erst gar nicht. Die Klingel schrillte wieder und Agatha verzog das Gesicht. Ich gehe hin. James wollte schon aufstehen. Nein, bitte, setzen Sie sich. Ich finde, wir sollten ruhig nach Leamington fahren und mit Miss Mapps reden. Je mehr wir über Paul Bladen erfahren, umso eher finden wir heraus, was hinter seinem Tod steckt. Leidenschaft, sagte James, eine verflossene Liebe. Oder Geld. Agatha musste an ihr leidiges Erlebnis in London denken. Aber James, dem Dank seines Privatvermögens und der Armeepension derlei Sorgen fremd waren, schüttelte den Kopf. Er hat nicht viel hinterlassen, zumindest nicht nach heutigem Maßstab. Wieder klingelte es an der Tür. Nein, sagte Agatha streng. Warten wir ab. Wer das auch ist, der wird wieder verschwinden. Wo in Leamington wohnt Miss Mapps? Er zückte sein Notizbuch und blätterte darin herum. Hier ist es. Miss Cheryl Mapps, 23 Jahre alt, erst seit Eröffnung der Praxis hier in Carsley beim Tierarzt angestellt. Wohnhaft Blackbird Street 43, Royal Leamington Spa. Agathas gespitzte Ohren konnten kein Geräusch vor dem Haus ausmachen. Andererseits war das Cottage auch sehr gut isoliert, sodass man kaum etwas von draußen hörte. Ich gehe schnell nach oben und lege etwas Make-up auf, dann können wir los. Falls es wieder klingelt, achten Sie nicht darauf. Oben linste sie aus dem Schlafzimmer Fenster und stellte zufrieden fest, dass Frida wegging. Sie schminkte sich nur dezent, damit sie James nicht gleich wieder verschreckte, besprühte sich ein wenig mit Riff Gauche und ging zurück nach unten. Dort fütterte sie die Katzen und ließ die beiden in den Garten, weil es nicht mehr besonders kalt war. Warum bauen Sie keine Katzenklappe ein? fragte James. Ich weiß, dass ich eine lebhafte Fantasie habe, aber wenn ich an Katzenklappen denke, fallen mir sofort kleine Einbrecher ein, die sich durch die Dinger hindurch schlängeln könnten. Das ist noch nie vorgekommen. Wissen Sie was, sagte James, der das Gefühl hatte, er müsste einiges wieder gut machen. Kaufen Sie sich eine und ich baue sie ihnen ein. Agatha strahlte ihn an. Wie häuslich sie wurden. Eine schlichte Trauung in der Kirche von Carsley. Zu alt, um weiß zu tragen. Vielleicht ein Seidenkostüm und ein hübscher Hut? Die Flitterwochen an einem exotischen Ort. Die berühmte Detektivin Agatha Raisin heiratet, würde im Lokalblatt stehen. James sah sie unsicher an, denn ihm fiel ein seltsam verklärter Ausdruck in ihren kleinen Augen auf. Geht es ihnen gut? fragte er. Sie sehen aus, als hätten sie Bauchzwicken. Alles bestens, Agatha landete unsanft in der Realität. Fahren wir. Leamington oder Royal Leamington Spa, um es beim vollständigen Namen zu nennen, war nicht weit entfernt. Sie brauchten nicht einmal eine Stunde bis dorthin. Zu ihrem Verdruss wollte James sich die öffentlichen Gärten ansehen, bevor sie mit ihrer Detektivarbeit begannen. Agatha stampfte übellaunig neben ihm her, während er sich begeistert über Pflanzen und Blumen ausließ. So beschämend es war, regte sich Eifersucht auf die Gartenanlagen in ihr und sie wünschte inständig, wenigstens ein Teil seiner Bewunderung für diese würde sich auf sie richten. Verstohlen blickte sie zu ihm. Er schlenderte lässig über den Gartenweg, die Hände in den Taschen und eins mit der Welt. Was mochte er über sie denken? Was dachte er überhaupt? Warum war er nicht verheiratet? War er schwul? Nein, dann hätte er wohl kaum das wertvolle Beweisstück verlassen, um zu dieser dämlichen Pute Frieda Huntington zu flitzen. Er betrachtete gerade verzückt einen blühenden Kirschbaum, als Agatha Patzig fragte, wollen wir den ganzen Tag von Mutter Natur schwärmen oder tun wir auch noch was anderes? Er sah sie halb bedauernd, halb amüsiert an und auf einmal konnte Agatha ihn sich lebhaft vorstellen, wie er mit einer Frau herumspazierte, die seine Begeisterung teilte und die all die Counties kannte, über die er in dem alten Herrenhaus gesprochen hatte. Prompt kam sie sich schrecklich ungehobelt vor. Na gut, sagte James versöhnlich, gehen wir. Er holte eine kleine Straßenkarte hervor und sah hinein. Wir können zu Fuß gehen, es ist nicht weit. Sie wo arbeitet sie jetzt? fragte Agatha und wie haben sie ihre Adresse herausbekommen? Ich weiß nicht, wo sie arbeitet. Die Adresse habe ich von Peter Rice in Merster. Sie ist übrigens keine gelernte Tierarzthelferin, sondern eine Art Empfangssekretärin. Agatha fragte sich schon, ob sie jemals bei Miss Maps ankämen, denn offenbar hatte James eine andere Vorstellung von nicht weit als sie. Doch endlich erreichten sie eine lange Straße mit Häusern, in denen sich unten Läden und oben Wohnungen befanden. Die Gebäude waren im georgianischen Stil und ziemlich heruntergekommen. Rissiger Putz und schmierige Fassaden aus der Zeit, als noch niemand über Rußpartikelfilter nachgedacht hatte. Inzwischen war es sechs Uhr. Die meisten der kleinen Läden waren geschlossen und auf der Straße war es ziemlich ruhig. Nummer 43 entpuppte sich als eine schmale Treppe zwischen zwei Geschäften, an deren oberen Ende es eine schäbige Holztür gab und daneben eine Reihe von Klingelknöpfen mit Namensschildern aus Pappe. Der Name Maps war nicht darunter. Es muss die falsche Adresse sein, murmelte James. Ich bin nicht den ganzen Weg umsonst gelaufen, sagte Agatha gereizt, denn ihre Füße brannten. Sie drückte die unterste Klingel. Nach einer kurzen Weile öffnete ein dünnes, anämisch aussehendes junges Mädchen mit blondem Haar, das ihr in gegelten Stacheln vom Kopf abstand. Was ist? fragte sie. Miss Cheryl Maps, sagte Agatha. Klingel vier, aber die ist nicht da. Sie und Jerry sind vorhin weg. Wohin? fragte James. Woher soll ich das denn wissen, Alter? Normalerweise gehen die abends irgendwo Fisch und Chips futtern und dann in die Disco. Und wo ist diese Disco? James lächelte die junge Frau an, doch sein Lächeln wurde nicht erwidert. Die ist nichts für euch. Gleich unten an der Straße, Rave on Disco. Ist leicht zu finden. Dauert nicht mehr lang und man hört es am Krach. Tja, das war's dann wohl, sagte James, als sie wieder unten auf der Straße standen. Nein, war es nicht, widersprach Agatha energisch. Wir können irgendwo etwas essen gehen und anschließend zur Diskothek. Er wich ein klein wenig zurück und sah die Straße hinunter. Ehrlich gesagt würde ich lieber nach Hause fahren Agatha. Wie die junge Dame schon bemerkte, sind Diskos nichts für mich. Für mich ja wohl auch nicht, entgegnete sie. Höflich verlegen sah er sie an. Zweifellos wartete er darauf, dass sie einlenkte. Abendessen und dann weiter überlegen, schlug Agatha vor. Ich schätze, ich könnte einen Happen vertragen. Fürs Abendessen ist es noch ein bisschen früh. Bei den Drinks und dem anschließenden bescheidenen Mahl in einem indischen Restaurant kam Agatha ein eigentümlicher Gedanke. Je mehr Zeit sie mit James verbrachte, desto weniger schien sie über ihn zu erfahren. Wenigstens willigte er eines in der Disco zu probieren. Und so marschierten sie wieder die Blackbird Street hinunter. Das Wummern der Bässe wies ihnen die Richtung. Die Disco hieß Rave On und war ein Club, doch sie zahlen, um hinein zu gelangen. Viel Spaß, Oma, wünschte der Türsteher Agatha, was ihm einen sehr bösen Blick und ein Halt die Klappe eintrug. Drinnen drängelten sich spärlich bekleidete unterzuckenden Stroboskop Lichtern. Agatha hielt sich dicht hinter James, der ihnen einen Weg zur Bar in der Ecke bahnte. Der Tresen war aus schwarzem Kunststoff. James bestellte ein sich. Wie viel macht das, rief er dem bleichen, pickligen Barmann zu. Geht aufs Haus, Officer. Wir sind nicht von der Polizei. In dem Fall zahlt ihr. Drei Pfund pro Drink. Macht sechs Pfund zusammen, Chef. Kennen Sie Cheryl Mapps? fragte James. Wir sind Bekannte von ihr. Der Barmann zeigte auf die andere Seite. Drüben in der Sitzecke. Die mit dem orangenen und pinken Haar. Zwischen den zuckenden Leibern konnten sie auf der anderen Seite der Tanzfläche etwas orangefarbenes ausmachen. Trinken Sie aus, sagte James und stürzte seinen Drink hinunter. Schon gut, rief Agatha über den Lärm hinweg. Ich mag diese geschmacklose Plörre sowieso nicht. Wieder nahmen seine Augen diesen leeren Ausdruck an, von dem Agatha mittlerweile wusste, dass er Missbilligung bedeutete. Aber James sagte, am besten tanzen wir uns dort rüber, das fällt weniger auf. Er mischte sich unter die Tanzenden, schwenkte die Arme in der Luft und drehte sich wie ein Dervisch. Agatha versuchte es ihm gleich zu tun, kam sich jedoch furchtbar lächerlich vor. Teenager hielten inne und feuerten James an. Wie unauffällig, dachte Agatha verärgert. Alle sahen sie an. Noch ein paar Drehungen und James hatte Cheryls Sitznische erreicht. Wilder Applaus brach los. Die Miss Maps an diesem Abend hatte so gut wie nichts mit der Miss Maps gemein, die Agatha beim Tierarzt gesehen hatte. Ihr Haar war mit Farbe in pink und orange angesprüht und mit Gel zu struppigen Büscheln geformt worden. Sie trug eine mit zahllosen Nieten besetzte schwarze Lederjacke über einem gelben T-Shirt. Neben ihr saß ein junger Mann, ebenfalls in einer schwarzen Lederjacke, der wie ein betrunkener Fuchs aussah. Miss Maps schrie Agatha Wir haben sie gesucht. Wer zum Henker sind sie? Ich bin Agatha Raisin. Agatha streckte ihre Hand aus. Und? entgegnete Cheryl. Ich habe sie beim Tierarzt in Carsley getroffen, als ich mit meiner Katze da war. Die Muschi immer dabei, was? kicherte Cheryls Begleiter. Und? Glück gehabt? Cheryl gackerte. Hören Sie, sagte James im autoritären Tonfall der Oberklasse, können wir irgendwo hingehen, wo es ruhiger ist? Verpisst euch, sagte Cheryl, doch der junge Mann legte eine Hand auf ihren Arm. Seine Fuchsaugen funkelten James an. Was haben wir davon? Einen Zehner und einen Drink, antwortete James. Okay, komm mit Cheryl. Bald saßen sie in einem ruhigen, schäbigen Pub. Was wollen Sie antwortete Agatha eifrig. Wie es aussieht, wurde er wohl ermordet. Zum ersten Mal schien die junge Frau interessiert. Und ich hab schon gedacht, in dem öden Kaff passiert nie was. Wer war's? Das wollen wir herausfinden. Haben Sie eine Idee? fragte James. Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Drink. Könnte jeder sein. Und dann ist er noch Mrs. Josephs, sagte Agatha und erzählte ihr von jenem Mord. Ich hab ihm gleich gesagt, das gibt Ärger, als er den alten Kater erledigt hat. Katzen mochte er nicht, so viel steht fest. Er hat die Biester gehasst. Aber immer zuckersüß zu den alten Weibern im Dorf. Dauernd hat er eine zum Essen Er war hinter ihrem Geld her, schätze ich. Wieso wohl sonst? Und warum sollte er hinter ihrem Geld her gewesen sein? fragte James, der Agatha einen mitfühlenden Blick zuwarf. Doch die war viel zu sehr damit beschäftigt, Cheryl mit ihren Blicken zu vernichten, um es zu bemerken. Immerhin hat er einiges hinterlassen. Na, ich dachte jedenfalls ihm geht's um Geld. Richtig scharf war gerade bei der Sache waren. Wo? fragte Agatha mit einem triumphierenden Seitenblick zu James. Direkt auf dem Untersuchungstisch. Ihr hing der Rock an den Ohren, ihm die Hose an den Knöcheln. Ich hab mich halbtot gelacht. Aber die anderen? Bisschen Händchen halten und zum Essen einladen. Mehr lief nicht, glaube ich jedenfalls. Natürlich musste er sich bei der alten Mrs. Josephs mehr ins Zeug legen, ne? Die hat ihm nämlich echt die Hölle heiß gemacht, von wegen ihrem Kater. Und dann diese komische alte Webster. Das müssten alle sein. Hat er in Myrster auch mit Frauen geflirtet? fragte James. Weiß nicht, da hab ich ihn ja noch nicht gekannt, antwortete Cheryl. Ich hab die Anzeige für den Job in der Praxis gesehen und ihn gekriegt. Auf dem Weg nach Warwick. Cheryls Gesicht nahm plötzlich einen weicheren Ausdruck an. Ich mag Tiere. Die sind auf jeden Fall netter als Leute. Von diesem wenig liebenswerten Paar haben wir im Grunde nur erfahren, was wir schon vermutet hatten, konstatierte James, als sie zurück nach Carsley fuhren. Bladen hat die Damen in Carsley bezirzt. Und eine von ihnen gefögelt, fiel Agatha Ich gestehe, dass ich sehr überrascht war, diese Geschichte über Frida zu hören, sagte er steif. Glauben Sie, dass unsere Miss Mapps sich das ausgedacht haben könnte? Auf keinen Fall, antwortete Agatha schadenfroh. Tja, wie dem auch sei, wir sollten uns lieber auf Miss Webster konzentrieren. Und wir müssen mit Mrs. Mason sprechen. Wer war die andere, die sie auf der Beerdigung gesehen haben? Harriet Parr. Die besuchen wir alle morgen, sagte James. Nur sollte Bill Wong nicht mitbekommen, was wir machen. Trotzdem glaube ich nach wie vor, dass die Ex-Frau der Schlüssel zu allem ist. Sie muss mehr über ihn wissen als irgendwer sonst. Und wer meldete sich an dem Abend an seinem Telefon und behauptete, sie wäre seine Frau? Ich möchte fast wetten, das war unsere Mrs. Rock bis zu den Ohren Huntington. Können wir bitte Frieda außen vor lassen? bat James. Verdammte Frieda, dachte Agatha verbittert, trat fester aufs Gas und brauste heimwärts durch die Nacht. Ob es einen Mr. Parr gibt, fragte James, als er am nächsten Tag mit Agatha durch das Dorf schlenderte, unterwegs zu weiteren Ermittlungen. Ich glaube nicht. Hier wohnen viele Witwen. Männer haben eben keine so hohe Lebenserwartung. Zumindest die verheirateten nicht, murmelte James. Mrs. Harriet Parr wohnte in einem modernen Bungalow am Dorfrand. Als sie die Pforte erreicht hatten, sagte Agatha plötzlich, das ist pure Zeitverschwendung. Warum? Ich entsinne mich nicht, Mrs. Parr im Pfarrhaus gesehen zu haben. Und wenn sie nicht mitgehört hat, was Mrs. Josephs zu mir sagte, wie kann sie dann damit zu tun haben? Mrs. Josephs könnte das gleiche schon vorher anderswo gesagt haben. Na schön, versuchen wir's. Mrs. Mrs. kam selbst an die Tür. Agatha eröffnete das Gespräch mit der Feststellung, dass sie sich zwar noch nicht vorgestellt worden wären, sie und Mr. Lacey jedoch gern einige Fragen stellen würden. Kurz darauf saßen sie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Agatha zählte sechs Katzen, was sie ein wenig klaustrophobisch werden ließ. Mrs. Parr war eine kleine Person mit lockigem schwarzen Haar und einer merkwürdig altmodischen Eieruhrfigur. Vermutlich trägt sie ein Korsett, ging es Agatha durch den Kopf. Mrs. Parrs Wangen waren straff und sehr rot und ihre schmalen dauer geschürzten Lippen enthüllten spitze Zähne, wenn sie sprach. Bis es allerdings dazu kam, dass Agatha und James ihr Fragen stellen konnten, verging eine geraume Weile, weil sie zunächst mit jeder einzelnen Katze bekannt gemacht werden mussten. Danach veranstaltete Mrs. Parr ein Riesentheater um James, ob er auch bequem saß, und stopfte ihm Kissen in den Rücken, bevor sie von Dannen rauschte, um Tee und ein paar meiner Spezial-Scones zu holen. Kein Mr. Parr, flüsterte Agatha. Er könnte bei der Arbeit sein, erwiderte James. Mrs. Parr kam mit einem vollen Tablett zurück. Nachdem der Tee eingeschenkt und die Scones in ihrer Leichtigkeit über Gebühr bewundert worden waren, sagte Agatha, eigentlich möchten wir sehr gerne mehr über Paul Bladen erfahren. Mrs. Parrs Tasse klimperte auf der Untertasse. Armer Paul, sagte sie, stellte ihre Tasse ab und betupfte ihre Augen mit einem zerknitterten Taschentuch. So jung und so mutig. Mutig? Er wollte allein eine Tierklinik gründen. Was für Träume er hatte. Er hat gesagt, dass er nur mit mir darüber reden kann. Ich war die Einzige, die verstand, welche Visionen er hatte. Dann hörten sie, wie die Haustür aufgeschlossen wurde. Mein Mann, flüsterte Mrs. Parr, kein... Weiter kam sie nicht, denn die Wohnzimmertür ging auf und ein großer hagerer Mann trat ein. Leute aus dem Dorf, Liebling, sagte Mrs. Parr. Mrs. Raisin und Mr. Lacey, sie wohnen beide in der Lilac Lane und haben eben meines Cones gelobt. Was führt sie her? fragte Mr. Parr ein kleines bisschen schroff. Wir wollten ihrer Frau gerade ein paar Fragen zu Paul Bladen stellen. Sie wissen schon, der Tierarzt, der tot aufgefunden wurde. Raus hier, zischte Mr. Parr und hielt die Tür weit auf. Raus! Wir wollten nur, begann Agatha, wurde jedoch sofort unterbrochen. Raus hier, wiederholte er brüllend, das schmale Gesicht vor Wut verzerrt. Und kommen Sie nie wieder! Lassen Sie uns in Ruhe! Ich bedauere sehr, dass wir offenbar schuld daran sind, dass Sie sich so echauffiert haben, Sir, sagte James höflich, als er mit Agatha an dem erzürmten Ehemann vorbeihuschte. Verpiss dich, du Oberklassenpinkel, brüllte Mr. Parr und spuckte James ins Gesicht. Entsetzte Stille trat ein, nur unterbrochen von Mrs. Parrs Weinen. James wischte sich das Gesicht mit seinem Taschentuch ab. Mr. Parr zitterte, sichtlich schockiert von seinem eigenen Verhalten. James legte ihm beide Hände auf die Schultern und wiegte ihn vor und zurück. Dazu sagte er im Takt seiner Bewegungen, tun sie das nie wieder. Dann ließ er ihn abrupt los und ging davon, dicht gefolgt von Agatha. Wir wühlen wahrscheinlich einigen Schmutz auf, Agatha. Er seufzte und drehte sich zu dem gepflegten Bungalow um. Ach ja, auf dem Land geht es recht lebhaft zu, sagte Agatha munter. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück weiter gekommen sind. Mrs. Parr muss ein Verhältnis mit Bladen gehabt haben. Versuchen wir es jetzt bei Josephine Webster. Vielleicht sollten wir vorher mit Frieda Huntington sprechen. Wie? Mit dem Lude? Wie ertragen sie es der Frau ins Gesicht zu sehen, ohne rot zu werden? fragte Agatha. Er blieb stehen und sah auf sie herab, zurückgelehnt und die Hände in den Taschen. Ganz im Gegenteil, Agatha. Ich finde die Vorstellung von Frieda Huntington mit ihrem Rock an den Ohren recht reizvoll. Agatha stapfte weiter. Na gut, sie würden zu Frieda gehen, denn mit einem Mal hatte Agatha das untrügliche Gefühl, dass Frieda die Mörderin war. Und sie, Agatha Raisin, würde es beweisen. Druons Cottage, das Frieda gekauft hatte, stand auf einer Anhöhe hinter dem Dorf. Es war ein georgianisches Cottage mit einem protzig blühenden Liguster über der Regency Haustür, dessen lilafarbene Blüten eben erst aufgingen. Die Klingel funktioniert nicht, sagte James, und Agathas Stimmung wurde nicht besser angesichts seiner Vertrautheit mit Friedas Haus. Doris Simpson, die auch bei Agatha putzte, öffnete die Tür. Was machen Sie hier, fragte Agatha, betrachtete sie diese exzellente Putzkraft doch irgendwie als ihr alleiniges Eigentum, auch wenn Doris nur einmal wöchentlich zu ihr kam. Ich arbeite für Mrs. Huntington Agatha, antwortete Doris, und Agatha fand, Doris sie vor James zumindest mit Mrs. Raisin ansprechen sollte. Ist sie zu Hause? fragte James. Nein, James, sie ist oben bei Lord Pendlebury. Sie hat ein Pferd, das in seinem Stall untergebracht ist. Ach, und Bert dankt ihnen für die geliehenen Bücher. Gehen wir rauf zu Pendlebury und reden dort mit ihr, sagte James. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie Bert und Doris Simpson kennen. Ab und zu treffe ich die beiden im Red Lion und trinke etwas mit ihnen. Wollen wir zu Fuß zu Pendlebury? Es ist schönes Wetter. Ja, meinetwegen, sagte Agatha wenig angetan. Typisch Frieda, sich gleich beim Adel einzuschleimen, dachte sie. Als sie Eastworld Park erreichten, verfluchte Agatha ihre Füße. Schuhe, die man nur im Haus oder auf den kurzen Wegen vom Auto in ein Geschäft und zurück trug, wiesen auf längeren Wanderungen plötzlich Nähte und Verhärtungen auf, die man zuvor nie wahrgenommen hatte. Mrs. Arthur öffnete ihnen. Er hat Besuch, sie sind drüben bei den Stellen. Wir finden ihn schon, sagte James. Agatha humpelte hinter ihm her zu den Stallungen. Frieda und Lord Pendlebury standen draußen und unterhielten sich. Frieda hatte eine Reitjacke aus Tweed, Jod Purse und neue Reitstiefel an. James, rief sie, als sie ihn erblickte, kam ihnen entgegen und begrüßte James mit einem Wangenkuss. Agatha wünschte, sie wäre nicht mitgekommen. Lord Pendlebury starkste auf James und Frieda zu. Was soll das, junger Mann? Ich genieße die Gesellschaft dieser hübschen Dame und dann kommen sie und stören. Er bedachte Frieda mit einem hingebungsvollen Blick. Im nächsten Moment entdeckte er Agatha. Guter Gott, dieses Vibe schon wieder. Frieda, die sich bei James eingehakt hatte, sah kichernd zu ihm auf. Wir haben uns nach Paul Bladen erkundigt, sagte Agatha laut und schroff. Wie wir hörten, haben sie es mit ihm getrieben? Ach ja? Frieda sah erst Agatha angewidert an, dann flehend zu den beiden Gentlemen. Gehen sie, sie entsetzliches Weib, schnell, sagte Lord Pendlebury. Zu barsch, Agatha, murmelte James. Möchten sie vielleicht schon mal nach Hause gehen und dies hier mir überlassen? Ich melde mich später bei ihnen. Mit feuerrotem Kopf machte Agatha kehrt und stapfte davon. Sie spürte deutlich, dass die drei ihr hinterher blickten. Warum war sie nur so vulgär gewesen? Verdammte Frieda! Ihre Füße taten weh, ihr Herz blutete und sie war froh, nach Hause zu kommen, wo sie die vorurteilsfreie Zuneigung ihrer Katzen erwartete. Sie sollte James lieber vergessen und zu Josephine Webster gehen, um sie zu befragen. Das Telefon klingelte. Zu allem Überfluss war es Jack Pomfret. Agatha hören Sie zu, ich bin es völlig falsch angegangen. Ja, Spanien war ein Reinfall und sie sind dahinter gekommen, aber ich habe einen wirklich lukrativen Kunden aufgetrieben und Agatha ließ den Hörer fallen, zitternd vor Wut. Wie konnte er es wagen? Agatha dachte daran, sich einen Drink einzuschenken, entschied sich jedoch dagegen. Nein, sie würde nicht zu einem jener Menschen werden, die bei jedem Rückschlag zum Alkohol griffen. Stattdessen schaltete sie den Fernseher ein und starrte blind auf eine amerikanische Soap. Nach und nach entspannte sie sich wieder. Als es eine Stunde später an der Tür läutete, zuckte Agatha heftig zusammen. Für einen Sekundenbruchteil fürchtete sie, Jack Pomfret hätte sie ausfindig gemacht. Doch draußen stand James. Entschuldigen sie wegen vorhin, aber sie waren zu forsch. Frieda weiß, dass sie sie nicht ausstehen können, daher wäre sie ihren Fragen gegenüber unidies nicht sehr aufgeschlossen gewesen. Haben sie denn etwas von ihr erfahren können? fragte Agatha. Nachdem ich den brünftigen Pendleberry losgeworden war, konnte ich mit ihr reden. Sie sagt, dass sie eine lockere Affäre mit Bladen hatte, aber mehr auch nicht. Und sie wies zu Recht darauf hin, dass sie ungebunden ist und es ihr freisteht, diesbezüglich zu tun, was immer sie will. Sie behandelte die Angelegenheit ziemlich offen. Aber wieso im Sprechzimmer? Die hatten doch beide ein Zuhause und Betten. Würde die Sache in der Praxis nicht eher für spontane Leidenschaft sprechen, als auf eine lockere Affäre hindeuten? Nun ja, sagte James verlegen, Frieda ist ein recht ungestümes Mädchen. Wohl eher eine ungestüme Frau mittleren Alters. Wir wollen uns nicht über Frieda streiten. Ich denke nicht, dass wir uns ihretwegen Gedanken machen müssen. Versuchen wir es bei Josephine Webster. Agatha freute sich über die Chance, wieder Zeit mit James zu verbringen und von ihrem Telefon weg zu kommen. Also machte sie sich mit ihm auf den Weg zu Josephine Webster's Laden, der eigentlich gar kein richtiger Laden war. Es handelte sich vielmehr um ein Reihenhaus in der Hauptstraße und Josephine hatte das Wohnzimmer zu einem Geschäftsraum umgewandelt. Dort gab es nur dämmeriges Licht. Ein schwerer Geruch von Ingwer und Zimt lag in der Luft, der von den Kräuterseifen und Parfums rührte, die ebenfalls dort angeboten wurden. Trockenblumensträuße hingen von den Deckenbalken, Strohhüte mit getrockneten Blumen an den Wänden. Wie aus dem Ei gepellt, saß Miss Webster an einem Schreibtisch in der Ecke über ihren Abrechnungen. Agatha, die beschlossen hatte, künftig taktvoller zu sein, kaufte einen Riegel Sandelholzseife, plauderte über die Damengesellschaft von Carsley und das Wetter und sprach dann erst Paul Bladen an. Was für ein tragischer Unfall, sagte Miss Webster und betrachtete Agatha über ihre Goldrandbrille hinweg. James trat einen Schritt vor. Nun, angesichts des Mordes an Mrs. Josephs egt die Polizei allmählich Zweifel, ob es ein Unfall war. Das ist lächerlich. Ich glaube nicht, dass etwas anderes dahinter steckt. Außerhalb des Dorfes ist eine mobile Polizeistation eingerichtet worden, erklärte James, und das wird nicht allein dem Fall von Mrs. Josephs geschuldet sein. Miss Websters Miene bekam einen verkniffenen Ausdruck. Ich bin sehr beschäftigt. Wenn Sie nichts weiter kaufen wollen, gehen Sie bitte. Aber Sie müssen Paul Bladen sehr nahe gestanden haben, versuchte Agatha es trotzdem noch einmal. Ich habe Sie auf seiner Beerdigung gesehen. Ich war dort, um Ihnen die letzte Ehre zu erweisen, obwohl ich ihn nicht mochte. Wir aus dem Dorf waren dort, weil es sich nun mal so gehört. Außenseiter wie Sie waren wohl eher aus purer Neugier dort. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, überlassen Sie das Nachforschen der Polizei. Da sind Agatha unruhig. Im Dorf fanden Ermittlungen zu einem Mordfall statt und es war doch komisch, dass Mrs. Mason diese nicht erwähnte. Wir haben eine Menge Polizei bei uns, lenkte Agatha das Gespräch behutsam in die gewünschte Richtung. Ja, arme Mrs. Josephs, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich glaube ja, sie hat Selbstmord begangen. Nach dem Tod ihres Katers war sie am Boden zerstört. Es war ja auch furchtbar von Mr. Bladen das Tier einfach einzuschläfern, sagte James. Natürlich denkt die Polizei nun, dass er ermordet wurde. Eine Weile herrschte Stille, während Mrs. Mason ihn anstarrte. Ihre matronenhafte Statur versteifte sich merklich. Das ist lachhaft, sagte sie schließlich. Niemand würde Mr. Bladen umbringen. Warum nicht? Er war nicht die Art Mensch, die ermordet wird. Er war ein Mann voller Tatendrang, mit großen Visionen, ein netter Mann. Mrs. Josephs Kater zu töten war nicht besonders nett. Es war ein Gnadenakt. Er erzählte mir, dass der alte Kater Todesqualen litt. Agatha beugte sich vor. Überlegen Sie mal, Mrs. Mason. Angenommen, jemand hat Paul Bladen ermordet. Wüssten Sie einen Grund? Nein, mir fällt keiner ein. Und ich möchte auch nichts mit alledem zu schaffen haben. Mrs. Raisin wirklich nicht. Das gehört sich einfach nicht. In der Stadt mögen die Leute solche Dinge interessant finden. Aber wollen Sie denn gar nicht wissen, wer Mrs. Josephs ermordet hat? Natürlich, doch das ist Angelegenheit der Polizei. Von Mrs. Mason war nichts zu erfahren und so kehrten sie zu Agathas Cottage zurück. Ich würde es gern noch mal mit der Ex-Frau versuchen, Mrs. Bladen, sagte Agatha. Allerdings befürchte ich, dass sie uns wieder die Tür vor der Nase zuknallt. Oder wir besuchen Bunty Weird Edsworth im Herrenhaus. Vielleicht kann sie uns helfen, Greta Bladen zum Reden zu bringen. Dann los, sagte Agatha eifrig. Sie fürchtete nämlich, dass Frieda plötzlich auf der Türschwelle stehen könnte, falls sie noch länger in Carsley blieben. Sie wollten gerade aufbrechen, als das Telefon klingelte. Agatha erschrak und sah den züngelnde Schlange. War das Frieda? Oder rief Bill Wong an, der ihnen sagen wollte, dass sie sich um ihren Kram kümmern und die Ermittlungen der Polizei überlassen sollten. Leider schien er ständig zu wissen, was Agatha vorhatte. Sie nahm den Hörer ab und meldete sich zackhaft. Hallo? Hören Sie mir zu, Agatha, erklang Jack Pomfretts strenge Stimme. Das ist doch albern. Ich lassen Sie mich in Ruhe, schrie sie und knallte den Hörer auf. Sie wischte sich die klammen Hände an ihrem Rock ab. Der ist doch wahnsinnig, murmelte sie. Ich könnte ihn umbringen. Wer? Geht es Ihnen gut, Agatha? Sie schüttelte den Kopf und seufzte. Jemand, den ich von früher kenne, er bildet sich ein, dass ich ihm Geld gebe, damit er eine neue Firma gründen kann. Und er weiß, dass ich hinter seinen versuchten Betrug gekommen bin. Aber der Kerl ist irre. Er ruft immer wieder an und das macht mir ein bisschen Angst. Wieder läutete das Telefon und Agatha zuckte zusammen. Erlauben Sie, sagte James, nahm den Hörer ab und lauschte. Dann sagte er frostig, hier spricht Agathas Mann, ich regle ihre Finanzen. Noch ein Anruf von ihnen und ich werde der Polizei vorschlagen, sich ihre Geschäfte mal etwas genauer anzusehen. Lächelnd legte James wieder auf. Was hat er gesagt? fragte Agatha. Er hat gequiekt und aufgelegt. Von dem hören sie nichts mehr. Wie können sie so sicher sein? Weil wir in einer altmodischen Welt leben, meine liebe Agatha. Egal, wie stark und unabhängig die Frauen geworden sein mögen. Jetzt denkt er, dass er es mit einem zornigen Ehemann zu tun bekommt und davor hat er Respekt. Brechen wir auf, wir fahren mit meinem Wagen, denn sie sehen nicht aus, als sollten sie Schauer. Er hatte sich als ihr Mann ausgegeben. Das Herrenhaus sah still und friedlich aus und fügte sich perfekt in die Landschaft ein. Ah, sie sind es, begrüßte Banti sie erfreut. Ich wollte eben einen Kaffee trinken. Wir bräuchten ihre Hilfe, sagte James, sobald sie alle in der gemütlichen Küche saßen. Er schilderte ihr die jüngsten Ereignisse und erklärte ihr, dass sie sicher waren, von Greta Bladen mehr erfahren zu können. Banti hörte ihm aufmerksam und sichtlich interessiert zu. Wie ich ihnen schon erzählte, kenne ich Greta, sagte sie. In diesem kleinen Dorf kennt jeder jeden. Ich rufe sie gleich an und bitte sie her zu kommen. Sie verschwand für wenige Minuten und kam mit der Auskunft zurück, dass Greta auf dem Weg zu ihnen wäre. Überlassen sie das reden lieber mir, riet Banti. Sie kann recht kratzbürstig sein. Kratzbürstig, sah Greta allemal aus, als sie die Küche betrat und Agatha und James erblickte. Du kannst nicht ewig vor Leuten weglaufen, die dir Fragen über Pauls Tod stellen wollen, sagte Banti streng. Auch wenn du den Mann nicht mochtest, willst du doch sicher nicht, dass setz dich Greta und trink einen Kaffee mit uns. Wir alle sind der Ansicht, dass wir mehr über Paul Bladen wissen müssen, um den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Zu dem ich auch gehöre, entgegnete Greta verbittert. Doch sie setzte sich und zog ihre Jacke aus. Nun, es ist eine erbärmliche Geschichte, sagte sie. Wie sie gewiss schon bemerkt haben, bin ich zehn Jahre älter als Paul. Als ich ihn kennenlernte, arbeitete er als Tierarzt in Leamington Spa, wo ich damals gewohnt habe. Ich hatte einen Hund, an dem ich sehr hing. Ich liebte ihn so, wie nur ungeliebte Menschen ein Tier lieben können. Agatha dachte unwillkürlich an ihre Katzen und senkte den Blick auf ihre Kaffeetasse. Ich brachte meinen Hund zum Impfen. nicht fassen, als er mich zum Essen einlud. Meine Eltern waren gestorben und hatten mir ein Haus und ein ziemlich ansehnliches Vermögen hinterlassen. Ich verliebte mich Hals über Kopf, wie man so schön sagt, und war überzeugt, dass es ihm genauso ging. Kurz nach unserer Heirat war mein Hund eines Morgens tot. Den Tag zuvor war er noch völlig gesund und munter gewesen. Paul war voller Mitgefühl und machte eine Autopsie. Er erzählte mir, dass der Hund an Herz versagen gestorben wäre. Erst Jahre später kam mir der Verdacht, dass er ihn vergiftet hatte. Es mag sich seltsam anhören für einen Tierarzt, aber er hasste Hunde und Katzen. Er erzählte mir von seinem Traum eine Tierklinik zu bauen und schlug vor, sie nach mir zu benennen. Ich gab ihm eine beträchtliche Summe als Startkapital. In dem Jahr darauf hörte ich lauter Geschichten von dem Grundstück, das er angeblich gekauft hatte und den beginnenden Bauarbeiten. Für mich war das alles sehr spannend und ich wollte mir die Baustelle ansehen, aber er sagte, dass es eine Überraschung sein soll. Ich bat ihn, mir wenigstens zu sagen, wo die Klinik gebaut wird und er sagte in der Chimley Road außerhalb von Merster. An den Abenden war er immer erst sehr spät zu Hause und behauptete, er würde nach der Sprechstunde noch zur Baustelle fahren. Dann sagte er plötzlich, dass wir nach Merster umziehen würden, um näher bei der neuen Klinik zu sein. Er wollte kein Geld von mir und sagte, dass er schon ein bezugsfertiges Haus für uns hätte. Aber ich sollte ihm versprechen, nicht in die Nähe der Chimley Road zu gehen, bis seine Überraschung für mich perfekt wäre. Greta seufzte. Ich war so verliebt in ihn, bis ich seinen Partner Peter Rice auf einer Party traf. Ich kannte Peter schon von früher, wir waren alte Bekannte, deshalb dachte ich mir nichts dabei, als ich ihn fragte, was mit der Tierklinik fertig wäre. Welche Tierklinik? fragte er und ich erzählte es ihm. Da guckte er mich ganz mitleidig an und meinte, ich solle mal raus zur Chimley Road fahren und sie mir ansehen. Ich bekam natürlich einen Riesenschreck und fuhr gleich am nächsten Tag hin. Die Chimley Road ist eine Reihenhaussiedlung, dort gab es keine Baustelle. Ich habe Paul zur Rede gestellt. Zuerst geeignet hätte und er stattdessen in Leamington baut. Und als ich ihm nicht glauben wollte, rückte er mit der Wahrheit heraus. Er war ein Spieler, hoffnungslos spielsüchtig und er hatte nicht bloß das ganze Geld verspielt, das ich ihm gegeben hatte, sondern brauchte noch mehr, um seine Spielschulden zu bezahlen. Ich weigerte mich, ihm zu helfen. Da wurde er abscheulich, sagte, dass er mich alte Schachtel nur wegen meines Geldes geheiratet hätte. Ja, in diesem Moment hätte ich ihn umbringen können. Aber ich wollte ihn los sein und deshalb zwang ich ihn der Scheidung zuzustimmen, indem ich ihm androhte, andernfalls Peter Rice alles zu erzählen. Demnach könnte ihn eine der Frauen ermordet haben, der Geld abgenommen hat, folgerte James. Aber das ist doch kein Grund, jemanden umzubringen, sagte Bunty ergeistert. Und ob es das ist, widersprach Agatha, der Jack Pomfret einfiel. So, jetzt haben sie, was sie von mir wollten, sagte Greta müde. Darf ich dann gehen? Selbstverständlich, meine Liebe, antwortete Bunty. Dir ist doch sicher bewusst, wie wichtig es ist, denjenigen zu finden, der diese schreckliche Tat begangen hat. Greta stand auf. Wozu? Warum ist das so wichtig? Paul ist ohne Schmerzen gestorben und er war grausam und taugte nichts. Vergessen wir nicht den Mord an Mrs. Josephs, sagte Agatha leise. Davon müssen sie gehört haben. Ja, aber was hat das mit Paul zu tun? Sie hatte gesagt, dass sie mir alles über ihn sagen wollte und am nächsten Tag war sie tot. Greta schüttelte unglaublich den Kopf. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, dass Pauls Tod kein Unfall war. Diese Josephs kenne ich nicht. Ich meine, ich kannte sie nicht. Zwischen ihrem Tod und dem von Paul gibt es wahrscheinlich gar keinen Zusammenhang. Ihre Stimme zitterte. Ich habe ihnen alles erzählt. Bitte belästigen sie mich nicht wieder. Nachdem sie gegangen war, schwiegen die drei eine ganze Zeit lang. Dann sagte Bunty arme Frau. Mag sein. Agatha legte ihre Finger fest um den Kaffeebecher. Andererseits hatte sie am ehesten Grund, Paul zu ermorden. Und sie dürfte von Immobilon gewusst haben. Vielleicht hatte sie auch Zugang zu Adrenalin. Paul könnte Medikamente bei ihr gelassen haben, als sie sich trennten. Und was ist mit dem Einbruch in die Praxis? fragte James. Die Polizei denkt, dass der erst nach Mrs. Josephs Ermordung stattgefunden hat. So viele Frauen, so viele Verdächtige. James stöhnte. Aber wir haben ihre Zeit lange genug in Anspruch genommen, Bunty. Sie bedankten sich bei ihr und machten sich auf den Weg. Eines wissen wir jetzt, stellte Agatha fest, als sie im Wagen saßen. Geld, nicht Leidenschaft, scheint das Motiv zu sein. Falls eine unserer Verdächtigen ihm Geld gegeben hat, wäre das ein Motiv. Wir könnten nach Merster fahren und Peter Rice fragen, was aus Paul Bladens Konto Auszügen geworden ist. Die Nachmittagssprechstunde in der Tierarztpraxis war gerade vorbei. Diesmal begrüßte Peter Rice sie etwas freundlicher, auch wenn sich seine Mine gleich wieder verfinsterte, als sie ihn fragten, ob er Paul Bladens Bank Auszüge hätte. Ich habe seine sämtlichen Papiere zusammengeräumt und ein Feuer damit gemacht, antwortete er. Das Haus steht zum Verkauf, deshalb musste sein ganzer Krempel raus. Ich habe Greta gefragt, ob sie irgendwas davon will, aber sie wollte nichts. Seine Kleidung habe ich der Wohlfahrt gegeben und die Möbel werden mit dem Haus verkauft. Bei welcher Bank war er? fragte James. Bei der Codswall den Gloster. Allerdings geben die Banken keine Auskunft über ihre Kunden Konten, auch nicht, wenn die Kunden tot sind. Sie haben nicht zufällig mitbekommen, dass Paul in letzter Zeit größere Geldsummen von Frauen erhalten hat? fragte Agatha. Peter Rice lachte. Er war nicht mehr jung genug für einen Gigolo. Die Anwälte geben mir nur, was nach ihren Honoraren und den Bestattungskosten übrig ihm ins Grab gewandert. Aber warum fragen sie? Hat er sie ausgenommen? Nein, reine Neugier, antwortete Agatha. Ich meine, es ist doch merkwürdig, dass sich Mrs. Josephs Tod als Mord entpuppt hat. Denn nun sieht Paul Bladens Tod eindeutig auch nach Mord aus. Für mich nicht, sagte Peter. Pendlebury wollte, dass ich diese Operation vornehme und ich habe gesagt, dass ich Immobilon nie wieder gehen wir etwas essen, schlug James vor, als sie aus der Tierarztpraxis kamen. Sie entschieden sich für einen Pub in der Nähe. Dort sprachen sie über die Verdächtigen oder vielmehr redete Agatha über die Verdächtigen, während James nachdenklich in sein Bierglas sah. Sie haben kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe, oder? fragte sie schließlich. Naja, halb schon. Ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ein Verbrechen zu begehen. Sie? Ja. Ich überlege, in die Cotswold in Glosterbank einzubrechen. Unmöglich, die haben garantiert eine verzwickte Alarmanlage mit Laserstrahlen, Drucksensoren und weiß der Himmel was noch. Nicht unbedingt. Essen wir auf und sehen wir sie uns an. Die Bank war in einem umgebauten ehemaligen Laden in einer Seitenstraße untergebracht. Dort versperrten die breiten Dachvorsprünge der alten Gebäude im Tudor-Stil den Blick hinauf zum Abendhimmel. Eine Alarmanlage, natürlich, stellte James fest. Gehen wir auf die Rückseite. Sie fanden eine enge Gasse, die hinter den Geschäften und der Bank entlang führte. Während Garagen und hohen Holzzäunen vorbeigingen, zählte James mit. Hier ist die Bank, sagte er. Das war früher der Garten. Bestimmt ist diese alte Holztür in der Mauer nicht verkabelt. Er holte eine kleine Brieftasche mit Kreditkarten aus seiner Tasche. Agatha verkniff sich ihre spitze Bemerkung, dass sich Türen nur in Filmen mit Kreditkarten öffnen ließen und beobachtete ungeduldig, sich weg und sah sich in der Gasse um. Das orangefarbene Licht der Straßenlaternen ließ die Umgebung unwirklich erscheinen. Es gab ein Klicken und Agatha drehte sich um. Die Tür stand offen. Verblüffend murmelte sie. Gehen wir rein, ehe uns jemand sieht, flüsterte James. Agatha folgte ihm. Er schloss die Tür hinter ihnen und zückte eine kleine Stabtaschenlampe. Sie haben sowas schon mal gemacht, hauchte Egge verstaunend. Er antwortete nicht, sondern ging voraus und einen schmalen Weg zwischen zwei Rasenstücken entlang. Sehen sie, sagte er leise, da hinten ist eine Küche. Wozu braucht eine Bank eine Küche? Damit sich die Mitarbeiter einen Tee kochen können. Die Küche war schon dort, als es noch ein Ladengeschäft war. Schauen wir mal. Der dünne Lichtstrahl der Lampe huschte an dem Gebäude auf und ab. Ich kann hier keine Alarmvorrichtung erkennen, stellte James fest. Versuchen wir's, aber machen sie sich bereit, im Notfall schnell weg zu rennen. Es ist gar nicht gesagt, dass wir den Alarm hören, gab Agatha nervös zu bedenken. Vielleicht klingelt es nur bei der Polizei. Wo bleibt denn ihr Sinn fürs Abenteuer? Er zwinkerte ihr zu. Er nahm wieder die Kreditkarte hervor. Agatha betete, dass er die Tür nicht aufbekam. Im Geiste sah sie schon die Streifenwagen in die Gasse fahren, Polizisten mit Megafonen und den vorwurfsvollen Bill Wong. Aber alles, was sie hörte, war James' leise Stimme. Es ist offen. Kommen Sie! Agathas Herz hämmerte so sehr, dass sie sich sicher war, man könnte das Pochen kilometerweit hören. Die Küchentür schloss sich hinter ihnen und der Taschenlampenstrahl huschte rasch von rechts nach links. James öffnete eine andere Tür und ging voraus. Nun befanden sie sich in einem quadratischen Raum mit Schreibtischen und Computern. Das Büro, sagte James. Mehr brauchen wir nicht. Sehen wir uns die Tür dort an. Die führt in die eigentliche Bank, wo das Geld ist. Agatha fröstelte. An jener Tür war eine Alarmanlage, deren rote Kontrollleuchte sie wie ein zorniges Auge anblinkte. Machen Sie es sich bequem, es kann ein bisschen dauern. Hier gibt es keine Fenster, abgesehen von dem Kleinen in der Tür zur Bank. Das ist eigentlich günstig, denn so kann man von außen das Licht des Monitors nicht sehen. Agatha setzte sich in eine dunkle Ecke und wartete. Sie wagte nicht, James zuzusehen, auch wenn sie aus dem Augenwinkel mitbekam, wie ein Computerbildschirm aufleuchtete und Schubladen leise geöffnet und wieder geschlossen worden. Es war ein langer Tag schläfrig gemacht. Sie schloss die Augen. Sie wachte auf, als sie ihre Schulter rüttelte und schrie, wir sind erledigt, Polizei! Schst, ich habe sein Konto gefunden, zischte James. Gut, können wir jetzt verschwinden? Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Und jetzt leise. Als Agatha ihm den Gartenweg entlang folgte, hätte sie schwören können, dass über den Geschäften Leute wohnten, die sie beobachteten. Verängstigt blickte sie sich um, doch in den oberen Stockwerken blieb alles dunkel und still. Erst als sie heil die Gasse erreicht hatten, bemerkte sie, dass ihre Angst auch physische Auswirkungen hatte. Ich muss eine Toilette finden. Dringend japste sie. Ist ihnen schlecht? Nein, ich muss pinkeln, mir steht es schon bis oben. Gehen wir in den Pub, der ist nicht weit. Agatha rannte buchstäblich zum Pub. Also, fragte sie sehr viel munterer, nachdem sie gerettet war und aus dem Waschraum des Pubs zurückkehrte. Möchten Sie wissen, was ich herausgefunden habe? Ja, natürlich. Nun gut. In der kurzen Zeit, die Paul Bladen in Carsley war, gab es mehrere Gutschriften auf seinem Konto. Eine über 20.000 Pfund, eine über 15.000, dann 9.000, einmal 4.000, viermal 5.000 und eine über 500. Und das alles neben seinen regulären Einnahmen. Von wem stammt das Geld? Das ist das Problem. Es steht nicht in den Unterlagen. Ich habe nachgedacht und glaube, dass es aufschlussreich wäre, sich einmal sein Haus genauer anzusehen. Wir könnten es heute Nacht versuchen. Ladies and Gentlemen, die letzten Bestellungen bitte, rief der Barmann. So spät schon? sagte Agatha. Na, wir können morgen zeitig losfahren und nein, heute Nacht. Er sah zu Agathas kirschroter Jacke. Wir brauchen dunkle Kleidung. Zuhause wechselte Agatha in eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover. Ob er wollte, dass sie sich ihr Gesicht schwärzte? Diesbezüglich wartete sie lieber ab. Um ein Uhr nachts läutete er. Auch er trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Pulli. Wir werden für einen Skandal sorgen, sagte er munter. Ich hoffe nur, dass keiner gesehen hat, wie ich um diese Uhrzeit zu ihnen gehe. Hormt dachte Agatha an Frieda und hoffte inständig, dass er doch gesehen worden war. Wieder fuhr James, der beim Pubbesuch Mineralwasser getrunken hatte. Agatha schmiegte sich in den Beifahrersitz und malte sich aus, dass sie in die Flitterwochen davon brausten. Sicherheitshalber parken wir in der Nebenstraße und gehen von dort aus zu Fuß, sagte James. Paul Bladens Haus stand still und dunkel in einer Straße mit viktorianischen Einfamilienhäusern. Agatha erinnerte sich an ihren ersten Besuch hier und war froh, dass sie damals weggelaufen war. James blickte sich in der ruhigen Straße um, die von blühenden Kirschbäumen gesäumt war. Da kein Mensch weit und breit zu sehen ist, gehen wir direkt zur Vordertür, flüsterte er. Auf der dunklen Veranda werden wir nicht zu erkennen sein. Wozu die schwarze Kleidung, wenn wir uns nicht nach hinten schleichen, fragte Agatha. Weil ich eventuell einen Moment brauche, um die Tür aufzubekommen. Und nur in Schwarz sind wir von der Straße aus unsichtbar. Im Schutz der Veranda leuchtete James einmal kurz mit seiner Taschenlampe auf die Tür. Yale Schloss, sagte er zufrieden. Hübsche Türverglasung. Ob Peter Rice wohl bewusst ist, dass man heutzutage eine Menge für viktorianische Bundlasscheiben bekommen kann? Machen sie schon, drängte Agatha, die sich nervös umblickte. Im nächsten Moment hörten sie, wie sich langsame Schritte näherten und erstarrten. Stellen sie sich ganz still in die Ecke und drehen sie das Gesicht von der Straße weg. Nicht bewegen, zischte James. Beide standen stocksteif da. Die Schritte kamen noch näher und hielten immer wieder inne. Jetzt komm, Spot, sagte eine verärgerte Männerstimme. Ein Spaziergänger mit Hund. Agatha fühlte, wie ihr der Schweiß übers Gesicht ran. Zu ihrem Entsetzen hörte sie plötzlich sehr nahes Pfotengetrappel hinter sich und spürte, wie ein Hund an ihren Knöcheln schnüffelte. Gleich darauf betrat der Halter den Gartenweg. Aus, hierher, rief der Mann. Lieber Gott, betete Agatha, hol mich hier raus und ich werde nie wieder böse sein. Der Hund trottete davon. Jetzt kommst du an die Leine, schimpfte der Mann, worauf ein metallisches Klicken zu hören war, und dann entfernten sich die Schritte. Puh, Agatha stöhnte, das war knapp. James zückte ein Bund dünner Metallwerkzeuge. Wo haben sie die denn her? fragte Agatha. Sie sind doch kein Profieinbrecher, oder? Von einem Regimentskameraden. Und jetzt Ruhe, ich muss arbeiten. Agatha trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. Sie hoffte, dass ihr Dio hielt, was die Werbung versprach, während James eines der dünnen Werkzeuge nach dem anderen ausprobierte, ausleise klickte. Einen Moment später stand Agatha in jener Diele, aus der sie vor nicht allzu langer Zeit panisch geflohen war. Nun gut, sagte James in normaler Lautstärke. Von draußen fällt genug Licht herein, denn da die Vorhänge geöffnet sind, können wir keine Lampen anknipsen. Suchen wir nach einem Arbeitszimmer oder einem Schreibtisch. Agatha öffnete eine Tür. Ich sehe hier nach, sie auf der anderen Seite. Sie konnte vage erkennen, dass das Fenster des Zimmers nach hinten zum Garten hinaus ging, an dessen Ende ein Eisenbahngleis verlief. Vorsichtig bewegte sie sich durch die Dunkelheit und tastete nach einem Schreibtisch. Dies schien das Wohnzimmer zu sein. Sofa, Couchtisch, Sessel. Agatha schlich zur Tür, wobei sie über etwas stolperte und mit einem lauten Fluch hinfiel. James Wirklich, Agatha, versuchen Sie keinen solchen Lärm zu machen. Ich habe das Arbeitszimmer gefunden. Kommen Sie mit, es ist auf der anderen Seite. Alles in Ordnung, ich habe mir nichts getan, sagte Agatha sarkastisch. Ich habe nur irgendetwas umgestoßen. Der Taschenlampenstrahl leuchtete nach unten. Auf dem Boden lag ein Zeitungsständer auf der Seite, aus dem Zeitungen und Zeitschriften quollen. Man würde meinen, das Rice die weggeworfen hat, murrte James, hob alles auf und stellte den Zeitungsständer wieder hin. Die steigern wohl kaum den Wert der Immobilie. Sie schlichen durch den Flur ins Arbeitszimmer. James ging auf einen Schreibtisch am Fenster zu und zog behutsam die Schubladen auf. Nichts, murmelte er. Vielleicht war da unten. Er öffnete die unterste Schublade und schien fündig zu werden, denn er holte eine Aktenmappe heraus. Gehen wir in den Flur, damit ich die Taschenlampe anschalten kann. In der Diele huschte der dünne Lampenstrahl über Kontoauszüge und ein Sparbuch, alles in einen dünnen Pappumschlag geheftet. Nehmen wir das mit und gehen, sagte James. Fällt denn keinem auf, wenn es fehlt? Nein, Rice sagte, dass er alle Papiere verbrannt hat. Diese Mappe hier war ganz hinten in der untersten Schublade. Vermutlich hat er sie übersehen. Agatha war so froh, als sie wieder draußen an der frischen Luft war, dass sie forsch den Gartenweg entlang lief und plötzlich der Länge nach über irgendetwas fiel. Ihr Fluch erklang zeitgleich mit dem Aufjaulen eines Hundes, gefolgt von einem scharfen Ruf. Spott! Der Hund lief zu seinem Herrchen. Was ist da los? rief der Hundehalter. Sie gingen zur Gartenforte. Unter der Straßenlaterne stand ein Mann mit einem kleinen weißen Hund und beäugte sie misstrauisch. Haben sie meinen Hund getreten? Nein, meine Frau ist im Dunkeln über ihren Hund gestolpert, antwortete James kühl. Ach ja? Und was haben sie hier mitten in der Nacht zu suchen? Ich wüsste nicht, was sie das angeht, aber meine Frau und ich haben uns unser neues Heim angesehen. Wir haben gerade ein Gebot für dieses Haus abgegeben, also möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen, um ihnen zu sagen, dass sie ihr Tier an der Leine führen sollten, damit es nicht auf Privatgrund herumstreut. Komm, Agatha. Agatha befürchtete, dass sie in ihrer schwarzen Kleidung mehr als verdächtig wirkten und huschte mit einem unsicheren Lächeln an dem Hundehalter vorbei. Schnell nach Hause, sagte James. Ich kann es gar nicht erwarten, mir die Kontoauszüge anzusehen. Was für ein schrecklicher Zeitgenosse dieser Hundebesitzer. Agatha kicherte. Auf jeden Fall wird er sich jetzt fragen, was für Leute mitten in der Nacht ein Haus besichtigen. Das ist alles ihre Schuld, sagte James. Sie müssen besser aufpassen, wo sie hintreten. Wie sollte ich Hund auf dem Weg steht? Weiß ich nicht, aber sie scheinen dauernd das falsche Schuhwerk zu tragen, so oft wie sie stolpern und hinfallen. Haben wir unseren ersten Streit? fragte Agatha Coquette. Eine längere Stille trat ein, dann antwortete er, tut mir leid, ich bin ein wenig angespannt, doch das darf ich nicht an Ihnen auslassen. Tatsache ist, dass ich nicht daran gewöhnt bin, in Häuser einzubrechen. Entschuldigung angenommen. Es war keine Entschuldigung, sondern eine simple Erklärung. Und warum haben sie dann gesagt, dass es ihnen leidtut? So stritten sie auf der gesamten Heimfahrt weiter. Und dennoch wollte sich zu Hause keiner von ihnen in sein jeweiliges Cottage zurückziehen, bevor sie sich nicht die Mappe angesehen hatten. Sie gingen zu James. Er zündete das schon vorbereitete Kaminfeuer an und setzte sich in einen Sessel davor. Agatha nahm in einem anderen Sessel ihm gegenüber Platz. Ah, hier sind die Kontoauszüge, sagte er. Du lieber Himmel. Was? Was ist da? Ein Scheck von Frieda wurde eingezahlt. 20.000 Pfund. Wenn das keine Gleichberechtigung ist, höhnte Agatha, kommt nicht oft vor, dass die Frau den Mann bezahlt. Die anderen Einzahlungen sind, Moment, 15.000 Pfund von Mrs. Josephs, 9.000 von Miss Webster, 5.000 von Mrs. Parr, noch viermal 5.000, alle von Frieda, und 500 von Miss Sims, ach, und 4.000 von Mrs. Mason. Frieda, rief Agatha triumphierend, ist Ihnen klar, dass sich ihre Zahlungen an Bladen auf insgesamt 40.000 Pfund summieren? Jede Frau, die um so viel Geld geprellt wird, dürfte zu einem Mord fähig sein. James wirkte unglücklich. Ich kenne Frieda ziemlich gut, sie scheint außergewöhnlich vermögend, keiner ist so reich, fiel Agatha ihm ins Wort. Er streckte sich gähnend. Ich bin müde, lassen wir es für heute gut sein, wollen wir dies hier morgen der Polizei übergeben? Agatha war entsetzt. Und denen erklären, wie wir an die Unterlagen gekommen sind? Wir könnten sagen, dass wir das Haus besichtigt haben. Und die Makler erzählen ihnen, sie hätten uns nie gesehen. Na gut, dann nehmen wir uns morgen diese Frauen vor. Frieda überlassen sie am besten mir. Agatha überlegte wütend, wie sie ihn davon abbringen könnte, allein zu Frieda zu gehen. Vielleicht fiel ihr etwas Überzeugendes ein, wenn sie erst einmal eine Nacht darüber geschlafen hatte. Wie sich jedoch herausstellte, war sie es dann, die sich Frieda vornehmen sollte. Am nächsten Morgen riss die Türklingel sie aus dem Tiefschlaf. Sie zog sich ihren Morgenmantel über, schlüpfte in die Hausschuhe und ging nach unten. Frieda stand vor ihrer Tür, ihren lauten Hund auf dem Arm. Ist James hier? fragte sie freundlich. Bei ihm macht keiner auf. Nein, antwortete Agatha. Aber kommen sie rein. Passen sie nur auf, dass sich der Hund von meinen Katzen fernhält. Ja, ich wollte sowieso mit ihnen sprechen. Frieda folgte Agatha in die Küche. Sie setzte sich an den Küchentisch und ließ ihren Hund herunter. Dann schlug sie die langen Beine übereinander. Agatha öffnete die Hintertür, um ihre Katzen in den Garten zu lassen. Sie sind derzeit sehr viel mit James doch sie sollten seine Gutmütigkeit nicht ausnutzen. Und was genau soll das heißen? Auf ihn hat es jede Schachtel im Dorf abgesehen, nicht wahr? Ich habe ihn schon gewarnt, dass diese furchteinflößenden Frauen in den Wechseljahren oft ein bisschen durchdrehen und Dinge überbewerten. Bedrängen sie nicht so sehr. Hören sie mal, sie Mörderin, zischte Agatha, dass sie sich von Paul Bladen auf dem Untersuchungstisch vögeln ließen, macht sie nicht automatisch zu Cleopatra, erst recht nicht, nachdem sie dafür bezahlt haben. 40.000 Pfund, wenn ich nicht irre. Es läutete und Frieda schoss zur Tür, ihren kläffenden Hund dicht auf den Fersen. Agatha folgte ihr und kam gerade rechtzeitig, um mit anzusehen, wie sich Frieda schluchzend in James' Arme warf. Diese furchtbare Frau bezichtigt Na, na, sagte er, niemand bezichtigt dich, etwas verbrochen zu haben. Er löste sich aus ihrer Umklammerung und sah Agatha an. Haben sie Frieda nach dem Geld gefragt? Frieda stieß einen unterdrückten Schrei aus. Ihr habt kein Recht, in meinen Privatangelegenheiten herumzuschnüffeln. Ich werde zur Polizei gehen. Sie rannte zur Tür hinaus und die Straße hinunter, gefolgt von ihrem kleinen Kläffer. Was haben sie gesagt, Agatha? Sie hat angefangen, mich zu beleidigen. Sie hat gesagt... Agatha biss sich auf die Unterlippe. Egal, sie war gehässig, also habe ich sie auf das Geld angesprochen. Dann haben sie geklingelt und sie ist zur Tür gerannt. Verdammt. Ziehen Sie sich lieber an, Agatha. Am besten bitten wir offiziell um eine Besichtigung von Paul Bladens Haus und bringen hinterher die Akte zu Bill Wong. Wir können behaupten, dass wir sie bei der Besichtigung gefunden haben. Als sie nach Merster fuhren, sagte Agatha plötzlich, hat Bladen die Frauen erpresst? Ich meine, die Beträge sind sehr unterschiedlich, aber für jede der Betreffenden eher hoch. Für Miss Sims zum Beispiel sind 500 Pfund ein Vermögen. Schon, allerdings ist sie Single, genau wie Miss Webster und Frieda ist verwitwet. Zudem scheint es Frieda nichts auszumachen, dass wir hinter ihre Affäre mit Bladen gekommen sind, also womit kann er sie erpresst haben? Beim Makler drückte man ihnen nicht wie üblich die Hausschlüssel in die Hand. Stattdessen sagte eine junge Frau namens Wendy, dass sie ihnen das Haus zeigen würde. Sie war ein munteres Oberklassenmädchen und redete ununterbrochen, während sie Agatha und James durch die Zimmer führte. Irgendwie mussten sie Wendy loswerden, um hinterher behaupten zu können, dass sie die Unterlagen zufällig im Haus gefunden hatten. Schließlich sagte James, nachdem wir nun alles gesehen haben, würden wir uns gerne in Ruhe besprechen. Und zu Agathas Erleichterung antwortete Wendy, ja sicher, geben Sie die Schlüssel einfach im Büro ab, wenn Sie hier fertig sind. Mit diesen Worten verschwand sie. Zunächst durchsuchten Agatha und James das Haus gründlich, in der Hoffnung, auf noch mehr Briefe oder Dokumente zu stoßen, konnten aber nichts entdecken. Draußen im Garten stand ein altes Ölfass, in das Löcher geschlagen worden waren und das offensichtlich zum Verbrennen von Gartenabfällen benutzt wurde. James stocherte schlecht gelaunt mit einem Stock darin herum. Hier hat Rice die Papiere verbrannt. Leider haben wir Pech, denn er war sehr gründlich. Kein Fitzelchen Papier mehr zu finden, das nicht verkohlt ist. Na dann, gehen wir zu Bill Wong. Auf der Polizeistation sah sich Bill Wong die Bank Unterlagen an und blickte dann mit leicht zusammengekniffenen Augen zu ihnen auf. Ein Mann hat mitten in der Nacht angerufen und gemeldet, dass ein ganz in dass sie das Haus gekauft hätten. Sie beide waren nicht zufällig dieses Paar, oder? Wir rief James aus. Wären wir das gewesen und hätten dabei diese Mappe gefunden, wären wir damit doch wohl direkt zu ihnen gekommen. Wenn sie es sagen, sie müssen endlich aufhören sich einzumischen. Ich bin dankbar für die Unterlagen und diese Frauen werden alle befragt von der Polizei. Sollte ich Amateur Ermittlungen fortsetzen, müsste ich gründlicher nachforschen, wer das Paar letzte Nacht bei Bladens Haus war? Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, vollkommen klar, sagte Agatha schnippisch. Das ist also der Dank für unsere Mühe, beschwerte sie sich bei James, als diese sie zurück nach Carsley fuhr. Irgendwie bin ich erleichtert, entgegnete James. Na dann, zurück an den Schreibtisch. lange Zeit schwiegen beide, bis Agatha sagte, ich muss meinen Mitgliedsbeitrag für die Damengesellschaft von Carsley bezahlen und darum kümmert sich Miss Sims. Möchten sie vielleicht mitkommen? Ich meine, Bill kann uns doch nicht verbieten, uns mit den Nachbarn zu unterhalten, oder? Wir dürfen ja wohl noch mit den Leuten im Dorf plaudern. Und wie sollte er überhaupt davon erfahren? sagte James. In Carsley besucht sowieso jeder jeden, das ist nichts Ungewöhnliches. Miss Sims kommt erst abends von der Arbeit. Versuchen wir es vorher bei Mrs. Mason. Es war einer dieser typisch englischen Tage. Steter Regen strömte vom Himmel und zwischen den Pflastersteinen in der Lilac Lane trieben Kirschblütenblätter auf den Rinnsalen. Nachdem sie sich mit Kaffee und Sandwiches gestärkt hatten, machten sich Agatha und James auf den Weg zu Mrs. Mason. Keiner von ihnen mochte zugeben, wie wenig ihn die Aussicht auf diesen Besuch begeisterte. Mrs. Mason war sehr nett und offensichtlich überzeugt, dass es sich um einen rein freundschaftlichen Besuch handelte. Entsprechend fiel es den beiden schwer, sie auf Bladen anzusprechen. Sie müssen unbedingt noch ein paar meiner berühmten Scones kosten, Mr. Lacey, fordert sie ihn auf. Und das ist echte Erdbeermarmelade, keine aus dem Laden. Bald ist wieder Erdbeerzeit. Ich hoffe, dieses scheußliche Wetter hört endlich auf, sie nicht auch. Sie sah James mit großen Augen an. Sie und Mrs. Raisin sorgen übrigens für einiges Gerede im Dorf. Neulich habe ich schon zum VK gesagt, dass wir wohl bald ein Aufgebot lesen werden. James sah sie entsetzt an und vergaß vor Schreck beinahe, warum sie gekommen waren. Mrs. Mason, begann Agatha, wir möchten ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber wir hätten gerne gewusst, weshalb sie Mr. Bladen so viel Geld gegeben haben. Mrs. Mason blinzelte hektisch. Das geht sie nichts an. Da haben sie recht, sagte James. Doch wir sind hier, um sie zu warnen, dass die Polizei kommen und sie danach fragen wird. Dann werde ich mit der Polizei reden, wenn es soweit ist. Woher wissen sie überhaupt davon? Agatha und ich haben uns Paul Bladens Haus angesehen, das zum Verkauf steht, und dabei stießen wir zufällig auf seine alten Kontoauszüge und Bankunterlagen. Wir haben sie der Polizei übergeben. Mrs. Mason betrachtete James ungewöhnlich forschend. Also suchen sie und Mrs. Raisen nicht was in der Luft. Eigentlich schön. Es zeigt wieder mal, dass man nie zu alt für die Liebe ist. Diese Bemerkung hatte die gewünschte Wirkung, sodass James sich prompt verabschiedete und zur Tür ging. Mürrisch folgte Agatha ihm nach draußen. James stieg in seinen Wagen, ohne ihr die Tür aufzuhalten und starrte finster auf den Regen, der über die Windschutzscheibe ran. Agatha stieg auf der Beifahrerseite ein. Zum Teufel mit allen Klatschweibern, schimpfte James und schlug auf das Lenkrad. Sie und ich? Absolut lächerlich. Ja, zum Todlachen, sagte Agatha trocken, obwohl ihr das Herz blutete. Aber sie hat das nur gesagt, um sie los zu werden. Und es hat funktioniert. Seine Miene hältte sich ein wenig auf. Ach, deshalb. Wie naiv von mir. Sie reagieren bei dem Thema schnell überempfindlich, sagte Agatha. Augenscheinlich glauben sie tatsächlich bei jeder Frau, die ihnen über den Weg läuft, sie wäre hinter ihnen her. Er lachte verlegen. Versuchen wir es bei dieser Webster. Josephine Webster zankte sich mit ein paar durchnästen amerikanischen Touristen, die den Preis für ein Trockenblumengesteck herunterhandeln wollten. Der Preis steht dran, erklärte sie erschöpft. Wir sind hier nicht auf einem Bazar. In Antiquitätenläden lässt sich über Preise verhandeln, sagte James freundlich zu den Amerikanern, aber in den meisten anderen Geschäften gilt der Preis, mit dem die Ware ausgezeichnet ist. Ist das wahr? Das amerikanische Paar fing ein angeregtes Gespräch mit James über seine Reise an. Miss Webster kehrte an ihren Schreibtisch zurück und Agatha blickte durch das Schaufenster auf die Hauptstraße. Sie wollte Miss Webster ganz sicher nicht auf die Sache mit dem Geld ansprechen, solange die Touristen im Laden waren. Ich habe keine Zeit für Amerikaner, sagte Miss Webster spitz, nachdem das Paar gegangen war. Die meckern an allem herum. Es ist nicht ihre Schuld, erwiderte James. Sie haben das Gefühl, dass sie sich schützen müssen. Viele Leute denken, Amerikaner hätten Geld wie Heu. Dieses Paar eben hat sein ganzes Leben lang auf diese eine Reise gespart. Sie haben ein sehr knappes Budget und wahrscheinlich hat man sie zu Hause gewarnt, dass alle Ausländer sie übers Ohr hauen wollen. Wir sind doch keine Ausländer, sagte Miss Webster, wir sind Briten. James lächelte. Apropos Geld, wir haben uns gefragt, warum sie Mr. Bladen so eine große Summe gegeben haben. Miss Webster wurde erst bleich, dann dunkelrot. Raus hier, raus. Sie wedelte dabei mit einem Trockenblumenstrauß wie eine Hausfrau die Katzen mit einem Besen verscheucht. Wir sind kein Stück weiter, sagte James, nachdem er mit Agatha den Laden verlassen hatte. Wollen Sie noch mal zu Mrs. Parr? Solange ihr Mann nicht in der Nähe ist, antwortete Agatha. Aber Mrs. Parr machte ihnen nicht auf. Der Vorhang bewegte sich und für einen winzigen Moment war ein Gesicht zu sehen, doch die Haustür blieb verschlossen. Uns gehen die Leute aus, sagte James. Wieso nicht noch einmal Miss Mapps befragen? Wir sagen ihr, dass wir von dem Geld wissen und finden heraus, wie viel sie weiß. Tja, na schön, aber ich möchte nicht wieder warten, bis diese Diskothek öffnet. Wir besuchen sie bei der Arbeit. Sie hat gesagt, dass sie in einer Hundepension auf dem Weg nach Warwick arbeitet. Ich sehe in den gelben Seiten nach. Bewaffnet mit einer Liste von Hundepensionen zwischen Leamington Spa und Warwick machten sie sich einige Zeit später auf den Weg. Sie fanden die Hundepension mühelos, denn lautes Bellen, herzerweichendes Hundejaulen und der schwere Geruch von nassem Fell wiesen ihnen den Weg. Im Büro, das in einer Holzhütte untergebracht war, fragten sie nach Cheryl Mapps. Der Mann hinter dem Schreibtisch blickte streng zu ihnen auf. Sind sie Freunde von ihr? Ja, antwortete James. Der gedrungene Mann mit grauem Haar und randloser Brille stand auf. Dann wissen sie ja, wo sie sie finden. Raus hier. Wüssten wir, wo wir sie finden, wären wir nicht hier. Arbeitet sie bei ihnen oder nicht? fragte James. Agatha hatte einen Geistesblitz, drängte sich vor James und sagte freundlich, ich fürchte, wir waren nicht ganz ehrlich, aber wir vermeiden es normalerweise überall heraus zu posaunen, wer wir sind. Wir sind Sozialarbeiter. Oh, der Mann sank zurück auf seinen Stuhl. Wieso haben sie das nicht gleich gesagt? Obwohl ich immer noch sauer auf euch Leute bin, schließlich habt ihr sie mir empfohlen und gesagt, dass sie zuverlässig ist. Agatha setzte eine betroffene Miene auf, was nicht einfach war, weil ihr Herz raste. Was hat sie diesmal angestellt? Das wisst ihr noch nicht? Ha, diese verfluchte Bürokratie. Ganz England leidet unter einem gewaltigen Apparat von dämlichen Sesselpupsern. Sie hat den Medikamentenschrank aufgebrochen, das Hatten sie Adrenalin in dem Schrank? fragte James interessiert. Ja, na klar, aber im Grunde hätte sie lieber eine Arztpraxis oder eine Drogerie beklauen sollen statt uns, es sei denn, sie braucht was gegen harte Lederhaut und Bissigkeit. Ich habe gleich die Polizei gerufen und die war bei ihr, wo man das Zeugs auch gefunden hat. Oder das, was davon noch übrig war. Sie hat James und Agatha wollten beide zu gerne wissen, was Cheryl Mapps sonst noch auf dem Kerbholz hatte, aber da sie sich als Sozialarbeiter ausgegeben hatten, konnten sie schlecht fragen. Ich bin übrigens Bob Pex, sagte der Mann. Was für ein bescheuertes Mädchen. Sie hatte ein echtes Händchen mit Tieren. Wieso versaut sie sich das? Versteh einer die jungen Leute von heute. Sie verabschiedeten sich, während er noch immer den Kopf schüttelte. Also, sagte Agatha draußen, daher könnte das Adrenalin stammen. So viele Verdächtige, jammerte James. Wissen Sie was, wir versuchen es bei ihr zu Hause. Sie könnte auf Kaution draußen sein, oder vielleicht ist ihr unangenehmer Freund da. Sie fuhren zur Blackbird Street und parkten vor dem Haus, in dem Miss Mapps wohnte. Diesmal drückten sie auf Anhieb die richtige Klingel. Sie warteten recht lange, bis sie Schritte hinter der Tür hörten. Jemand öffnete einen Spalt breit. Sie sind's, sagte Jerry, Miss Mapps Freund. Was wollen Sie? Wo ist Miss Mapps? Im Knast. Dürfen wir reinkommen? Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Die Tür ging weiter auf und der junge Mann sah sie mit seinem Fuchs Gesicht an. Das kostet was. James seufzte. Ein Zehner, wie letztes Mal. Geht klar, aber nicht hier. Wir treffen uns unten im Pub. The Feathers. The was? fragte James, als sie die Straße entlang gingen. Er meinte The Feathers, klärte Agatha ihn auf. Der alte Männer Pub, in dem wir in das Mineralwasser allmählich leid. Vielleicht schwenke ich auf Tomatensaft um. Der Pub sah unverändert aus, trübe und muffig. In einer Ecke döste ein alter Mann über seinem Bier. James bestellte Tomatensaft für sich und Gin Tonic für Agatha. Während sie warteten, redeten sie über die Verdächtigen. Agatha hätte am liebsten darüber gesprochen, dass Frieda durchaus die Mörderin sein konnte. Doch so wie sie Frieda auch nur erwähnte, reagierte James verstockt. Er holte ihnen noch mehr zu trinken und kehrte an den Tisch zurück. Unser junger Freund scheint nicht zu kommen. Ich denke, wir sollten noch mal zur Wohnung gehen. In dem Moment öffnete sich die Tür des Pubs und sechs Jugendliche kamen herein. Alle trugen schwarze Lederjacken und Jeans, hatten kurz und nickte in ihre Richtung. Probleme, raunte James. Ich mag deine Visage nicht, sagte der Anführer. An seiner tätowierten Hand baumelte eine Fahrradkette. Ändern wir sie. Agatha blickte sich panisch nach Hilfe um, aber der Barmann war verschwunden und der alte Mann schlief weiter. James warf den Kopf in den Nacken und schrie Hilfe! Hilfe! Mord! Es war ein schreckliches Brüllen und Ohren betäubend laut. Ebenso gut hätte er eine Handgranate in die Gruppe werfen können, denn die Rabauken verfielen für einen kurzen Augenblick in eine Schockstarre, bevor sie Hals über Kopf aus dem Papp flohen, wobei sie sich gegenseitig anrempelten und fast hinfielen. James schrie weiter. Der alte Mann wachte auf und starrte ihn entgeistert an. Schon gut, sagte Agatha, die kreidebleich war, sie sind weg. James grinste sie an. Es geht doch nichts über einen ordentlichen Hilferuf, sage ich immer. Gehen wir dem jungen Jerry den Marsch blasen. Was hat er denn damit zu tun? Oh, sie denken, dass er Bescheid weiß? Cheryl Mapps hat die Morde begangen und er schickt uns seine Freunde, um uns zum Schweigen zu bringen. Eine romantische Vorstellung, aber nein. Ich glaube eher, dass unser Jerry seine Freunde angerufen und ihnen gesagt hat, im Pub säßen ein paar reiche Idioten, denen man einige Zehner abnehmen kann. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn wiederzusehen. Kurz darauf standen sie vor der schäbigen Haustür und wieder drückte James auf den Klingelknopf. Wer ist da? fragte Jerry durch die geschlossene Tür. Wir haben die Kohle, antwortete James mit brummiger Stimme. Die Tür ging weit auf. Sobald Jerry die beiden sah, wollte er sie wieder zuknallen, doch James war schon eingetreten. Er versetzte Jerry ein paar kräftige Ohrfeigen, packte ihn im Nacken und sagte, in die Wohnung. Wird Zeit, dass wir uns unterhalten. Tun sie mir nichts, quiekte James stieß ihn den Flur entlang. Also bevor wir zum Eigentlichen kommen, warum haben sie ihre Freunde geschickt? Damit sie uns zusammenschlagen? Das war ich nicht. Vor einem leeren Kamin brannte ein kleiner Elektroofen. James drehte Jerry den Arm auf den Rücken und beugte ihn grob zu dem glühenden Heizstab. Reden sie, solange sie noch ein Gesicht haben. Okay, okay, ich stieß James den Jungen auf einen Stuhl und neigte sich über ihn. Ich habe sittlos angerufen und gesagt, dass die Jungs ein Pärchen im Fevers abgreifen können. Das ist alles echt. Ich weiß doch gar nichts über Cheryl. Nee, nichts, lispelte er ängstlich und machte sich auf dem Stuhl ganz klein. Das ist die Wahrheit. So war mir Gott helfe. Es war ihre Idee, den Stoff zu klauen. Sie wollte ein bisschen Geld machen und sie meint, die Schwachköpfe in der Disco kaufen alles. Ehrlich. Er plapperte, bettelte und erklärte. Wie sich herausstellte, hatte er Cheryl noch nicht gekannt, als sie in Carsley arbeitete. Schließlich wandte James sich angewidert ab. Draußen blickte Agatha sich nervös um. Wir sollten die Polizei rufen. Nein, das sollten wir lieber nicht. James schloss die Wagentür auf. Dann kommt alles heraus. Am besten verschwinden wir von hier, denn der Kerl bei der Hundepension könnte inzwischen wissen, dass wir keine Sozialarbeiter sind. Als sie wieder in Carsley waren, sagte James, ich mache uns etwas zu essen und dann nehmen wir uns Miss Sims vor. Agatha strahlte. Ich gehe erst mal rüber zu mir, füttere die Katzen und lasse sie raus in den Garten. Sie waren fast den ganzen Tag eingesperrt. Die Katzen begrüßten sie überschwänglich. Nachdem sie sie in den Garten gelassen hatte, sah sie ihnen eine Weile beim Toben zu und ging dann hinüber zu James. Ich habe in der Küche gedeckt, sagte er, als er ihr öffnete. Kommen Sie. Agatha blickte sich in der Küche um, die warm und einladend war. Das Abendessen bestand aus kaltem Schinken und einem exzellenten Salat, dazu eine Flasche gekühlter weißer Macon. Beim Essen bewies James dieselbe ruhige Besonnenheit, mit der er offenbar auch Zeit, dass wir uns hinsetzen und alles aufschreiben, was wir über die Verdächtigen wissen, sagte er schließlich und schob seinen Teller von sich weg. Der Mörder von Paul Bladen und Mrs. Josephs beging beide Taten in Panik oder Wut, ungeplant. Aber zuerst sehen wir mal, was wir aus Miss Sims heraus bekommen. Miss Sims wohnte in der Sozialsiedlung unweit von Mrs. Parr. Sie öffnete ihnen und sagte fröhlich, ich bade gerade die Kinder, bin aber gleich fertig, warten Sie doch bitte eine Minute. Ich wusste gar nicht, dass sie Kinder hat, flüsterte Agatha, als sie allein waren. Sie muss alleinerziehend sein, sagte James. Das ist heute nichts Ungewöhnliches. Überall im Wohnzimmer waren Spielsachen und Bilderbücher verstreut. In einer Ecke lief ein Die Möbel waren von jener Sorte, die man auf Pump kaufte und die schon alt und schäbig aussahen, bevor die letzte Rate bezahlt war. Miss Sims kam auf ihren üblichen lachhaft hohen Absätzen hereingestöckelt. Kann ich ihnen etwas anbieten? fragte sie. James und Agatha verneinten stumm. Agatha sah James an und James sie, ehe Agatha sagte, zufällig wissen wir, haben. Wofür war das Geld? Na, das ist aber nun nicht nett. Nein, gar nicht nett. Was geht sie das überhaupt an? fragte Miss Sims. Agatha seufzte. Wir möchten einfach nur wissen, wer Paul Bladen und Mrs. Josephs umgebracht hat. Und wir glauben, dass es helfen könnte, wenn wir erfahren, warum sie ihm das Geld gegeben haben. Die anderen Frauen gaben ihm Tausende, wollen Es gab noch andere? Agatha nickte. Miss Sims lehnte sich seufzend auf dem niedrigen Sofa zurück und schlug die Beine übereinander. Dabei rutschte ihr kurzer Rock noch weiter nach oben, sodass man einen blutroten Spitzenslip aufblitzen sah. Klar kann ich es Ihnen verraten, aber es macht mich so unglaublich wütend. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, wie mich dieser Mistkerl Bay eingeladen und mir von der Tierklinik vorgeschwärmt, die er bauen will. Und er meinte, wenn ich ihm Geld gebe, benennt er sie nach mir. Außerdem hat er gesagt, dass er jemanden von der Königsfamilie für die Eröffnung bekommen kann. Ich hatte zu viel getrunken und naja, es wurde dann ziemlich hitzig. Ehe ich mich versah, hatte ich ihm einen Scheck über meine gesamten Ersparnisse Vierte fing ich an, mir Sorgen zu machen. Es ist ja nicht schön, nach so einer Nummer einfach ignoriert zu werden. Also habe ich ihn wegen der Tierklinik gefragt und er meinte, er hätte zu viel zu tun und könnte nicht mit mir reden. Ich wollte mein Geld zurück, da wurde er richtig fies und hat gesagt, dass ich es ihm freiwillig gegeben habe. Ich kam mir total blöd vor, ich arbeite drüben in Yvesham bei einer Computerfirma und von meinem Gehalt geht ein gewaltiger Batzen für den Kinderhort drauf. Ich habe Mrs. Blocksby alles erzählt und sie hat gesagt, ich soll beten, dann weist Gott mir den Weg. Das habe ich gemacht. Und wissen Sie was? Nein, was? fragte James. Gleich am nächsten Tag hat Gott mir einen richtig netten Mann geschickt, und er bezahlt mir eine Art Unterhalt. Dann heiraten Sie demnächst, folgerte James. Sie lachte. Nein, er ist schon verheiratet, was mir nur recht sein soll. Ich war so sauer auf diesen Paul Bladen, ich hätte ihn umbringen können. Aber das habe ich nicht. Doch ich wünsche dem, der es getan hat, viel Glück. Allerdings dürfte diese Person auch noch Mrs. Josephs auf dem Gewissen haben. Miss Sims sah traurig aus. Ach, vergessen Sie die, die war eine alte Pute. Wie wäre es jetzt mit einem Drink? Da nun wohl keine Gefahr mehr bestand, dass Miss Sims sie aus dem Haus warf, nahmen sie dankend an, und Miss Sims holte eine Flasche sehr guten Whisky, die sie von ihrem netten Mann hatte. Agatha bezahlte ihren Mitgliedsbeitrag und Miss Sims trug die Summe sorgsam in ein Hauptbuch ein. Und schippern sie beide jetzt in den Hafen der Ehe? fragte sie munter. James stellte sein Glas ab. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich bin überzeugter Junggeselle. Miss Sims lachte. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn sich unsere Mrs. Raisin mal etwas in den Kopf gesetzt hat, hält sie nichts zurück. Mrs. Harvey aus dem Laden hat erst neulich gesagt, dass bestimmt bald Hochzeits Glocken läuten. Damit muss sie jemand anderen gemeint haben, sagte Agatha, die vor Verlegenheit rot wurde. Als sie sich verabschiedet hatten und aus dem Haus gingen, fühlte Agatha sich erschöpft und weinerlich. Ich gehe lieber nach Hause ins Bett, murmelte sie leise und unsicher. So kannte sie sich gar nicht. Gucken sie nicht so betrübt, sagte James freundlich. Der Klatsch über uns geht noch ein bisschen weiter und wenn nichts passiert, schläft auf uns selbst ein. Aber ich will ja, etwas passiert, jammerte Agatha im Stillen und zu ihrem Entsetzen kullerte ihr eine Träne über die Nase. Sie hatten einen ziemlich unangenehmen Tag. Kommen spendiere ihnen einen Schlummertrunk. Agatha lächelte ihn mit in Tränen schwimmenden Augen an. Im Pub war es zum Glück ruhig. Nur einige Stammgäste standen an der Bar. James und Agatha nahmen ihre Drinks mit zu einem Tisch am Kamin. Und dann erschien Frieda in männlicher Begleitung. In ihrem blassgrünen Kostüm und der weißen Seiden Bluse wirkte sie knackig wie ein frischer Kopf Salat. Ihr Begleiter war ein rot gesichtiger Mann mit silbergrauem Haar, der einen Blazer und eine Flanellhose trug. Sie bestellten sich etwas zu trinken. Dabei drehte sich Frieda halb um und sah James und Agatha. Sie flüsterte ihrem Begleiter etwas zu, der bellend lachte und die beiden verächtlich ansah. Agatha bemerkte, dass James eine vollkommen ausdruckslose Miene aufsetzte und sich versteifte. Ich bin müde, sagte er abrupt. Schweigend gingen sie nach Hause. Agatha wünschte ihm traurig eine gute Nacht und trottete zu ihrem Cottage. Wenigstens würden die Katzen sich freuen, sie zu sehen. Sie schloss ihre Tür auf, ging hinein und schaltete gleichzeitig das Dielenlicht an. Auf der Fußmatte im Flur lag ein viereckiger weißer Umschlag. Agatha hob ihn auf und öffnete ihn. Drinnen befand sich ein einzelnes Blatt mit einer getippten Nachricht. Hören sie auf, ihre Nase in Sachen zu stecken, die sie nichts angehen, oder sie sehen ihre Katzen nie wieder. Agatha entfuhr ein verängstigter Schrei. Sie rannte durch die Küche zur Hintertür. Hodge, Boswell, rief sie, doch draußen war nichts als Dunkelheit und Stille. Agatha schaltete die Außenbeleuchtung an, die ihren Garten erhellte. Keine Katzen. Sie ging wieder ins Haus, griff nach dem Telefon und rief die Polizei an. Die Fenster von James' Schlafzimmer gingen nach vorn. Er zog sich aus, stieg ins Bett und löschte das Licht. Als er gerade die Augen schließen wollte, flackerte blaues Licht über die Zimmerdecke und James hörte, wie draußen ein Auto vorbeifuhr. Er schaltete das Licht wieder an und zog sich rasch seine Sachen über. Als er an seiner Haustür war, fuhr ein zweiter Streifenwagen vor. Eilig lief er hinüber zu Agathas Cottage. Er machte sich ernstlich Sorgen, dass er sie in Gefahr gebracht haben könnte, weil er mit ihr Lacey, sagte er, sie kann Unterstützung gebrauchen. Was ist passiert? Jemand hat ihre Katzen gestohlen. Vor lauter Erleichterung lag James ein Ist das alles auf der Zunge, das er sich jedoch verkneifen konnte. In Agathas Wohnzimmer wimmelte es von Polizisten in Uniform und Zivilkleidung. Bill Wong blickte auf, als James hereinkam. Er hatte einen Arm um Agathas Schultern gelegt, während sie leise schluchzte. Am besten setzen Sie sich und erzählen uns ausführlich, was Sie heute gemacht haben, sagte Bill zu James. Agatha ist nicht in der Verfassung eine zusammenhängende Aussage zu Protokoll zu geben. Alles der Reihe nach, bitte. Und lassen Sie nichts aus. Das Einzige, was James ausließ, war ihre Behauptung, dass sie Sozialarbeiter wären. Ruhig und sachlich schilderte er ihre Befragungen. Ihre Fahrt nach Leamington, wo sie von Cheryl Mapps Medikamentendiebstahl erfuhren und den Angriff im Papp. Dann schwieg er und wartete auf die Predigt von Bill. Doch der sagte, wir bringen das alles zu Papier und geben Ihnen morgen die Aussage zur Unterschrift. Jetzt müssen wir jeden in der Lilac Lane fragen, ob er irgendjemanden gesehen oder einen Wagen gehört hat, als sie beide im Papp waren. Er wandte sich wieder an Agatha und notierte sich, was sie auf Küche und kochte Kaffee. Männer überprüften Agathas Haustür auf Fingerabdrücke, suchten den Weg draußen nach Reifenspuren ab und stocherten im Vorgarten herum. James setzte sich an den Küchentisch, lauschte dem Stimmen Gemurmel im Nebenzimmer und dachte darüber nach, dass er sich eigentlich der Ruhewegen aufs Land zurückgezogen hatte. Nach einer Weile stand er auf und ging hinüber in sein Haus. Dort holte er einen Schlafsack aus dem Wandschrank, packte einen Pyjama, seine Zahnbürste und Rasierzeug ein und nahm alles mit zu Agatha. Bill und die anderen verabschiedeten sich bereits. Ich schlafe heute Nacht unten, sagte James und Bill nickte. Mrs. Bloxby, die Vikars Frau, saß bei Agatha, als James ins Wohnzimmer trat. Der nette Mr. Wong hat mich angerufen, erklärte Mrs. Bloxby. Geschichte, Agatha sollte jetzt nicht allein sein. Wird sie auch nicht, sagte James. Ich schlafe heute Nacht hier unten. Weinen Sie nicht, Agatha, Katzen sind wahre Überlebenskünstler. Wenn sie denn noch leben, Agatha schluchzte. Ich bin froh, dass Sie hierbleiben, Mr. Lacey, sagte Mrs. Bloxby, und rufen Sie mich an, falls Sie Hilfe brauchen. James brachte sie zur Tür und kehrte zu Agatha zurück. Ab ins Bett mit Ihnen, befahl er sanft. Ich bringe Ihnen etwas, damit Sie schlafen können. Agatha wischte sich über die Augen und schlurfte nach oben. Ein winziger Teil von ihr dachte daran, dass sie noch vor kurzem jedes Opfer gebracht hätte, um James unter ihr Dach zu bekommen, doch der weit größere Teil von ihr weinte bitterlich um die verlorenen Haustiere. Als sie im Bett lag, ging die Tür auf und James kam mit einem Tablett herein. Whisky, heißes Wasser und ein paar Aspirin, sagte er. Ich bin unten. Trinken Sie alles aus. Er setzte sich auf die Bettkante, hielt ihr das Glas an die Lippen und wartete, bis sie das Aspirin geschluckt hatte. Nachdem er gegangen war, lag Agatha wach. Tränen liefen ja aus den Augenwinkeln. Jeder kam ihr verdächtig vor, selbst James. Langsam fiel sie in einen unruhigen, von Albträumen geplagten Schlaf. In diesem folterte Frieda ihre Katzen und lachte, während James zusah. Bill Wong lud sie zum Essen ein und servierte die gegrillten Katzen auf einer Fleischplatte und Miss Webster hockte geschäftig an ihrem Schreibtisch mit Agathas ausgestopften Katzen neben sich. Am Morgen wachte sie wie erschlagen auf. Sonnenlicht strömte durchs Fenster herein und von unten zog Kaffeeduft zu ihr herauf. Außerdem hörte sie Stimmen. Agatha blickte auf den Wecker neben ihrem Bett. Es war zehn Uhr. Sie wusch sich, zog sich an und ging nach unten. Ihre Küche war voller Frauen. Die meisten gehörten zur Damengesellschaft. Außerdem waren Mrs. Harvey aus dem Krämerladen und Mrs. Dunbridge die Frau des Metzgers da. Ihnen allen servierte James Kaffee. Kaum sahen sie Agatha, kamen die Damen zu ihr und redeten mitfühlend auf sie ein. Auf der Arbeitsplatte der Küche häuften sich Geschenke. Kuchen, Marmeladengläser und Blumen. Sogar Miss Sims war gekommen. Ich habe mir heute frei genommen. Das ist sehr freundlich von ihnen, sagte Agatha, aber ich weiß wirklich nicht, was sie tun könnten. Mr. Lacey hatte eine hervorragende Idee, erklärte Mrs. Blocksby. Wir organisieren eine Suche. Ihre Katzen sind vielleicht irgendwo im Dorf ausgesetzt worden, also gehen wir von Haus zu Haus. Sie bleiben hier bei Mr. Lacey und wir sagen Bescheid, sobald wir sie finden oder etwas erfahren. Schnell verließ Agatha die Küche, eilte nach oben ins Bad und brach dort in Tränen aus. Ihr Leben lang hatte sie sich durchgebissen, war eisern und entschlossen gewesen, um sich in der PR-Branche ganz nach oben zu arbeiten. Und sie war immer allein gewesen. Diese geballte Freundlichkeit und als sie wieder nach unten kamen, die Augen noch gerötet, aber insgesamt gefasst, waren nur noch James und Mrs. Parr in der Küche. Mrs. Parr hat mir eben eine ganz ähnliche Geschichte erzählt wie Miss Sims, sagte James. Blayden hat ihr von der Tierklinik vorgeschwärmt und versprochen, die Einrichtung nach ihr zu benennen. Ihr Mann kam dahinter, das Geld fehlte und ist explodiert. Ich schätze, das wäre ich auch, murmelte Agatha, die sich an das Essen in dem griechischen Restaurant erinnerte. Mir hat er ebenfalls von seinen Plänen berichtet und ich sagte ihm, dass ich etwas beisteuern könnte. Dabei dachte ich allerdings eher an 20 Pfund. Er war sogar gewillt, mit mir ins Bett zu gehen, doch ich wurde panisch und bin weggelaufen. Hatten Sie eine Affäre mit ihm, Mrs. Parr? Sie schüttelte den Kopf. Nein, und ich hätte es auch nicht gewollt, das war es nicht, womit er mich herum bekommen hat. Ich fühlte mich unheimlich geschmeichelt, weil er gesagt hat, dass ich die Einzige bin, die ihn versteht. Meine Ehe ist nicht besonders glücklich und er gab mir das Gefühl, eine attraktive Frau zu sein. Ich weiß, ich hätte Ihnen das alles früher sagen müssen, aber ich erst nach der Beerdigung wurde mir einiges klar und ich begriff, was er getan hatte. Mrs. Mason hat mir das gleiche erzählt, als sie noch oben waren, Agatha, sagte James. Er war spielsüchtig, Mrs. Parr, deshalb brauchte er das Geld. Seltsam, dass er nichts davon ausgegeben hat, dachte Agatha laut. Ich meine, das Geld, das ihm die Frauen in Carsley gegeben haben, ist noch auf seinem Konto. Ich gehe dann mal mit den anderen suchen, sagte Mrs. Parr, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich danke Ihnen für alles, James, sagte Agatha, als sie allein waren. Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. Na, na, jetzt wird nicht mehr geweint. Setzen wir uns hin und sprechen wir über das, was wir bisher wissen. Statt uns in Mutmaßungen zu verlieren, dass es Frieda gewesen sein muss, weil sie das meiste Geld bezahlt hat, sollten wir lieber überlegen, wer überhaupt zu solch einer Tat fähig wäre. Wer kann schon sagen, wozu jemand imstande ist, der übel hinters Licht geführt wurde? Sie würden niemanden umbringen, oder? Frieda schon, dachte Agatha. Machen wir eine Liste von den Verdächtigen, teilen sie auf und beobachten jeden von ihnen, fuhr James fort. Wir sehen uns an, was die Person den Tag über tut, ob etwas an ihrem Verhalten seltsam ist. Also Mrs. Parr, Mrs. Mason, Frieda, Miss Webster, Mrs. Josephs und Miss Sims haben Bladen Geld gegeben. Und wir sollten auch Pauls Ex-Frau Greta nicht vergessen. Außerdem gibt es einen Aspekt, den wir bisher nicht berücksichtigt haben. Bladen wurde oben in Lord Pendleburys Stall ermordet. Bob Arthur hat den Toten gefunden, ist nach draußen gelaufen und hat gesagt, sieht aus, als hätte ihn jemand abgemurkst. Warum sagt er das? Warum denkt er nicht an einen Herzinfarkt oder ähnliches? Dann fiel mir noch etwas Interessantes an Bladens Kontoauszügen auf. Es gab keine größeren Bargeld Abhebungen. Also musste er noch irgendwo Geld gehabt haben, von dem er seine laufenden Ausgaben bestritt. Wie hat er in dem griechischen Restaurant bezahlt? Bar? Eben. Was ist mit Mrs. Arthur? Das ist nur so ein Gedanke. Die Geschichte wird immer verworrener, sagte Agatha. Wo fangen wir an? Ich fange mit Frieda an. Gucken Sie nicht so finster, meine Motive sind rein platonischer Natur. Sie beobachten Mrs. Parr. Ach kommen Sie, die Frau kann keiner Fliege was zu Leide tun. Sie hat schreckliche Angst vor ihrem Mann, das kann Bladen gewusst haben. Es ist durchaus denkbar, dass sie uns nicht alles erzählt. Er könnte sie erpresst haben. Und sie sind beschäftigt. Sie wollen doch ihre Katzen zurück haben. Agatha krümmte sich. Also dann, ich mache mich an die Arbeit. Wir treffen uns hier sagen wir heute Abend um sechs. Nichts hilft besser gegen Kummer als Aktivität, Agatha. Er ging und Agatha schlurfte benommen durch ihre Küche, packte die vielen Mitbringsel weg und räumte auf. Außer Kuchen und Marmeladengläsern hatte sie auch einen großen Strauß Trockenblumen bekommen, der wohl kaum von Miss Webster stammte. Agatha steckte ihn in eine Vase und ging nach oben, um ihr Make-up aufzufrischen, das sich beim Weinen komplett verabschiedet hatte. Wenig später war sie auf dem Weg nach draußen, als sie in der Diele stehen blieb. An der Haustür haftete noch das Fingerabdruckpulver. Was Agatha auffiel, war jedoch ein winziges buntes Etwas in der groben Kokosmatte im Flur vor der Tür. Sie bückte sich und hob es auf. Verwundert drehte sie es zwischen ihren Fingerspitzen hin und her. Dann ging ihr ein Licht auf. Es war ein kleines getrocknetes Blütenblatt, das aus dem Trockenstrauß gefallen sein musste, den ihr jemand gebracht hatte. Sie schnippte es weg und öffnete die Tür. Und wieder erstarrte sie. Plötzlich sah sie es klar und deutlich vor sich. Wie sie in der Nacht zuvor nach Hause gekommen war, den Umschlag auf der Matte gefunden, das Blatt herausgenommen, und es geglättet hatte. Dabei war etwas Kleines, Buntes aus dem Umschlag nach unten gesegelt. Agatha fühlte sich seltsam und fremd, als sie hinaus in den strahlenden Sonnenschein trat. Zwei Polizisten befragten die übrigen Anwohner der Lilac Lane. Leute winkten ihr zu und riefen Grüße, als sie vorbeiging, aber Agatha nahm sie gar nicht wahr. Agatha Raisin dachte nicht mehr daran, wer den Tierarzt oder Mrs. Josephs ermordet haben könnte, sie wollte nur ihre Katzen zurück. Als sie sich Josephine Websters Laden näherte, sah sie eine weiße Hand, die das Offenschild umdrehte, sodass nun die Aufschrift geschlossen zu lesen war. Natürlich, mittags schlossen die Läden im Dorf. Und bei der groß angelegten Suchaktion würde Miss Webster, sofern sie die Katzen überhaupt hatte, diese gewiss nicht in ihrem Laden oder ihrer Wohnung darüber festhalten. Agatha ging wieder nach Hause und stieg in ihren Wagen. Sie parkte ein Stück entfernt vom Laden und wartete. Und dann erschien Miss Webster, gepflegt und adrett wie immer. Sie setzte sich in ihr Auto und fuhr los. Entschlossen folgte Agatha ihr. Miss Webster fuhr nach Morton in Marsh und bog auf die Straße entlang des Vossflusses ein. Agatha ließ einen Wagen zwischen ihnen einscheren und folgte ihr. Miss Webster war auf dem Weg nach Myrster. Agatha folgte ihr bis zu einem mehrgeschossigen Parkhaus, hielt ein Stück weiter weg und wartete, bis Miss Webster ausstieg und ihren Wagen verriegelte. Dann stieg Agatha ebenfalls aus. Josephine Webster ging als erstes zu Boots, dem Drogeriemarkt, wo sie mehrere Parfums testete und schließlich eines kaufte. Danach betrat sie eine Boutique. Agatha riskierte einen vorsichtigen Blick durchs Schaufenster und entdeckte Miss Webster, die sich in einem tief ausgeschnittenen roten Kleid vor dem Spiegel hin und her drehte. Sie sagte etwas zu der Verkäuferin und verschwand in der Umkleidekabine. Zehn Minuten später kam sie mit einer Tragetasche aus der Boutique. Als nächstes besuchte sie einen Dessous-Laden und Agatha froh draußen ganz erbärmlich, bis Miss Webster mit einer weiteren Tüte wieder herauskam, auf der der Name des Geschäfts prangte. Als sie kurz darauf in den Toreingang der öffentlichen Bücherei einbog, wollte Agatha schon verzweifeln. Alles schien so harmlos. Offenbar hatte die Angst um ihre Katzen Agathas Verstand getrübt. Dieses winzige Blütenblatt war wohl doch aus dem Strauß gefallen. Dennoch trieb sie jene Hartnäckigkeit weiter, die sie zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau gemacht hatte. Eine halbe Stunde harrte sie vor der Bücherei aus, ehe sie hineinging. Keine Spur von Miss Webster. Hatte sie Agatha gesehen und war durch die Hintertür verschwunden? In ihrer panischen Suche nach einem zweiten Eingang wäre Agatha beinahe über Josephine Webster gestolpert, die in einem Ledersessel saß und las, ihre Einkaufstüten neben sich. Agatha schlüpfte hastig in einen schmalen Gang, nahm sich wahllos sein Buch aus dem Regal und tat, als würde sie lesen. Nach zwei Stunden verriet ihr ein Tütenrascheln, das ihr Zielobjekt aufbrach. Agatha wartete einen Moment, dann blickte sie vorsichtig aus ihrer Lesenische. Josephine Webster strebte Richtung Ausgang. Agathas Herz klopfte schneller, nun, da die Jagd weiterging. Leichtfüßig, als plagte sie keine einzige Sorge, trippelte Miss Webster ins Palace Hotel von Merster. Agatha verharrte am Eingang, von wo aus sie sah, wie Miss Webster an der Rezeption vorbei zur Damentoilette ging. Am Kiosk im Foyer kaufte Agatha sich eine Zeitung, setzte sich in einen der breiten Sessel und schlug ihre Zeitung so auf, dass sie dahinter verborgen war. Von Zeit zu Zeit linste sie an den Blättern vorbei, denn Miss Webster sollte ihr nicht unbemerkt entkommen können. Nach einer geschlagenen Stunde kam Miss Webster wieder aus der Toilette. Sie trug das neue Kleid und war stark geschminkt. Offensichtlich hatte sie ihre Tüten und den Mantel an der Garderobe abgegeben. Agatha riss die Zeitung wieder hoch, als Miss Webster in eine Duftwolke gehüllt durch das Foyer in die Bar schritt. Hungrig und ein bisschen steif vom Fehlen sitzen, warf Agatha die Zeitung beiseite und sah in die Bar, schrak aber sofort wieder zurück. Dort drinnen saß Miss Webster mit Peter Rice, Partner. Er musste ins Hotel gekommen und zur Bar durchgegangen sein, ohne dass Agatha ihn in ihrer Konzentration auf Miss Webster bemerkt hatte. Agatha setzte sich wieder ins Foyer. Ihre Gedanken überschlugen sich. Es könnte ein unverfängliches Treffen sein. Nein, Moment mal, Miss Webster hatte eine Katze. Die könnte sie nach Merster zum Tierarzt gebracht und so Peter Rice kennengelernt haben. Eventuell hatten die zwei sich angefreundet. Das allein machte sie nicht verdächtig. Aber Greta Bladen hatte gesagt, dass Peter Rice ein alter Freund von ihr wäre. Rasch blickte Agatha sich um und entdeckte den Wegweiser zum Hotelrestaurant. Sie folgte ihm. Es wurde gerade für das Abendessen eingedeckt und Agatha fragte, ob Mr. Rice für den Abend einen Tisch reserviert hatte. Der Kellner sah nach. Ja, Mr. Rice hatte einen Tisch für zwei Personen reserviert für acht Uhr. Agatha blickte auf ihre Uhr. Es war erst halb sieben und die beiden würden noch eine Weile im Hotel bleiben. Sie musste unbedingt zu Greta Bladen. Danach würde sie ins Hotel zurückkehren und die beiden weiter beobachten. Auf dem Weg zum Parkhaus rief sie von einer Telefonzelle aus James an, doch er meldete sich nicht. Dann fuhr sie los. Sie betete, dass Greta zu Hause war. Greta öffnete und runzelte die Stirn, als sie Agatha erkannte. Ich muss mit ihnen sprechen, flehte Agatha. Offenbar hat man meine Katzen entführt, damit ich aufhöre, Fragen zu stellen, und ich glaube, ich weiß, wer dahinter stecken könnte. Greta stöhnte, ließ sie aber ins Haus. Kommen sie rein, ich verstehe nicht ganz, was sie meinen. Glauben sie, jemand will verhindern, dass sie weiter nach Pauls Mörder suchen? Ja. Tja, ich habe ihre Katzen nicht. Erzählen sie mir bitte, was sie über Peter Rice wissen. Besonders viel weiß ich eigentlich nicht. Früher wohnte nur ein paar Häuser entfernt von mir. Wir waren befreundet, haben zusammen Tennis gespielt, sonst war nichts. Ich hatte auch nicht mehr erwartet, weil ich längst überzeugt war, dass ich keinen Mann in mich vergucken könnte, bis Paul kam. Ich hatte gedacht, dass Peter sich für mich freut, weil ich glücklich bin, doch er machte mir eine sehr hässliche Szene. Er meinte, dass er vorgehabt hatte, mir einen Antrag zu machen, doch ich war so in Paul verliebt, dass es mich völlig kalt ließ. Es war ja nur der alte Peter, der sich etwas seltsam benahm. Danach hat er sich bei mir entschuldigt und gesagt, dass er nach Merster zieht. Und sie sahen ihn nie wieder? half Agatha ihr auf die Sprünge, als Greta stockte. Doch natürlich, ich traf ihn wieder, Paul zu seinem Partner in der Praxis wurde. Und wie ich ihnen ja schon gesagt habe, war es Peter, der meinte, ich solle mir mal die angebliche Baustelle für die Tierklinik ansehen. Viel später habe ich ihm erzählt, dass ich betrogen worden war. Nach meiner Scheidung waren wir ein paar Mal zusammen essen, aber mehr war da nicht. Und ich glaube auch nicht ernsthaft, dass er jemals an mir interessiert gewesen ist. Und wie erklären sie sich die Szene, die er ihnen gemacht hat, als sie ihm von ihrer geplanten Heirat mit Paul erzählten? Ach das, ich denke, Peter ist der Typ Mann, der sofort eifersüchtig wird, wenn sich eine gute Freundin oder ein guter Freund verheiratet. Er ist ein sehr einsamer Mensch. Wenn warum wollte er die Praxis in Carsley aufmachen, fragte Agatha. Es gibt doch eine Menge Dörfer, die näher an Merster liegen und die vor allem größer sind. Warten Sie mal, irgendetwas hat er dazu gesagt, als ich Und ich habe noch gefragt, wieso Carsley, worauf er gesagt hat, dass eine Bekannte von ihm dort einen Laden betreibt und meinte, eine Praxis in dem Dorf würde sich rentieren. Josephine Webster, sagte Agatha, das ist also die Verbindung und ich denke, ich weiß jetzt, wo meine Katzen sind. Auf einmal konnte Agatha es nicht erwarten, Greta zu verlassen. Falls sie irgendeinen Verdacht haben, gehen sie zur Polizei, riet Greta ihr. Agatha schnaubte nur und lief nach draußen zu ihrem Wagen. Auf dem Weg nach Merster überlegte sie fieberhaft, ob Josephine Webster Peter Rice wegen Mrs. Josephs gewarnt haben könnte. Sie könnte in dem Pub gewesen sein und gehört haben, wie Frieda allen von Agathas und James Fund erzählte. Entweder hatte sie Peter informiert oder das Fläschchen selbst entfernt und ein anderes in die Nähe gelegt. Agatha blickte auf das Armaturenbrett. Acht Uhr. Peter Rice setzte sich gerade zum Essen. Sie fuhr direkt zur Tierarztpraxis, parkte vor der Tür und holte den Wagenheber aus dem Kofferraum. Die Praxis war ein eingeschossiger Bau mit einem größeren Parkplatz davor. Über der Eingangstür brannte eine Lampe. Agatha ging seitlich um das Gebäude herum. Hier gab es keine Beleuchtung, doch noch genügend Licht, Agatha die Seitentür mit der Glasscheibe ausmachen konnte. Sie hatte weder die Zeit noch die Fertigkeiten, um James Lacys Einbruchstechniken zu kopieren. Stattdessen schlug sie das Türglas mit ihrem Wagenheber ein. Hysterisches Kläffen ertönte. Sie ignorierte es, während sie mit Handschuhen an den Händen die Glasscherben wegbrach. Dann griff sie durch den Türrahmen und öffnete. Angestrengt blickte sie in die Dunkelheit und in Mitten des wilden Gebells war jämmerliches Maunzen zu hören. Wenn schon, denn schon, murmelte Agatha und knipste das Licht an. Flüsterte sie unglücklich zu den Käfigen, die sie hektisch absuchte. Und tatsächlich, in einem von ihnen hockten Hodge und Boswell. Mit einem freudigen Aufschrei schob sie den Riegel zur Seite und riss die Käfigtür auf. Plötzlich erstarb das Bellen und Jaulen. Agatha, die bereits einen Arm in den Käfig gesteckt hatte, spürte die Gefahr, die in der Luft lag, genauso deutlich wie die Tiere. Sie hörte leise Schritte hinter sich und drehte sich um. Josephine Webster lächelte dem Kellner zu, der ihr im Restaurant den Stuhl zurecht rückte. Peter Rice nahm ihr gegenüber Platz. Ein weiterer Kellner verneigte sich, reichte ihnen die Karten und sprach ein paar Empfehlungen aus. Nachdem ihre Bestellungen aufgenommen worden waren, sammelte die Bedienung die ledergebundenen Karten wieder ein. Wird sich die andere Dame noch zu ihnen gesellen? Welche andere Dame? fragte Peter Rice. Miss Webster kicherte kicherte und sagte eine von deinen vielen Verehrerinnen Peter? Vorhin war eine Dame hier und erkundigte sich, ob sie einen Tisch reserviert haben, Sir. Wie sah sie aus? fragte der Tierarzt. Mittleres Alter, glattes braunes Haar, recht elegant gekleidet. Nein, sie wird uns keine Gesellschaft leisten, sagte Peter. Warten sie noch mit unserem Essen, ich muss noch kurz etwas in der Praxis erledigen. Bringen sie Miss Webster einen Drink und alles, was sie wünscht, bis ich wieder zurück bin. James Lacey war besorgt. Er hatte Agatha mehrmals vergeblich anzurufen versucht. Von Frieda hatte er so gut wie nichts Neues erfahren. Ihr Freund mit dem Silberschopf wich ihr nicht von der Seite, so dass es James nicht möglich war, ein Wort unter vier Augen mit ihr zu wechseln. Er beschloss, an seinem Buch zu schreiben, solange er auf Agatha wartete. Er tappte sich jedoch dabei, wie er stattdessen über den Fall schrieb. Er schrieb und schrieb, bis er plötzlich einen Schrei ausstieß, sich eine der Figuren genauer vornahm. Die Türglocke riss ihn aus seiner Beschäftigung. Es waren Bill Wong und Inspektor Wilkes. Wo ist Agatha? fragte Bill. Ist sie noch nicht Treffen? Ist Ihr Wagen nicht da? Nein, und ich mache mir Sorgen. Hier, nehmen Sie meine Notizen, Bill, und sehen Sie, ob Sie zu dem selben Schluss kommen wie ich. James ging direkt zu Josephine Websters Laden. Dort war es vollkommen dunkel, genau wie in der Wohnung darüber, und auf sein Klopfen und Klingeln bekam er keine Antwort. Ein Kopf lugte aus einem Fenster nebenan und ein Mann rief Sie brauchen gar nicht wie verrückt zu bimmeln, die ist schon mittags nach Merster. James lief zurück zu seinem Cottage, holte seinen Wagen und sagte Bill, dass Agatha wahrscheinlich in Merster wäre. Schlagartig wurde ihm klar, wo Agatha hingefahren sein könnte, und er hoffte sehr, dass er nicht zu spät kam. Langsam richtete Agatha sich auf. An der Tür stand Peter Rice und starrte sie an. Leider hatte sie ihren Wagenheber an der Tür liegen gelassen. Hastig blickte sie sich nach einer anderen Behelfswaffe um. Denken Sie nicht mal dran, sagte er und holte eine kleine Automatikpistole aus seiner Tasche. Ins Untersuchungszimmer, Mrs. Raisin. Dort sind wir ungestört. Obwohl sie vor Angst weiche Knie hatte, kickte sie im Vorbeigehen kurz gegen die Käfigtür, hinter der ihre Katzen saßen und versuchte ihnen telepathisch zu bedeuten, dass sie fliehen sollten. Rice schaltete das Licht in dem Raum mit den Käfigen aus und das im kleineren Untersuchungszimmer an. Die Pistole auf Agatha gerichtet fragte er, woher wussten sie, dass ich es war? Eigentlich wusste ich es nicht, aber ich vermutete, dass Josephine Webster die Katzen verschleppt und die Nachricht durch den Briefschlitz geworfen hat. Ich bin ihr gefolgt und sah sie zusammen mit ihnen. Sie könne mich nicht erschießen, die Polizei würde meine Leiche finden und sofort wissen, dass sie es waren. Mrs. Raisin, Sie sind in meine Praxis eingebrochen. Ich sah das Licht und eine Gestalt, die sich aufrichtete. Da ich fürchtete, dass mich der Einbrecher angreifen würde, schoss ich aus Not wehr. Ich habe mein Leben und mein Eigentum geschützt. Und ich habe eine Nachricht hinterlassen, wohin ich gefahren bin, sagte Agatha. Er betrachtete sie eine Weile und lächelte. Nein, haben sie nicht, sonst wäre dieser Lacey hier. Wie dem auch sei, er hob die Pistole leicht an. Es war wegen Greta nicht? Unter anderem. Aber damals dachte ich noch nicht daran, ihn umzubringen. Nicht einmal, als sie mir erzählte, wie er sie betrogen hat. Nein, der Gedanke kam mir erst, als er anfing mich zu betrügen. Da wurde ich wirklich wütend. diese irrwitzige Tierklinik Geschichte. Sie eignete sich glänzend, um ahnungslose Frauen auszunehmen. Wir hatten eine Empfangsdame hier, eine nette junge Frau, und Paul hatte sie fest im Griff. Sie sollte alle Kunden überreden, die Rechnungen bar zu bezahlen und ihm dann das Geld geben. Bekam sie irgendetwas dafür? Nein, natürlich nicht. Alles sollte in die Tierklinik wandern, die selbstverständlich nach ihr benannt würde. Zu der Zeit machte ich einen längeren Angelurlaub. Diese Praxis hier läuft sehr gut. Ich hatte einen jungen Tierarzt eingestellt, der mich vertreten und mit Paul zusammen arbeiten sollte, denn Paul kümmerte sich hauptsächlich um Pferde und Nutztiere. Als ich zurückkam, stellte ich fest, dass die Einnahmen beträchtlich eingebrochen waren. Zuerst habe ich den jungen Tierarzt verdächtigt, aber dann traf ich eine Kundin auf dem Markt und als wir beide so über Steuern und Gewerbeabgaben jammerten, sagte sie, deshalb wollen sie wohl auch die meisten Behandlungen in bar bezahlt haben. So kann die Steuer sich nichts holen. Die junge Frau vorn bittet ja schon eine ganze Weile darum, dass man bar zahlt. Also schnappte ich mir das Mädchen und für diese fiktive Klinik. Ich entließ die junge Frau, Paul hingegen nicht, oh nein, er sollte mir alles zurückzahlen. Doch ich wollte ihn nicht mehr um mich haben. Josephine meinte, Carsley wäre geeignet und ich sagte ihm, er sollte die Praxis dort übernehmen. Meinetwegen dürfte er die Damen ausnehmen, wie er wollte, solange er jeden Penny an mich weitergab. Und für den Fall, dass ihm etwas zustieß, sollte er mich als seinen Erben einsetzen. Ich habe ihm gesagt, dass ich zur Polizei gehe, wenn er mir nicht jeden Penny zurückzahlt. Agatha stand stocksteif da und sah aus dem Augenwinkel, dass ihre Katzen ins Zimmer geschlichen kamen. Folglich hatte ich keinen Grund, ihn zu töten, bis er Josephine Webster um ihr Erspartes prellte, die Frau, die ich weinend kam sie zu mir und erzählte mir die ganze Geschichte. Ich wusste, dass er den Termin bei Pendlebury hatte. Dort wollte ich ihm gehörig die Meinung sagen, ihn hochkant rauswerfen und ihm vorher noch eins auf die Nase geben, sonst nichts. Der Stall war leer, abgesehen von Paul. Ich sah ihn mit der Spritze, wusste, was er enthielt, welche Operation er plante Ich konnte mich unbemerkt davon stehlen und wähnte mich sicher. Als ich erfuhr, dass er sein Haus mit zwei Hypotheken beliehen hatte, wurde ich stinkwütend. Statt von seinem Tod zu profitieren, habe ich einen Verlust gemacht. Die Hauspreise sind momentan im Keller. Josephine und ich wollten unsere Verlobung bekannt geben, sobald sich alles beruhigt hätte. Josephine wusste, was ich getan hatte. Und dann kam diese Josephs her. Sie erzählte, dass Paul sie betrogen hatte und sie die Polizei einschalten wollte. Denen wollte sie auch sagen, dass ich Paul ermuntert hätte, die Frauen im Dorf auszunehmen. Ich versprach ihr, all ihr Geld zurückzugeben. Ich bekam Panik, als Josephine mich anrief und mir erzählte, dass Mrs. Josephs ihnen alles verraten wollte. Sie sind viel zu neugierig, sie alte Schachtel. Von Josephine hörte ich auch, dass Mrs. Josephs Diabetes hatte. Doch eigentlich wollte ich nur mit ihr reden, sie zur Vernunft bringen. Sogar Geld brachte ich ihr mit, doch das wollte die närrische alte nicht annehmen. Sie war wild entschlossen, erst mit ihnen und danach mit der Polizei zu reden. Ich verpasste ihr zog sie nach oben, weil ich hoffte, wenn man sie im Bad findet, denkt jeder an Selbstmord oder an einen Unfall. Die leere Flasche warf ich aus dem Wagenfenster, als wäre ich mit ihr meine Schuld los. Und wieder mussten sie sich einmischen, sie und dieser Lacey. Hol dir ihre Katzen, befahl ich Josephine, das dürfte sie zum Schweigen bringen. Was für ein Hodge sprang auf den Untersuchungstisch und blickte von Rice zu Agatha. Agatha konnte ihre Angst riechen, intensiv und bitter und natürlich konnte es der Kater erst recht. Sein Schwanz bauschte sich, sodass er wie der eines Eichhörnchens aussah. Also Mrs. Raisin, ich muss das hinter mich bringen. Ich empfehle ihnen, ohne Gegenwehr hinzunehmen, was auf sie zukommt. Sein Finger am Abzug spannte sich. Agatha tauchte unter den Tisch, als die Kugel schon über sie hinweg flog. Eine fleischige Pranke zerrte sie unter dem Tisch hervor. Keuchend schleuderte er sie an die Wand. Im selben Moment fauchte Hodge laut auf und sprang dem Tierarzt mit ausgefahrenen Krallen ins Gesicht. In seiner Panik versuchte Rice, den Kater zu erschießen, aber die Kugel krachte in einen Vitrinenschrank mit großen Flaschen. Als Peter Rice den Kater packte und durch den Raum schleuderte, wollte Agatha ihm den Untersuchungstisch in den Bauch rammen. Sie hatte so etwas schon in Filmen gesehen, nur leider war dieser Tisch im Boden verankert. Rice feuerte wieder und Agatha warf sich zur Seite, verdrehte sich den Knöchel und fiel hin. Sie Doch plötzlich hörte sie Bill Wongs Stimme. Geben Sie mir die Waffe, Mr. Rice. Noch ein Schuss krachte, gefolgt von Bills Aufschrei. Oh nein, rief Agatha, dann fühlte sie starke Hände, die an ihr zogen und James Lacey sagte, alles gut, Agatha, sehen Sie nicht hin, Rice hat sich erschossen, nicht hinsehen, kommen Sie lordernd auf, klammerte sich an ihn und vergrub ihr Gesicht in seiner Tweetjacke. Drei Stunden später war Agatha gebadet und saß in ihrem Bademantel im Wohnzimmer, die Katzen auf ihrem Schoß und James bei sich, der sie eifrig umsorgte. Bill Wong kommt nachher zu uns, sagte er. Ist er uns vielleicht dankbar, weil wir zwei Morde für ihn aufgeklärt haben? die Spur. Uns? fragte Agatha. Ich war diejenige, die das mit Rice herausgefunden hat. Ich war mehr oder weniger zum gleichen Schluss gekommen, entgegnete James, obwohl ich etwas brauchte, bis mir klar wurde, wie Josephine Webster in die Sache verwickelt war. Wie sind Sie auf Miss Webster gekommen? Agatha erzählte ihm von dem getrockneten Blütenblatt auf ihrer Flurmatte. Damit hätten sie zu mir kommen müssen, rief James, oder es Bill Wong erzählen sollen. Ich dachte nur an die Katzen, sagte Agatha. Komisch nicht? Mir brach es das Herz, als sie entführt wurden, und jetzt sind sie hier, schnurrend vor sich hin, und auf einmal sind sie wieder zwei Tiere, die versorgt werden müssen. Eine alltägliche Pflicht. Nun, wie sie es geschildert haben, hat Hodge ihnen das Leben gerettet, erinnerte sie James. Ich frage mich, ob sie Josephine Webster gekriegt haben, ob sie immer noch in dem Restaurant saß und auf Rice gewartet hat. Bill und sein Boss sind direkt dorthin gefahren, während wir für endlos lange Aussagen zur Polizei mussten. Also haben sie sich alles allein zusammen gereimt? fragte Agatha. Er warf noch einen Scheid ins Feuer und setzte sich. So wie ich aufgeschrieben hatte, wer was getan oder gesagt hatte, fiel der größte Verdacht auf Peter Rice. Er war stark genug, um Mrs. Josephs die Treppe hoch zu schleppen. Er wusste, wo Bladen an dem Tag war, als er ermordet wurde und welche Operation bei dem Pferd vorgenommen werden sollte. Man denkt dominierten Panik und Glück. Er hätte nur ruhig da zu sitzen brauchen und Mrs. Josephs ihre Anzeige erstatten lassen. Die Polizei wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass er irgendetwas mit den Betrügereien von Paul Bladen zu tun hatte. Ich glaube, es war unser Herumschnüffeln, das ihm Angst einjagte. Sagen Sie nicht sowas, das würde ja bedeuten, dass wir beide indirekt für den Tod von Mrs. Josephs verantwortlich sind. Wahrscheinlich wäre er sowieso irgendwann panisch geworden. Es läutete. Das wird Bill sein, der uns die Leviten lesen will, sagte James. Bill kam allein. Kein dienstlicher Besuch, sagte er und sank erschöpft neben Agatha aufs Sofa. Ja, wir haben Josephine Webster. Ihnen dürfte es wie eine Ewigkeit vorgekommen sein, Agatha, als Rice sich bereit machte, sie umzubringen, aber sie saß vollkommen entspannt vor ihrem Martini und wartete. Sie hat alles geleugnet. Erst als wir sie auf dem Revier hatten und ihr erzählten, dass Rice ihnen gegenüber ein volles Geständnis abgelegt hat, brach sie zusammen. Es war zwar grausam, aber da hatten wir noch nicht gesagt, dass er tot ist. Sie hatte schon einige Monate eine Affäre mit Rice, bevor Paul Bladen nach Carsley kam. Rice ist ihr erster Mann gewesen. Stellen Sie sich das mal vor heutzutage und in dem Alter. Anscheinend fühlte sie sich durch die Affäre wie eine femme fatale und dass ihr dann auch noch Paul Bladen den Hof machte, stieg ihr vollends zu Kopf. An dem verschneiten Abend, als sie mit ihm in Tiefschimpfer abredet waren, fuhr sie zu ihm und gab ihm den Scheck. Bladen war so dankbar, dass er gleich mit ihr ins Bett stieg. Also, selbst wenn es nicht so heftig geschneit hätte, wären sie wahrscheinlich versetzt worden, Agatha. Josephine Webster war die Frau am Telefon. Natürlich wollte Bladen sie weiter ausnehmen, er wart um mehr Geld, doch sie sagte, dass sie ihm nichts mehr geben könnte. Prompt verlor er das Interesse an ihr. Die reumütige Miss Webster kehrte in Peter Rice Arme zurück und erzählte ihm von Bladen. Für Rice war es, als würde sich die Geschichte wiederholen. Wie sie erzählt haben, Agatha, war er sehr in Greta verliebt gewesen, die Paul ihm dann ausgespannt hatte. Nun spannte Paul ihm auch noch Josephine aus. Aber wie sind sie auf die beiden gekommen? Ich habe ein getrocknetes Blütenblatt auf meiner Flurmatte gefunden, berichtete Agatha stolz, und mir wurde klar, dass es aus dem Umschlag mit dem Drohbrief gefallen sein musste. Getrocknete Blumen konnten nur auf Josephine Webster hindeuten. Bill sah sie verwundert an. Das hätten wir sicher nicht übersehen. Der Gedanke kam mir auch schon, sagte James. Jemand hat ihnen am nächsten Vormittag einen Trockenblumenstrauß mitgebracht, Agatha. Also stammte das Blatt wahrscheinlich von diesem. Wieso sollte ihre Spurensicherung auf der Flurmatte suchen, gab Agatha zu bedenken. Ihre Leute haben draußen gesucht, wo der Brief eingeworfen wurde, und hinten im Garten, wo die Katzen entführt wurden. Wer die beiden geholt hat, muss den kleinen Weg zwischen James und meinem Garten benutzt haben. Es gab also keinen Grund, auf der Flurmatte zu suchen. Ich denke Agatha war beleidigt. Jedenfalls bin ich froh, dass es vorbei ist. Ich muss zu einer Fortbildung, also sehen wir uns einige Wochen lang nicht. Bill stand auf. Haben Sie sich untersuchen lassen, Agatha? Sie schüttelte den Kopf. Dann gehen Sie am besten morgen zum Arzt. Sie werden ziemlich fertig sein, wenn sich der erste Schock legt. Es geht schon, sagte Agatha. Sie warf James einen bewundernden Blick zu, den dieser erstaunt zur Kenntnis nahm und aufstand. Soll ich Mrs. Bloxby bitten, heute Nacht bei Ihnen zu bleiben, Agatha? Nein, antwortete sie enttäuscht, denn eigentlich hatte sie gehofft, dass er sich wieder seinen Schlafsack holen würde. Wenn ich erst einmal eine Nacht richtig geschlafen habe, geht es mir wieder gut. Nachdem die Männer gegangen waren, ging Agatha nach oben ins Schlafzimmer. sie einschlief. Alles war vorbei. Sie hatte überlebt und sie fühlte sich großartig. Ein Arzt war überflüssig. Es brauchte schon mehr als einen Mörder, um Agatha Raisin in die Knie zu zwingen. Die nächsten Tage waren herrlich für Agatha, obwohl James ihr eine Nachricht geschickt hatte, dass er sich für einige Wochen ganz zum Schreiben zurückziehen wollte. So viele Leute kamen vorbei und wollten hören, wie Agatha die Morde an Paul Bladen und Mrs. Josephs aufgeklärt hatte. Und Agatha feilte an ihrer Geschichte, schmückte hier und da Einzelheiten aus. Als sie ihren kleinen Vortrag dann bei der Damengesellschaft hielt, hatte sie ein echtes Mord- und Totschlag-Drama geschaffen. Wie aufregend sich das alles bei ihnen anhört, sagte Mrs. Blocksby hinterher. Aber passen sie auf, es kann eine Weile dauern, bis einen die Realität einholt und dann könnte eine schwere Zeit auf sie zukommen. »Ich habe nicht gelogen«, empörte sich Agatha. »Nein, selbstverständlich nicht. Mir gefiel besonders die Stelle, an der sie zu Peter Rice sagten, erschießen sie mich, wenn sie sich trauen, sie mieser schuft. »Oh, naja«, murmelte Agatha, scharrte mit dem Fuß und wagte nicht, die Vikarsfrau anzusehen. Ein wenig dichterische Freiheit ist wohl erlaubt, denke ich. Mrs. Blocksby hielt ihr lächelnd einen Teller hin. »Nehmen Sie ein Stück Mohnkuchen.« Von diesem Moment an fühlte Agatha sich extrem unwohl. Ihre Version der Ereignisse, die zu einer grellen Abenteuergeschichte herangereift war, kam ihr mittlerweile tatsächlich wie die Wahrheit vor. Als sie aus dem Pfarrhaus nach Hause ging, fiel ihr auf, wie dunkel das Dorf war. Die Straßenlaterne an der Bushaltestelle war auch wieder einmal ausgefallen. In der Leilag Lane stand der Flieder in voller Blüte. Das Laub raschelte im Nachtwind und die dicken Blüten nickten als tuschelten sie über Agatha. Sie gingen ins Haus. Die Katzen kamen nicht, um sie zu begrüßen und mit einem ängstlichen Aufschrei lief Agatha in die Küche. Beide Tiere lagen aneinander gekuschelt in ihrem Körbchen vorm Herd und schliefen tief und fest. Agatha schaltete den elektrischen Wasserkocher an und sämtliche Lichter erloschen. In blinder Panik stolperte sie auf der Vernunft in ihrem Kopf sagte, dass es sich lediglich um einen der häufigen Stromausfälle im Dorf handelte. Agatha zwang sich Ruhe zu bewahren, erinnerte sich an die Kerzen in der Küchenschublade, nahm eine heraus und zündete sie mit ihrem Feuerzeug an. Dann hielt sie die Kerze in die Höhe und sah sich nach einem Kerzenhalter um. Da sich ohne Licht ohne dies nicht mehr viel anstellen ließ, beschloss Agatha ins Bett zu gehen. Genau so waren die Leute damals ins Bett gegangen, als das Cottage erbaut worden war. Eine flackernde Kerze in der Hand waren sie die Treppe hinauf gestiegen, wo wilde Schatten vor ihnen her tanzten. So viele Generationen, so viele Tote, wie viele Leute wohl schon in ihrem Schlafzimmer ihren letzten Atemzug getan hatten. Ihr Bademantel am Türhaken sah aus wie ein Erhängter und von den Tapeten schienen sie Gesichter anzustarren. Agatha brach kalter Schweiß aus. Sie stieg die Treppe wieder hinunter und ging zum Telefon in der Diele. Nachdem sie die Kerze auf den Boden gestellt hatte, hockte sie sich im Schneidersitz hin, das Telefon auf dem Schoß und wählte James Laces Nummer. Seine Stimme klang frisch und kühl. James, sagte Agatha, können sie rüberkommen? Ich schreibe gerade, ist es wichtig? Ich habe Angst. Was ist passiert? Nichts, es ist wohl nur die Reaktion, vor der mich alle gewarnt haben. Keine Bange, Hilfe ist unterwegs. Agatha blieb, wo sie war. Ihre Angst war fort, weil sie nun wusste, dass er kommen würde. Aber sie sollte wohl lieber so verängstigt aussehen, wie sie es eben noch gewesen war. Vielleicht könnte sie sich ihm in die Arme werfen. Vielleicht würde er sie festhalten und sagen, Agatha, gönnen wir den ganzen Klatschmollern ihren Spaß und heiraten wir. Vielleicht würde er sie küssen, wie sich das wohl anfühlte? Diese rosigen Fantasien sponnen sie weiter, bis ihr klar wurde, dass schon einige Zeit verstrichen war. Gewiss packte James noch schnell seinem Pyjama und Rasierzeug ein, aber als es klingelte, zuckte sie zusammen. Ja, sie würde sich ihm in die Arme werfen. Mrs. Bloxby sagte sanft, schon gut, Mrs. Raisin, ich dachte mir, dass das geschehen würde. Agatha öffnete die Augen und wich verwirrt zurück. Sie hatte eine dunkle Gestalt vor der Tür gesehen und sie für James gehalten. Die Vikas Frau hatte eine kleine Reisetasche mitgebracht. Mr. Lacey hat mich angerufen und ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Der Arzt ist auch auf dem Weg hierher. Maßlos enttäuscht ließ Agatha sich von Mrs. Bloxby in die Küche führen. Die Lichter gingen wieder an. Alles war wie immer. Der Arzt gab Agatha ein Beruhigungsmittel und Mrs. Bloxby richtete sich das Bett im Gästezimmer her. Als Agatha schließlich im Bett lag, konnte sie nur benommen daran denken, dass James ein gefühlloser Mistkerl war. Agatha kämpfte noch lange mit Panikattacken und Albträumen. Sie war froh, dass tagsüber viele Besucher kamen und dass sich die Damen des Frauenvereins abwechselten, damit sie die Nacht nicht alleine verbringen musste. Schließlich ebbten ihre Ängste ab und die langen sonnigen Tage hoben ihre Stimmung merklich. In einem so kleinen Dorf war es unvermeidlich, James wieder zu begegnen. Er lächelte sie freundlich an, erkundigte sich nach ihrem Befinden und erzählte, dass ihm das Schreiben dass sie einmal zusammen Mittag essen sollten. Eine typisch englische Bemerkung, die gewöhnlich rein gar nichts zu bedeuten hatte. Bitterer Schmerz lag in Agathas bären Augen, doch sie antwortete höflich und scheinbar gelassen. Und dann, eines Vormittags, als es schon auf Mittag zuging, läutete es an Agathas Tür. Längst rannte sie nicht mehr in der Erwartung hin, es könnte Sie sind es, sagte Agatha, Sie müssen doch schon eine ganze Weile von Ihrem Kursus zurück sein. Bin ich auch, aber wir hatten einen Fall, bei dem wir mit der Polizei von Yorkshire zusammen arbeiten mussten, deshalb war ich viel auf Reisen. Wollen Sie mich nicht herein bitten? Doch, wir können im Garten Kaffee trinken. Ist Lacey da? fragte er, als er Agatha durchs Haus folgte. Nein, genau genommen kriege ich von ihm, bis auf ein gelegentliches Wie geht's oder Herrliches Wetter nicht, im Krämerladen, nicht viel mit. Wie seltsam, ich dachte, sie beide wären quasi unzertrennlich. Tja, sind wir nicht, erwiderte Agatha spitz. Sie hatte sich einen neuen Gartentisch und Stühle für draußen gekauft. Setzen Sie sich, Bill, ich wollte gerade einen Happen essen. Mögen Sie kaltes Hühnchen und Salat? Gerne. Beim Mittagessen erzählte Bill ihr von seinem Fall, ehe sie auf Peter Rice zu sprechen kamen. Schon merkwürdig dieses Pärchen, sagte Bill. Rice und Webster entsprechen eher nicht der klassischen Vorstellung von Romeo und Julia. Und doch schien echte Leidenschaft im Spiel zu sein. Man nehme einen Mann, der glaubt, dass er zu hässlich ist, um eine Frau abzubekommen und ein spätes Mädchen und schwupp kommt es zu einer explosiven Mischung. Als Rice herausfand, dass sie mit Bladen geschlafen hatte, muss es ihm das Herz gebrochen haben. Für ihn wiederholte sich die Geschichte. Erst Greta, dann Josephine. Aber Josephine ist wieder zu ihm zurückgekehrt, ist nicht mal schockiert, dass er Bladen umgebracht hat. Und dieses Verbrechen schweißt Er blickte sich um. Wissen Sie, Agatha, Lacey ist ein komischer Vogel. Das trifft übrigens auf viele dieser Army-Typen zu. Dabei ist er erst in den Fünfzigern, was heutzutage noch nicht steinalt ist. Vielen Dank, sagte Agatha trocken. Wäre er verheiratet gewesen, könnte es leichter sein. Aber diese Army-Junggesellen, tja, die sind wie frisch aus dem Kloster. Gehen Sie es Ich habe keinerlei Interesse an ihm, entgegnete Agatha kühl. Ich glaube, Sie haben zu großes Interesse an ihm, und das verschreckt ihn, sagte Bill. Ach ja, so jung und so weise. Wie sieht es denn mit Ihrem Liebesleben aus? Ziemlich gut. Kennen Sie den Safeway Supermarkt in Möster? Ja. Dort arbeitet ein sehr hübsches Mädchen namens Sarah an der Kasse. Wir gehen seit einer Weile zusammen aus. Wie schön, sagte Agatha, die einen Anflug von Neid empfand. Na, ich muss dann mal wieder. Halten Sie sich von Mördern fern, Agatha. Nachdem er gegangen war, fuhr Agatha zum Barts Fort Garten Center am Rande von Borton on the Hill und sah sich Blumen und Pflanzen an. Agatha kaufte einige fleißige Lieschen und Stiefmütterchen und beschloss, es fürs Erste dabei zu belassen. Die Gartenarbeit war entspannend. Die Katzen spielten um sie herum im Sonnenschein und Agatha war so in die Arbeit vertieft, dass sie beinahe die Türklingel überhört hätte. Wäre es doch nur. Doch als sie geöffnet hatte, machte Agatha unwillkürlich einen Schritt zurück. Vor ihrer Tür stand Frieda Huntington. Was wollen Sie? fragte Agatha mürrisch. Das Kriegsbeil begraben, antwortete Frieda. Kommen Sie mit in den Pub. Mir steht der Sinn, danach mich zu betrinken. Ich habe die Nase voll von Männern. Agathas Neugier rang mit ihrer Abneigung gegen Frieda und gewann. Was ist los? Kommen Sie mit, dann verrate ich könnte, lockte Agatha mit ihr zu gehen. Frieda spendierte ihnen beiden einen doppelten Gin und sie setzten sich. Ich überlege, mein Haus wieder zu verkaufen, sagte Frieda. Seit ich hier bin, geht alles schief. Meinen Sie Bladen? Das und anderes. Mein Mann George war sehr viel älter als ich, aber er hatte haufenweise Geld. Wir sind durch die Weltgeschichte gereist, waren an den aufregendsten Orten. George bewachte mich allerdings mit Argus Augen und ich dachte immer nur daran, wie frei ich sein würde, wenn er irgendwann tot umfällt und mir all sein Geld hinterlässt. Naja, das ist er dann ja auch. Ich hatte ein paar unglückliche Affären und dachte, zum Teufel damit. Ich ziehe in die Cotswolds, kaufe mir ein niedliches Cottage und sehe mich nach Tut mir leid, dass ich so eine Ziege war, aber ich mochte ihn wirklich. Nur war das ein hoffnungsloses Unterfangen. Die Sache mit Bladen hat mich dann richtig geschafft. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass er wahnsinnig in mich verliebt ist und ich habe ihm diesen ganzen Quatsch mit der Tierklinik abgenommen. Als George noch lebte, hielt ich mich immer für klug, weltgewand und gerissen. Wie sich nun zeigt, war George derjenige mit dem Grips. Tja, und schließlich tauchte Tony auf, der Mann, mit dem sie mich im Pub gesehen haben. Keiner Donis, aber für Gloster Verhältnisse ein guter Fang. Und gestern ruft mich auf einmal seine Frau an. Seine Frau! Dabei hat er geschworen, dass er verwitwet ist. Frieda schniefte unglücklich. Was bin ich bloß für eine blöde alte Pute? Sie brauchen noch einen Gin, sagte die allzeit pragmatische Agatha. James Lacey las noch einmal, was er geschrieben hatte und stöhnte. Nach seinen Erlebnissen mit dem Bladenfall war er überzeugt gewesen, einen Krimi schreiben zu können. Die Worte waren ihm mühelos aus den Fingern geflossen und schnell hatte sich der Bildschirm mit Buchstaben gefüllt. Jetzt war es jedoch als hätte sich ein Nebel gelichtet und James blickte hinab auf seitenweise kompletten Blödsinn. Die Fenster seines Cottage standen alle offen, weil es ein heißer Tag war. Von nebenan hörte er Stimmen und das Klimpern von Gläsern und Besteck auf Porzellan. Er ging in seinen Garten und linste über die Hecke. Bill Wong und Agatha saßen beim Mittagessen, ganz in ihre Unterhaltung vertieft. Gerne wäre James hinüber gegangen und hätte sich zu ihnen gesetzt. Nur hatte er Agatha die kalte Schulter gezeigt, sie geradezu geschnitten und sich damit selbst ins Aus manövriert. Er kehrte wieder ins Haus zurück und werkelte dort lustlos herum. Später hörte er Bill wegfahren und kurz darauf auch Agatha. Am Nachmittag ging er in den Garten und begann in den Blumenbeeten Unkraut zu jäten. Da hörte er Geräusche von nebenan und sah abermals über die Hecke. Agatha pflanzte eine Reihe Stiefmütterchen. Er war sicher, dass sie keine Ahnung vom Gärtnern hatte. Wäre er nicht so abweisend gewesen, hätte er hinüber gehen und mit ihr plaudern können. Aber mal ehrlich, die Frauen hier erwarteten offenbar alle, dass er ihnen einen Antrag machte. Und James setzte sich, um einen Detektiv-Roman von Reginald Hill zu lesen, der sich als niederschmetternd gut entpuppte. Abends ertönte plötzlich lauter Gesang draußen auf der Straße. Verwundert trat James vor die Tür und atmete die laue Nachtluft ein. Arm in Arm schwankten Agatha und Frieda Huntington die Straße entlang und sangen I did it my way. Als sie auf seiner Höhe waren, verstummten sie. Frieda hickste und sagte Männer und Agatha Raisin zeigte ihm ein Victory Zeichen, allerdings falsch herum. James zog sich in sein Cottage zurück und schloss die Tür, während draußen das ungleiche Paar lachend und rufend seines Weges zog. Sie hörten Agatha Raisin und der tote Tierarzt von MC Beaton gesprochen von Julia Fischer Regie Daniela Utecht Auf Wiederhören bei Audible Audible